Es ist ja noch die Zeit, weißt du, wo ich immer eine Antwort habe, wenn meine Kinder mich um Rat fragen. Aber ich sehe das Ende. Ich sehe das Ende kommen. Was wird die erste Frage sein, wo du sagst, das antwortet jetzt der Papa nicht mehr? Also wenn sie mich wirklich ärgern wollen, dann wird es wahrscheinlich irgendwas so deutsche Grammatik. Was ist der Akkusativ, Papa? Oder so. Ja, das wäre so eine ganz, das wäre eine fiese Nummer. Aber ja, wir müssen jetzt schon auch bei Matheaufgaben mitunter richtig knobeln. Was ist denn da gerade so, Inhalt? Mathe an sich ist noch nicht so dramatisch, aber die haben sich jetzt für so einen Mathe-Wettbewerb irgendwie angemeldet. Und das sind irgendwie, also da müssen sie zusammen, zu zweit haben sie so ein Aufgabenblatt. Und das müssen sie irgendwie auch zu Hause machen. Also ist klar, dass die Eltern sich auch mit einmischen. Und dementsprechend komplex sind die Aufgaben. Also das ist was, wo du als Erwachsener drauf guckst und dir sagst, Alter Verwalter, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da eine Formel drüber bügele. Und die müssen es halt dann irgendwie durch ausprobieren oder keine Ahnung, wie die drauf kommen. Oder vielleicht sollten die auch nicht von den Eltern Hilfe kriegen, ich weiß es nicht. Ich habe hier jedenfalls nicht die Lösung erklärt, aber ich habe lange, lange gegrübelt, bis ich die Antworten hatte. Also Mathe macht man mit ausprobieren. Jürgen Graf 2020. Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, wie kann man denn durch ausprobieren es schaffen? Naja, du kannst, das ist schon so gestrickt, dass du durch ausprobieren dann irgendwann eine Formel vielleicht ableiten kannst. Also wenn du irgendwie ausprobierst und Muster erkennst, dann kommst du irgendwie auf die Formel, wenn du es schon mal gelernt hast. Wenn du aber noch nie von Formeln oder von Gleichungen an sich was gehört hast, dann tust du dich halt sauschwer auch mit Formeln zu formulieren. Ich überlege gerade, ob das der langweiligste Beginn ist, den wir jemals für eine Folge hatten. Gut, dass alles am Anfang mit drin ist. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier stehen mal wieder, beziehungsweise sitzen mal wieder über die Ecken Frankens verteilt, über dieses Internet, J wie Jürgen, Devi, Dominik und Pevi Philipp. Und wir hören wieder jede Menge Mumpits aus der Geschichte. Ich vermisse ja die Zeit, wo ich noch die Kontrolle über den Einspieler hatte und wo klar war, okay, wir schneiden nur noch den letzten Satz mit rein, vor diesem Einspieler und nicht irgendwie 20 Minuten lang davor. Ich vermisse diese einfachen Tage. Ja, ich auch. Aber ich muss ja immer auf das Gold warten, das irgendwann herauskommt, wenn man uns nur reden lässt. Ja, ich weiß nicht, hast du schon mal lange genug gewartet? Kam das irgendwann oder? Ich warte immer noch. Am Ende des Regenbogens. Da gibt es so 80er Jahre Trash-Horror mit so einem Lepritschern. Der Lepritschern-Reihe, da gibt es irgendwie acht Teile oder so. Und in irgendeinem Teil ist die junge JNFN-Essen dabei. Ja, das sind fantastische Filme. Ich habe mir für 99 Cent, also ganz kurzer Exkurs, wir hatten denjenigen bei A schon, H.P. Lovecraft, zu Lebzeiten verkanntes Genie des Out-of-Space-Horrors quasi. Wann hat er gelebt? So im 19. Jahrhundert, 20., frühes 20. Jahrhundert. Ich habe gerade, nee, ich glaube, frühes 20. Jahrhundert und der hat, der hat, ja, so Cthulhu-Mythos und irgendwie Out-of-Space-Horror und dass es göttliche Wesen gibt, die schon früher da waren auf dem Planeten und bla bla. Die großen Alten. Die großen Alten, also tatsächlich ziemlich cool. Ein Spiel, was zum Beispiel ganz eigentlich davon inspiriert ist, ist Bloodborne in den letzten Jahren gewesen. Also sehr, sehr geiler Style eigentlich. Und ich habe, es gibt einen Manga. Es gibt quasi einen japanischen Zeichner, der sich diese alten Bestseller von Lovecraft vorgenommen hat. Und die habe ich diesen Sommer für einen Kumpel alle gelesen. Das fand ich sehr, sehr, sehr geil. Und ich glaube, da gibt es ja auch ein, zwei so Beispiele, wieso historische Sachen wie Faust oder so dann in Comic-Form gegossen werden. Das ist oftmals ein sehr, sehr geiles Medium für sowas. Ich weiß nicht, was da eure Erfahrungen sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich mag sehr, wenn Comics Dinge ausprobieren. Egal, ob es komplett so neue Storys sind und auch verrückten Kram, den man halt in echt, in Anführungszeichen, nicht so einfach umsetzen kann, jetzt als Film oder ähnliches. Und auf der anderen Seite, ja so Adaptionen, gern alles ausprobieren. Also ich hätte Folgen an jemanden, das habe ich schon mal aber gesagt, ich hätte Folgen an jemanden, der mit mir zusammen mal all unsere Geschichten hier in Comic nochmal aufarbeitet. Finde ich fantastisch. Aber Dominik, viel wichtiger die Frage. Hast du gerade ein neues Horror-Subgenre erfunden? Habe ich das? Weiß ich nicht. Den Out-of-Space-Horror? Out-of-Space. Okay. Outer Space. Ich gebe zu, dass ich das vielleicht falsch formuliert habe. Aha, und ich musste jetzt die ganze Zeit an The Prodigy denken. Ja, ich auch. Ich habe vor dem Ohrwurm gehört. I'm gonna stand in Out-of-Space. Wir haben jetzt gerade hier unsere Plastik-Instrumente vom Dachboden wieder geholt und mit den Kindern irgendwie Guitar Hero neu entdeckt. Oh, oh. Und gestern Abend sind wir dann bei Lips gelandet. Das war sehr, sehr peinlich für mich. Oh, ey, es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Die Kinder haben dann irgendwann das nicht mehr ertragen. Also meine Frau und ich haben uns, wir hatten mega Spaß. Aber die Kinder dann irgendwann nicht mehr. Ihr habt euch ein bisschen eingeafft. Das ist natürlich auch sehr hart, weil die Musik natürlich genau in dem Moment stehen geblieben ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wo du diese Spiele gekauft hast. Und wenn die jetzt irgendwo auf dem Dachboden lagen und irgendwann wieder runterkommen, sind das natürlich alles olle Kamellen für die Kids. Ja, wobei, weil die sind, ja, ja, stimmt für die Kids schon. Aber gerade bei Lips ist es natürlich besonders dramatisch, dass da auch der Shop nicht mehr funktioniert. Santa Maria oder was. Genau, dann haben wir auch Santa Maria mal getreddert. Ihr könnt, glaube ich, nicht voraussetzen, dass die Leute Lips kennen, weil das tatsächlich ja doch recht kurzzeitig nur da war. Das stimmt, Lips, also Lips ist das, was du bei Wish kriegst, wenn du Singstar bestellst. Also nein, im Ernst, es ist im Endeffekt das Gleiche wie Singstar, also ein Karaoke-Spiel für zu Hause von Microsoft. Ich glaube, in dem Kontext Musikspiele hat man es schon verstanden, glaube ich jetzt. Das eigentlich Dramatische an Lips ist, dass es, glaube ich, nur mit diesen mitgelieferten kabellosen Mikrofonen funktioniert, die du fast nicht an so eine Xbox dran verbunden kriegst. Das ist immer ein Schmerz, das ist immer ein Schmerz. Genau, und was fast noch schlimmer ist, ist, wenn ich versuche, Take On Me zu singen in Höhen, die mein Körper einfach nicht hergibt. Also ich würde, glaube ich, 10 Euro dafür zahlen, dich da zu hören. Das glaube ich. Oh, sehr gut. Take On Me, meines Wissens nach, ist auch die Studioaufnahme beschummelt, weil der letzte Sprung von der Höhe her gar nicht echt ist. Der ist wohl gepitcht. What? Aber du kannst, also es ist menschlich möglich, dass du diesen Sprung hinkriegst, aber halt der Sänger hat es halt wohl nicht hingekriegt. Aber Achtung, das ist jetzt natürlich wieder Hörensagen, was mir mal jemand erzählt hat. Ja, aber jetzt habe ich ein gutes Argument dann für die Diskussion. Ja, ganz auf jeden Fall. Und das andere, was man sich halt immer überlegen muss bei diesem Song, genauso wie bei Happy Birthday, großer, großer Lifehack, Happy Birthday klingt deswegen scheiße, weil alle Leute viel zu hoch anfangen. Du musst Happy Birthday wirklich so ganz, ganz tief anfangen, weil am Schluss diese Sprünge nach oben so hoch gehen, dass die meisten Leute dann nicht vernünftig hochkommen und dann klingt es schief. Du musst richtig, richtig tief anfangen. Bei Take On Me ist es ja so, oder? Da musst du Take On Me. Das ist ja klar eigentlich, dass du ganz im Keller anfangen musst. Nee, aber als jemand, der selber so ein bisschen Stimmtraining jetzt seit ein paar Jahren macht, das ist ganz viel Übung einfach nur. Also was heißt einfach nur? Aber das ist etwas, wenn du da so ein Jahr lang Stimmtraining machst, kommst du plötzlich auch viel, viel höher als vorher. Massiv. Und das ist irgendwie total lustig für mich, weil das so ein Bereich ist meiner Stimme, wo ich vorher einfach null Kontrolle gefühlt drüber hatte. Und vorher habe ich immer Bass gesungen überall. Und jetzt komme ich halt auch irgendwie lockerst in den Bariton hoch und Co. Das ist tatsächlich ganz witzig. In den Tenor meine ich Tenor. Ich habe mal mit einer Freundin gesungen und sie hat sich recht verarscht vorgekommen, weil ich die dauernden Falcetto gesungen habe. Und das ist tatsächlich für mich einfacher. Ach wirklich? Das ist ja lustig. Weil mir fiel Falcetto super lang, super schwer, bis ich es dann jetzt halt irgendwann mal so angefangen habe zu lernen tatsächlich. Ich habe jetzt gerade gedacht, Dominik hat sich schon wieder einen Begriff ausgedacht. Aber scheinbar, entweder steigt Philipp, geht es mega drauf ein, um mich zu trollen, oder es gibt ihn wirklich. Nein, Falcetto ist diese Kopfstimme, wenn du, ja, wenn du auch Kopfstimme nutzt im Endeffekt. Ja, damit man auch höher kommt, ne? Aber, also ich hatte ja eingangs, bevor der Einspieler kam, hatte ich echt Angst, dass wir die Leute langweilen. Aber spätestens nach dem Einspieler haben wir es jetzt echt umgerissen. Meinst du, meinst du, super interessant? Aber stopp, bevor wir irgendwie weitermachen. Dominik, eine letzte Frage bleibt noch offen. Von einer Frage, die in der Zukunft erst zu hören sein wird. Wie war dein Cote en bleu? Wann genau habe ich das gleich wieder gegessen? Ah, vom Eismann des Cote en bleu, mit den Erzen. Und, ähm, wie, ja, ja, du meinst das, dieses, dieses vom Eismann, schräg, schräg, Bofrost. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wo du es herhattest, aber du hattest in einer Aufnahme, die in der Zukunft erst zu hören sein wird, von diesem Zeitpunkt aus, als wir aufnehmen, ähm, wirst du gesagt haben, dass du jetzt ein Cote en bleu essen wirst. Genau, also, als ich sagte, es soll spannender werden, hast du jetzt gedacht, dass du auf ein Cote en bleu referenzierst, was die Hörer zuvor noch nie gehört haben. Ah, okay, danke, Philipp. Ähm, es war unspektakulär und ich glaube, das primäre Problem war tatsächlich, dass zu wenig Käse im Cote en bleu war. Ich bin mir ein bisschen, also Käse ist ja tatsächlich ein wiederkehrendes Thema bei uns und, ähm, man kann selten zu, selten zu viel Käse und, äh, wenn dann ist schlecht, wenn zu wenig Käse. Das ist ja sowohl die Qualität unseres Podcasts, als auch die Qualität unseres Essens tun wir quasi am Amount von Käse, ähm, auch. Hab ich euch schon mal, hab ich euch schon mal, äh, die, die Empfehlung für die bayerische Variante von Cote en bleu mitgegeben? Haut aus. Ähm, äh, du nimmst einfach keinen gekochten, sondern rohen Schinken und als Käse nimmst du Obatzte. Ja, hab ich schon mehrfach gegessen und das ist sehr lecker. Eine fantastische Variation von einem ohnehin schon fantastischen Gericht. Korn, korn, traurhaft. Mai, wie schön. Ähm, ja, aber spätestens nachdem wir die Leute jetzt massiv gelangweilt haben, könnt ihr mal Werbung machen, oder? Ja, zum Beispiel für Maultaschenleberkäse. Wenn ihr, wenn ihr jetzt noch zuhört nach all dem langweiligen Chaos, dann wollt ihr garantiert auch mehr von uns. Und zwar, Punkt, 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 Jürgen. Warum ist das immer mein Part? Warum muss ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen? Ich bin doch schon der, der die Inhalte liefert, ja. Also, äh, jetzt wirklich. Es muss jetzt mal auch, es muss jetzt mal ein Ende haben hier. Dominik, was soll ich nur machen? Ich habe festgestellt, in meinem Kleiderschrank ist gar nichts mehr drin. Ich habe nichts zum Anziehen. Was kann ich da nur machen? Ja, kauf bei minus 5 Grad ein T-Shirt. Oh, toll. Ohne das wäre ich jetzt jämmerlich erfroren. Vielen Dank. Daumen hoch. So ein Quaf, echt. Also, mal Spaß beiseite. Auf den vielfache Wunsch weniger Einzelner haben wir jetzt tatsächlich ein paar Oberteile im Angebot. Und zwar, diejenigen, die bei Twitter und oder Facebook unterwegs sind, haben vielleicht das schon gesehen. Wir haben ein T-Shirt und ein Pullover zur Auswahl. Mit einem Motiv, über das wir uns Monate, wenn nicht Jahre lang, abgestimmt haben. Und was auf Deeply, auf Marktforschung basiert. Genau. Sagen wir mal so, der Aufdruck wurde nach Länge der Buchstaben, also nach Anzahl der Buchstaben berechnet. Ah. Genau. Aber schaut mal tatsächlich rein in die sozialen Kanäle. Der Deal ist nämlich folgendermaßen, wenn wir genügend von denen hier verkaufen und vor allen Dingen auch genügend Resonanz kriegen, dann haben wir nächstes Jahr vielleicht tatsächlich einen Merchandising-Shop am Start. Mit mehreren Motiven. Ja, und das würde uns natürlich persönlich sehr, sehr freuen. Ich habe voll Bock auf coolen Ach-Merch. Ich kann mich gar nicht entscheiden bei den ganzen Entwürfen, die wir nicht genommen haben. Ich würde die alle gerne auch auf T-Shirts drucken lassen. Aber ich muss mal vielleicht an der Stelle nochmal eins sagen. Also, diese T-Shirts sind alle sehr, sehr hochqualitativ und fair und bio und sonst wie. Es ist auf keinen Fall so, dass wir irgendwie da nochmal 100% draufgeschlagen haben, um uns zu bereichern, sondern wir reichen es eigentlich ziemlich weiter, wenn ich mal das so sagen darf. Also, falls ihr euch denkt, so billige Merch-Scheiße-T-Shirts sehe ich eh nicht an. Da kann ich, oder wir können da tatsächlich sagen, nein, dem ist nicht so. Quality. Qualitäts-Podcast, Qualitäts-Merchandise. Ja, naja, es bleiben zwei, drei Euro bleiben hängen, aber tatsächlich werden wir am Ende des Tages die T-Shirts auch selber einpacken und verschicken. Also, vielleicht, wenn ich ganz lustig bin, lege ich noch den einen oder anderen Gruß bei, wenn es nicht zu viele Bestellungen werden. Also, mal gucken. Vielleicht lasse ich mich da noch inspirieren. Und ich habe noch eine coole Information, die ist jetzt quasi hier Podcast-exklusiv. Das wissen die, die auf den sozialen Kanälen bestellt haben, bisher nicht. Ich habe jetzt nämlich mit dem T-Shirt-Produzenten nochmal gesprochen und er hat mir erklärt, dass wir die nicht nur in schwarz haben können, sondern in allen Farben, die bei diesen T-Shirts und Hoodies zur Verfügung stehen. Und das sind ungefähr, lass mich mal kurz nachzählen, bei T-Shirts, ich weiß nicht, so weit kann ich gar nicht zählen, bestimmt acht verschiedene Blautöne, dann noch ein bisschen grün, gelb, orange, rosa, grau, rot. Also, es ist wirklich, glaube ich, für jeden was dabei. Bei den Hoodies sind es nicht ganz so viele, aber auch da gibt es ein bisschen Auswahl. Ich werde das die Tage noch auf der Webseite dazu, merch.das-a.ch, werde ich das die Tage noch aktualisieren, aber es gibt sie nicht nur in schwarz, für alle, die sich da schon irgendwie Sorgen gemacht haben. Sehr gut. Danke. Vielleicht auch, wer schon bestellt hat, ihr könnt natürlich auch nochmal nachkorrigieren. Also, so viel bin ich. Ihr könnt dann noch ein zweites bestellen in der Farbe, die ihr dann wolltet, zu dem schwarzen, das ihr vielleicht schon bestellt habt. Sehr, sehr gut. Okay, so, das war's. An mehr wollten wir, glaube ich, nicht denken. Nein, an mehr dürfen wir nicht denken, ist verboten. Das sagst jetzt du. Wir müssen schon auch noch ein bisschen über die Dinge reden, die so seit der letzten Ausgabe passiert sind. Ja, ich bitte darum. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass es bayerischen Mautaschenleberkäse gibt. Das klingt absurd, das sieht absolut absurd aus. Ich habe hier gerade das Bild davon vor mir und ich glaube, wir haben schon mal in einer Kurzaufnahme darüber geredet und wir werden, glaube ich, noch öfter darüber reden, weil ich werde so lange darüber reden, bis einer sich erbarmt und mir mal so eine Packung kauft. Das ist der Hammer. Das Konzept ist der Hammer. Ja, da ihr offensichtlich mit mir da nicht drüber reden wollt, dann wende ich mich einfach an Adrian von den AppCoholics. Der hat mir das Bild nämlich geschickt. Vielen Dank dafür. Und okay. Vielleicht podcaste ich ihn. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Einfach mit Adrian statt mit euch. Philipp, steig ein, ich habe es nicht verstanden. Es ist halt, aber das hatten wir doch schon jetzt in der Kurzfolge, die jetzt erst noch kommt drüber, oder nicht? Du verwirrst unsere Zuhörenden, glaube ich, massiv. Weil du jetzt was erzählst, was dann in der Zukunft nochmal erzählt wird. Ja, ja, und Dominik kann sich nicht erinnern. Ja, ergibt es wieder so einen Riss im Zeitraumkontinuum. Und wenn ich jetzt nicht hier so auf eine App, die im Vordergrund ist, an meinem Rechner limitiert wäre, würde ich dir jetzt noch die Slack-Konversation, die wir dazu geführt haben, raussuchen, weil da habe ich dir garantiert dieses Bild weitergeleitet. Ja, das habe ich gesehen. Danke, Philipp. Case closed. Ja, was soll ich denn sagen? Ist halt Kram. Ja, ja, ja. Also, danke Adrian. Ja, vielen Dank. Jürgen. Oh Gott, ist zäh heute. Ja, ich habe noch Feedback zur letzten Folge. Ja, nein, ja, doch, gab ein paar. Gab ein paar, die mir die Sorge genommen haben, dass ich hier einfach nur mir selbst eine schöne Folge gestrickt habe, die ich ja von, ich möchte jetzt keine Namen nennen, habe ich diese Sorge so ein bisschen durchklingen hören. Aber die Leute haben zurückgemerkt, die hatten trotzdem Spaß und sie fanden es angenehm, dass ich mich für das Thema begeistern konnte. Und das hat sie mitgerissen. Das fand ich sehr schön. Und Jürgen, soll ich dir was direkt aus meinem eigenen Feedback sagen? Ich habe die Folge, nachdem ich sie geschnitten habe und dann wirklich gedacht habe, ich weiß nicht, ob die nicht Längen hat und so, jetzt mit viel Abstand nochmal gehört und muss sagen, die passt. Also das ist dann wieder das Problem, man sitzt zu nah am Gerät. Und weißt du, wer die Folge noch gehört hat? Der Tobias, der hat uns nämlich was geschickt und das hören wir jetzt mal an. Dann kannst du auch weitergeben, dass ich eigentlich mit meinem neuen Wohngebild auf dem Weg in die Alpen war und euren Podcast auf der Fahrt gehört habe und dann mir gedacht habe, so ein guter Kletterer in der fränkischen Schweiz verunglückt. Na, das muss ja was hertun. Und ihr habt mich inspiriert. Ich bin rübergegangen und letzten Endes auch den Klettersteig mit allen Schikanen in der gesamten Schwierigkeit, weil ich dann doch mal wissen wollte, worüber ihr da so gesprochen habt. Und es war hervorragend. Es war wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass Klettersteige in der Form in einem Mittelgebirge vorkommen. Vielen Dank dafür. Ja, das war Tobias. Das ist der größte Triumph, den der Jürgen bisher hatte mit dem Podcast. Das ist ja fantastisch. Super. Ey, soll ich nur sagen, ich habe halt den Tobias erst dazu gepusht, mal sich so eine Podcast-App zu installieren. Dann hat er angefangen, uns zu hören. Und jetzt sowas. Also das sind so Steigerungen. Da denkst du, wow, wie geil einfach. Fantastisch, fantastisch. Nein, sehr schön. Tatsächlich, ich muss ihm mal recht geben, ich bin da auch immer wieder erstaunt. Und tatsächlich gibt es in der Fränkischen Schweiz nur so eineinhalb Klettersteige. Und umso schöner, dass der eine, der da ist, eigentlich auch ganz schön ist. Cool. Aber wir müssen auf jeden Fall, du hast ja schon angekündigt, spätestens wenn du deinen Partybus hast und Corona vorbei ist, werden wir mal da gemeinsam hinfahren müssen, weil das ist ja wirklich vor der Tür. Aber hallo, ja, für dich, ja. Okay, aber ja, 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 ist fest eingeplant. Und ich wäre jetzt tatsächlich, wäre ich jetzt fast die Tage schon mal rausgefahren. Haben wir uns schon überlegt, ob wir mal die Kinder einfach zu Hause einsperren und mal diesen Klettersteig gehen. Ein paar Mathe-Aufgaben geben. Rechne mal diesen Algorithmus nach. Ja, aber irgendwie, es war dann doch, es ist halt immer doch recht weit von uns aus. Und wenn dann das Wetter nicht perfekt ist, dann ist es schon schwer, irgendwie dann sich aufzuraffen, so weit zu fahren und dann irgendwie draußen zu frieren. Aber ja, wir machen das auf jeden Fall. Vor allem, wenn es so weitergeht mit den vielen auch monetären Rückmeldungen, die wir so bekommen. Also tatsächlich merkt man so ein bisschen, dass es auf Weihnachten zugeht und die Leute großzügig werden. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank an Sibylla, an Sepp, an Michael, der war sehr, sehr großzügig. An Christian, an Janina, die hat mir ein Buch geschickt. Vielen Dank an Thomas und Coralie, die haben auch was mit dem Betreff Weihnachtsgeld gespendet. Eine sehr großzügige Spende. Vielen, vielen Dank. Sebastian, noch vielen Dank. Und dann habe ich noch Felix zu danken. Und da musste ich jetzt schon mit mir ringen, ob ich mich da jetzt für bedanke. Ich mache es jetzt noch einmal. Lese die Mail dazu vor und dann müssen wir echt mal darüber reden, ob das so als Konzept eine Zukunft hat. Felix hat nämlich geschrieben. Nachdem meine Schwester Leni euch beim letzten Mal so schamlos als 3-Cent-Gruß-Service verwendet hat. Es ist so klar, was passiert. Dachte ich mir, dass ich einen Teil meines Weihnachtsgeld auch als Ausgleich für ihren Gruß verwenden kann. Und zugleich ein von uns beiden sehr liebgewonnenes Projekt unterstützen kann. Damit frohe Weihnachten oder Frühdezember, keine Ahnung wann die nächste Folge kommt, für euch und macht weiter so. Und dann hat er noch einen Gruß an seine Schwester, Ed Alena. Das ist ein Teil meines Weihnachtsgeschenks an dich. Ich hoffe, du findest was ähnlich Tolles für mich. Hervorragender Grußdienst. 10 von 10. Sehr guter Service. Jederzeit wieder. Liebe Grüße, Felix. Und ist das die Frage, hat er 4 Cent geschickt? Nein, nein, nein. Tatsächlich muss ich sagen, wenn das nur ein Teil des Weihnachtsgeschenks von Felix an seine Schwester ist, dann allen Respekt. Das auf jeden Fall liegt über dem, was ich so für meine Schwester monetär einplanen. Ja, deine Schwester darf auch im neuen Jahr wieder geile A-Folgen machen. Ich will es erlauben. Ein gutes Geschenk. Ja, aber ich wusste ja gar nicht, dass Podcast-Grüße so viel wert sind. Ich werde jetzt einfach gar nichts mehr kaufen. Ich werde nur Leute von meinem Podcast aus grüßen. Das kommt von Herzen. Ach so, ich habe jetzt gedacht, statt Miete zahlen, ich könnte es auch im Podcast grüßen. Wie schaut es aus? Ja, Miete, vom Konzept Miete halte ich eh nicht so viel. Aber wenn ich Miete zahlen würde, dann wäre das auch so ein, ja, ja, nicht schlecht. Ach, noch was. Ich habe noch ein schönes Schreiben bekommen, das auch vom Tobi, ich weiß nicht, ob das der gleiche Tobi ist und das werde ich euch jetzt nicht ganz vorlesen. Aber Dominik, wie du dich sicher erinnerst, ich habe dir das ja auch weitergeleitet. Tobi hat sich gemeldet auf unsere Folge 3 hin, die ja nun doch schon ein, zwei Wochen her ist. Jetzt weiß ich nicht, könnt ihr euch erinnern, wer der Hauptcharakter in Folge 3 war? Ähm, der Philipp, der Dominik und der Jürgen. Also, wir hatten Folge 0 war die Klo-Story, Folge 1 waren die Schweine vor Gericht oder die Tiere vor Gericht. Ähm, uiuiui, wer kam denn dann? Dann war Muskel-Adolf. Stimmt, und dann müsste doch schon der Karl Peters kommen. Ganz genau. Und hier haben wir mit Tobi, haben wir einen waschechten, eingeheirateten Nachfahren von Karl Peters. Ja, im Übrigen, das ist ein anderer Tobi als der Tobias von, aus dem Audiobeitrag. Ja, ich hätte das sein können, es kann ja unmöglich mehr als zwei oder drei Tobis nur geben. Ja. Aber also, mega krass, dass der direkt verwandt ist, auf jeden Fall. Naja, er ist nicht direkt verwandt, aber seine Frau. Ja, aber im Übrigen ist er dann auch verwandt, so. Ja, ja, er ist verwandt, ja, direkt impliziert ja Blutlinie, würde ich sagen, oder? Aber, ähm, genau, er ist eingeheiratet verwandt. Und seine Kinder sind auf jeden Fall in direkter Blutslinie Nachfahren von Karl Peters. Und, ähm, über die Kinder haben wir dann auch noch ein bisschen uns ausgetauscht, weil ja die Frage im Raum stand, ob jemand, der Nachfahre von Karl Peters ist, vielleicht auch Landbesitz in Afrika hat. Und, ähm, er hatte ja auch schon diese Hoffnung, aber die konnte sich bis jetzt nicht bestätigen. Also, sehr, sehr schade. Aber er hat, er hat schon gesagt, dass er vielleicht seine Kinder da mal, ähm, drauf, drauf ansetzt, auf dieses Thema. Na Gott. Also, wir machen irgendwann auf jeden Fall mal, du, die, äh, die Ansammlung der fünf spektakulärsten Dinge, die wir jemals irgendwie, wie jemand auf uns gestoßen ist oder wie jemand dann verbannt ist, wie jemand was entdeckt hat und so. Und ich würde mal sagen, das ist bisher ein Top 3. Das ist weiß man vorne auf jeden Fall. Das ist eine sehr spektakuläre Geschichte. Mein Arbeitskollege, der nicht geschneit hat, dass ich und der Typ im, äh, in seinem, äh, Gehörgang, die gleiche Person ist so. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch noch mit vorne dabei. So, und dann, ja, dann gucken wir mal. Ja, aber schickt uns doch mal, liebe Zuhörenden, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Sei es, ja, ganz harmlos mit Empfehlung oder auf irgendwo Podcast-Verzeichnis gefunden. Oder, wie auch immer, kontaktiert uns auf Daumenpage, das-a.ch, auf Twitter oder auf Fazzebook. Ich habe ein bisschen Angst, dass die, die Haupt, der Hauptteil der Leute sagen wird, dass wir sie dazu gezwungen haben, da irgendwie reinzuhören. Hm. Wir müssen halt der Wahrheit ins Gesicht sehen. Die, wie du oftmals schmerzvoll an mir siehst, kannst du Leute selten zu Dingen zwingen. Du musst es intrinsisch ihnen wecken, dass sie es extra, also, dass sie es machen wollen. Ja, ich mache, ich begehe ja auch manchmal den Fehler, dass ich von mir, äh, versuche, allgemeingültige Dinge abzuleiten. Ah, ganz großer Fehler. Stell dir immer wieder fest, es ist, es ist einfach Quatsch. Arnulf von Metz. Habt ihr den schon mal gehört? Nein. Aber ich habe Verwandte, die Metz heißen. Ja? Vielleicht bin ich diesmal derjenige, der Verwandt ist. Und sind die, äh, sind die, äh, ja, ich weiß, was Philipp jetzt sagen will. Ich bin fast sicher, ich weiß, was Philipp jetzt sagen will. Dann bring es doch du mal, bitte. Dann sag ich dir, ob ich es gesagt hätte. Wolltest du jetzt den Metzgerei-Witz machen? Ja, natürlich. Dann mach du ihn. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben ihn schon mal gemacht, oder? Also Metzgerei-Bongsack, fantastisches Audioformat. Gibt es das eigentlich noch? Äh, ja und nein. Als Audioformat meinest du es nach nicht mehr, aber Regener war erst vor ein paar Jahren auf fränkischen Bühnen unterwegs und hat so eine, äh, Bockensack-Reloaded-Tour gemacht. Also das so ein bisschen so ein Reboot zu machen. Sehr cool. Ja, ja, ähm, ich, 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 ich hab das Gefühl, wir müssen den Leuten jetzt trotzdem diesen Witz noch liefern. Dominik, ich, ich, ich kenne ihn tatsächlich gar nicht. Aber der ist, der ist doch naheliegend. Ja, kommt, kommt ein Mann, kommt ein Mann in die Metzgerei und sagt, ja, hallo, ich bin der Herr Metz. Ja, was wollen Sie denn jetzt da? Na ja, da draußen steht doch, Metzgerei. Oh Gott, ist der schlecht. Der ist fantastisch. Ach, herrlich. Ja, okay. Anus von Metz. Müsst ihr euch gar nicht lang merken, der ist nämlich eigentlich gar nicht wichtig, aber, ähm... Guter Start für die Story. Der Typ ist nicht wichtig. Vergesst's ja wieder. Dreht mal um. Ist egal. Nein, 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 sein Ableben oder sein, äh, sein, 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 sein post, äh, sein postmortales, sein postmortales Leben. Äh, äh, sein, 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 sein postmortales Nichtleben ist doch interessant. Anus von Metz... Postmortales Nichtleben, okay, jetzt bin ich echt gespannt. Ja, ja, der ist Bischof, ja, und der hat jetzt tatsächlich, sein Leben ist jetzt für das Thema nicht so relevant. Er stirbt im Jahr 640 und als, äh, Jahre nach seiner Beerdigung, er wurde irgendwann heilig gesprochen und, äh, daraufhin wurden dann seine Gebeine irgendwann wieder ausgebuddelt und von, von, äh, der Stelle, also ich nehme an, der war in irgendeinem Kloster oder irgendeiner Kirche dann beigesetzt, ähm, da wurde er dann ausgebuddelt und, äh, in seinen Heimatort überführt. Nach Metz. Hä? Logischerweise, ja. Ja. Und, ähm, auf diesem, auf dieser Reise trägt sich der Legende nach Folgendes zu. Es ist ein sehr, sehr heißer Tag. So heißt, dass alle Beteiligten an der Prozession schrecklichen Durst leiden. Und Prozession, ähm, könnt ihr euch ruhig so vorstellen, wir reden hier über Dimensionen von 5000 Männern und einer nicht, äh, näher spezifizierten Zahl an Frauen und Kindern. Also, ähm, 5000 plus Personen. Aber erklär doch vielleicht... Ich dachte kurz, dass du sagst, eine und einer nicht näher spezifizierten Frau. 5000 Männer und eine Frau. Aber sag doch erst mal allgemein, was ist eine Prozession überhaupt? So, so per Definition. Das weiß ich doch nicht. Ich, äh, das ist halt einfach eine Sammlung Menschen, die, äh, gerade von A nach B latscht, um irgendwas Wichtiges zu tun. Gibt's da eine... Ist das, ist das ein wirklich kirchlicher Begriff für das, was man da tut? Für, für Leichen transportieren? Naja, also, andersrum, ich glaub sozusagen, das ist ja nicht nur, dass du den, dass du ans Ziel kommen willst, sondern dass du auf dem Weg, dass du den Weg in bestimmter Weise bestreitest. Also, zum Beispiel, es gibt ja so Prozessionen, wo du sagst, da betest du dann unterwegs die ganze Zeit und ähnliches. Also, ich glaub... Aber der Kreuzweg ist quasi so der, die Parade-Prozession, oder? Du, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich, ob das wirklich limitiert auf diese, auf diese christlichen, ähm, Aufgaben, äh, christlichen Vorhaben ist. Okay, einmal kurz Prozession, eine Prozession, laut Wikipedia, in der Bedeutung mit Prozession, auch lateinisch so und so, ist ein religiöses Rhetoral, bei der eine Menschengruppe einen nach bestimmten Regeln geordneten feierlichen Umzug oder Umgang meist zu Fuß vollzieht. Alles klar, gut. Okay, alles klar. Das hätte ich jetzt aber auch nicht näher erklären müssen, weil das war ja genau das, was ich quasi beschrieben hab. Ja, jetzt haben wir... Prozession. Jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also, ähm, es ist ein sehr heißer Tag, ein wirklich sehr heißer Tag. Heiß. Wisst ihr noch, wie viele Leute dabei waren? Habt ihr aufgepasst? 5.000 Männer und eine nicht näher genannte Anzahl an Frauen. Ja, und es ist 36 Grad und es wird noch heißer. Macht den Beat nie wieder sehr leise. Und du hast jetzt quasi alle nicht näher spezifizierten Kinder unterschlagen, die auch noch mitprozessieren. Also, notgedrungen, kehrt jetzt diese ganze Bagage vor lauter Durst in das einzige Wirtshaus, das da in diesem einen kleinen Städtchen ist, das da auf dem Weg von wo immer sie loslaufen bis nach Metz gibt. So ein kleines Dörfchen. Und da gibt's nur ein Wirtshaus und die haben jetzt alle wahnsinnigen Durst. Und kehren da ein. Und der Typ macht den Umsatz seines Lebens. Hoffentlich. Ja, nicht. Nee, eben nicht. Der hat nämlich das Problem, es gibt nur noch einen einzigen Krug Bier. Und jetzt machen sich... Der wird versteigert. Jetzt machen sich die... Das ist so ein küssliches Gleichnis, was jetzt kommt. Jetzt machen sich die Männer über dieses Gesöff her. Und siehe da, nachdem die sich alle wirklich fürstlich dran gelabt haben, ist sogar noch genug drin, dass die Frauen und auch noch die Kinder einheben dürfen. Ja, Frauen und Kinder auch noch. Okay. Nochmal zur Erinnerung, 5000 plus, Leute. Okay. So. Der magische Krug ist leider verschollen, aber aus dieser Geschichte heraus wird der heilige Arnulf von Metz zum Schutzpatron der Bierbrauer und Müller. Oh. Uh. Aber eigentlich ja ganz schön blöd, ne? Weil der macht ja den die Arbeit kaputt, wenn der so einen Krug zu verantworten hat, der nie leer wird. Was soll ich denn hier wieder zu meinem Bierbrauer gehen? Das ist ja eine ganz blöde Idee. Also tatsächlich sind diese ganzen Origin-Stories manchmal ziemlich bescheuert. So. Also ich meine, ich finde den jetzt schon ziemlich schwierig, weil das ist ja in der Zeit, wo du es wirklich noch nachvollziehen kannst. Weil ich meine jetzt irgendwie, keine Ahnung, so Jesus Christus im Jahr 0 oder 30 vor und sonst wie. Das ist wenigstens schon ein paar tausend Jahre her. Aber das war ja gefühlt erst vor ein paar Jahren. Vorgestern. Vorgestern. Aber ich war neulich in Ulm, übrigens glaube ich die schönste Stadt der Welt. So, ich bin schwer begeistert gewesen von Ulm. Und es gibt vom Ulmer Münster gibt es auch so eine Origin-Story, die im Wesentlichen darauf beruht, und dass ein, ich glaube ein Kreuz oder irgendein langes Teil quasi nicht durch die Tür gepasst hat. Und die ganze Begeisterung dann am Schluss ist, dass sie es einfach statt Querlängs reingetragen haben. Und das ist die ganze Geschichte. Geil. Das ist fast wie die... Vor, ich weiß gar nicht, 20 Jahren oder so. Und wollten zur Eröffnung, eine feierliche Eröffnung mit Rhönrad fahren in der Turnhalle. Und haben festgestellt, scheiße, die Türen sind alle nicht groß genug, um diese Rhönräder da reinzukriegen. Also sie haben dann aber die Tür größer geklopft, um die Rhönräder doch irgendwie reinzukriegen. Ich wollte gerade fragen, ob du nicht die Rhönräder vielleicht so mit so... Ich weiß ja nicht, sind die ein Stück? Oder kannst du die vielleicht so Metallguss-Steckmäßig auch auseinanderziehen? Ich weiß nicht. Also sie haben dann tatsächlich, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, die Wand aufgeklopft ein Stück weit, dass sie die dann durchgekriegt haben. Sehr gut. Menschen sind bizarr. Ja. Und auch wenn sie schon gestorben sind, so... Nein, Quatsch, das war nur meine Einleitung. Es geht heute ganz am Rande, geht es um Bier. Vielmehr geht es um was anderes. Und zwar um die Geschichte der Kneipe. Uh. Ich muss jetzt einen kurzen Hinweis machen. Jetzt habe ich gerade einen kurzen Heben. Ich fühle mich auch... Es ist eng verbogen mit Bier. Ich fühle mich ganz schlecht. Ja, es ist eng verbogen mit Bier. So, ich habe nämlich hier... Mir hat nämlich jemand ein Buch geschickt. Eine kleine Geschichte der Kneipe. Und hat mich gefragt, ob ich nicht mal über dieses Buch reden möchte in meinem Podcast. Ich würde auch eine Kiste Bier dafür bekommen. Und dann habe ich erst mal gesagt, ey, du spinnst doch. Und dann habe ich reingeblendet und habe mir gedacht, ach, eigentlich nimmt mir das viel, viel Arbeit ab. Und das Bier nehme ich gern. Und jetzt geht es eigentlich um Arsen, Teil 2. Ich wollte es nur unterbringen, damit ich jetzt die Kiste Bier kriege. Nein. Also mir hat jemand tatsächlich... Das war jetzt kein... Das ist jetzt kein offizielles Sponsoring oder irgendwas. Mir hat jemand tatsächlich ein... Er hat gedacht, das passt thematisch ganz gut zu uns. Und was soll ich sagen? Die Person hatte recht. Ich habe mir dieses Werk, ich weiß nicht, ich habe es wirklich auch hier gelesen und mit Textmarker vollgeschmiert. Und da sind viele schöne Dinge drin. Das ist geschrieben von Bernd Imgrund, einem Spiegel-Bestseller-Autor. Ja, hier Qualitätssiegel und so. Und bevor die Kiste Bier nicht da ist, geht unsere Folge nicht online. Das ist eine haltlose Drohung übrigens. In dem Moment, wo du es hörst, ist der schon draußen. Naja, eigentlich habe ich es ja gemacht, weil Kneipen und Bier, genauso wie Klettern, sind auch Herzensthemen von mir. Und ich habe die Chance gesehen, ein richtiges Herzensthema in diesen Podcast zu bringen. Da bin ich sehr gespannt. Wie würdet ihr denn jetzt Kneipe überhaupt mal definieren? Und wer klickt da hier die ganze Zeit im Hintergrund? Es ist ja tatsächlich so, dass ich das schöne Wort Pilzlokal bisweilen immer wieder sehe. Und letztendlich ist es genau das so. Statt einem Pilzlokal, ein Bierlokal an sich. Also ich glaube, dass der Ausschrank von Alkoholika gerade in Deutschland schon zwingend dazugehört. Und das quasi das Primäre ist so. Es kann irgendwie Lebensmittel können gereicht werden, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du da zum Essen hingehst, sondern du gehst da zum Trinken hin und verbringst dann noch Zeit in Gesellschaft. Ja und ich wollte gerade sagen, ich glaube gerade in kleinen Gemeinden und natürlich deutlich früher war die Kneipe beziehungsweise auch so die Wirtschaft im Dorf so ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Anlaufpunkt, wo man sich getroffen und gesehen hat, sich ausgetauscht hat und wo viel Gemeindeleben stattfand. Und noch bevor eine Feuerwehr oder ein Obst- und Gartenbauverein entstanden ist in einem kleinen Dorf, gab es immer eine Dorfwirtschaft. Das ist natürlich eine Sache, die stark im Abnehmen ist, aber früher war das halt eine sehr, sehr große Sache für kleine Städte. Das ist cool. Ihr habt viele Aspekte jetzt schon vorerahnt, die wir jetzt alle noch weit ausbreiten werden, aber tatsächlich habt ihr es ganz gut, oder Dominik hat es eigentlich schon sehr, sehr genau umrissen. Ich finde es ein bisschen dreist, dass du sagst, wir haben es ja erahnt, als ob wir es nicht gewusst haben könnten. Nicht alles, was wir an Wissen haben, ist nur eine Ahnung. Ich sag ja, ihr habt ja viel weitere thematische Aspekte da jetzt noch mit reingestrickt, sowas wie das Vereinsleben, die wirtschaftliche oder die Bedeutung einer Kneipe für ein Dorf und so. Das sind alles Themen, die werden wir heute mal noch irgendwie so ein bisschen zumindest anschneiden. Aber im Grunde die Definition, die du gegeben hast, jetzt wollte ich dich gerade loben, Dominik, aber jetzt bringe ich es nicht mehr über die Lippen. Ich lese einfach vor, was Wikipedia dazu sagt. Die Kneipe ist eine Gaststätte, die hauptsächlich dem Konsum von Bier, aber auch anderen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken dient. Ja, man hätte es auch mit weniger Worten einfach mal ganz klar auf den Punkt bringen können. Das ist eine sehr deutsche Definition, aber in Frankreich würde es, glaube ich, weniger über das Bier definieren, oder? Naja, der Begriff Kneipe ist ja auch jetzt ein Deutscher, mehr oder weniger. Ich meine, es gibt in anderen Kulturkreisen ähnliche Entsprechungen, witzigerweise sehr, sehr ähnliche, die aber auch mit anderen Begrifflichkeiten da schon wieder einen anderen Schwerpunkt legen. So wie zum Beispiel in England hast du den Pub, Pub kommt von Public, da ist der Schwerpunkt irgendwie nicht so sehr auf Trinken. Ach, ich war echt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ja. Ja, das war mir auch nicht klar. Also klar ist es total naheliegend, aber das habe ich mir noch nie bewusst gemacht. Aber da ist ein ganz anderer Aspekt im Vordergrund, schon allein dadurch. So, und bei uns geht es halt ums Trinken. So, in England, die trinken auch viel, aber eigentlich geht es denen vielmehr, okay, das ist ein Ort, wo jeder rein kann, ja, wo irgendwie offen für die breite Masse, da spielen gesellschaftliche Stände keine Rolle und weißt du, alles, was das impliziert halt. So, also da ist der Schwerpunkt einfach woanders. Ja, also ich würde sagen, auch eine Kneipe ist jetzt auch nicht nur das, was Wikipedia so ganz arg auf den Punkt runterbricht, sondern da steckt schon noch ein bisschen mehr drin. Und da habt ihr jetzt auch schon einen Vorgeschmack gegeben. Sie ist nämlich auch ein sozialer Ort, weil ich finde auch, dass, oder das habe ich mir natürlich auch ganz clever aus diesem Buch hier abgeschrieben, ohne Menschen ist eine Kneipe keine Kneipe. Und es gibt ja dann auch, es gibt ja auch ähnliche, ähnliche oder, ja, ähnlich oder analoge, analoge Einrichtungen, ja. Zum Beispiel für die Religion gibt es so eine Kirche, ja, da kommt man zusammen, um gemeinsam zu beten und auch Wein zu trinken. Und so kommt man in der Kneipe auch zusammen, um einfach zu sozialisieren, also um auch irgendwie zusammenzukommen, zusammenzufinden, ja, sich verbunden zu fühlen und halt auch zusammen zu saufen, ja. Also das ist eine, ja. Ich habe gerade, ähm, wie heißt denn dieser Horrorfilm, dieser deutsche Roman, wo der Typ irgendwie diese Frauen tötet? Der goldene Handschuh, der in diesem Teufel-Milieu von Hamburg spielt. Das ist echt schlimm, dass das irgendwie jetzt das erste Bild ist, was mir einfällt und ich habe nur den Trailer dazu gesehen. Außer ich habe den Film nicht gesehen und das Buch nicht gelesen. Ich habe das Buch gelesen. Es ist sehr gut geschrieben, aber wenn man irgendwie ein Problem mit, oh, menschlichen Abgründen hat, dann Finger weg. Das ist schon wirklich, schon wirklich sehr hart, ja, 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 ja. Und zwar nicht auf so einer, auf so einer, oh, wie kann ein Mensch so, so fies und hinterlistig sein, ähm, um des Hinterlists willen, sondern das ist halt einfach ein Säufer, der dann auch noch ganz absurde Triebe hat und so und du liest es die ganze Zeit mit und, ähm, empfindest natürlich die ganze Zeit so eine Mischung aus Abscheu und natürlich auch Neugier, deswegen liest man ja auch weiter. Ja, aber wenn man damit nicht klar kommt, dann würde ich echt sagen, bei dem, äh, bei dem Buch, Finger weg. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie gutes Buch sein kann, äh, Entschuldigung, der Film dazu sein kann, weil halt diese Schilderungen einfach so hart sind, wo ich mir denke, das glaube ich kann einen Film gar nicht erreichen für mich in der Form. Aber das ist natürlich wieder das, das alte, oh, das Buch ist natürlich besser als der Film, hm, hm. Hm, kann ich nicht mitreden, ich habe weder das eine noch das andere gesehen, aber, ähm, naja. Oder du schnappst dir die Audiobuchform gelesen von, von Strunk selber. Ja, naja, das wäre, das wäre natürlich schön, weil auch Fleisch ist mein Gemüse, habe ich ja, äh, das ist ja ein, ein höchst banales Werk und wenn man eigentlich mit Musik auch nichts irgendwie anfangen kann, aber das ist so, so schön gelesen, das habe ich mit Freude, habe ich das, äh, von Anfang bis Ende genossen als Audiobuch. Ähm, von daher, ja, der könnte mir wahrscheinlich alles Mögliche vorlesen. Das würde für mich, denke ich, funktionieren. Ja, Kneipe, Kneipe, Kneipe ist, äh, Eskapismus, Kneipe ist, äh, Alltagsflucht, es ist ein Ausflug ins Banale, ja, es hat, es hat, es erfüllt viele Funktionen. Und ein ganz wesentliches Merkmal von einer, von einer Kneipe ist, äh, die Atmosphäre. Und die entsteht jetzt natürlich zum einen so ein bisschen durch die, durch die, äh, Aufmachung, ja, durch das Konzept vielleicht, wenn es eins gibt, ja, durch die, durch die Einrichtung, ähm, wie das wirkt. Aber viel, viel mehr noch natürlich durch die Leute, die drin sitzen, also durch die, durch die Gäste, ja. Selbst wenn jemand, selbst wenn jemand nur stumm in der Ecke sitzt, ähm, und vor sich hin dringt, nimmt der einen entscheidenden Einfluss auf die Atmosphäre. Da muss ich jetzt, in dem Moment, wo du dieses Bild zeichnest, muss ich sofort an, ähm, Piano Man von Billy Joel denken. Oh. Wo er quasi im Liedtext sämtliche Charaktere durchgeht, die da quasi jeden Abend drin sind und alle ihre Hoffnungen und, äh, failed hopes haben. Und, ähm, das ist tatsächlich, ich, ich hab wenig, wenig, ähm, Songs, die ich so, ähm, wegen ihrer Texte auch liebe. So, ich bin auch gerne jemand, der den Text ausblenden kann, gerade in einem englischsprachigen Song. Aber Piano Man von Billy Joel ist wirklich, äh, was, wo ich Wort für Wort auswendig kann und, ähm, den hab ich jetzt ab sofort als Soundtrack für diese Folge im Kopf. Oh, ich liebe diesen Song, der ist ganz, ganz großartig. Meine erste Assoziation war natürlich hier Ditsche, und zwar die Figur der Schildkröte, gespielt von, wie heißt der, Janach, äh, äh, lebt leider nicht mehr. Und der, äh, äh, das war eben so ein Stoischer in der Ecke Sitze, dessen Catchphrase einfach war, halt die Klappe, ich hab Feierabend. Aber dann wird euch wahrscheinlich dieses Buch gefallen, da, da geht's auch tatsächlich, äh, werden diese, diese Stereotypen, die es da so gibt, ähm, auch sehr ausführlich, ausführlich, äh, besprochen. Das, soweit wollte ich jetzt an der Stelle nicht gehen, aber, ähm, ich, ich finde dieses Bild schön. Ich finde's, ich finde schön, wenn man sich das so klar macht, dass eigentlich auch, auch die, die nur da sind, die einfach nur da sind und passiv, äh, versuchen diese Atmosphäre auf, auf zu saugen. Selbst die formen, formen diese Atmosphäre mit. Und damit, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, unterscheidet sich die Kneipe zum Beispiel sehr, sehr stark von anderen Freizeitaktivitäten, ja, wie zum Beispiel Theater oder Museum. Ja, aber da geht's überhaupt nicht, geht's überhaupt nicht drum. Oder ja, nur vielleicht... Wer da sonst so am Start ist. Vielleicht so ein ganz kleines Maß, ja, ähm, interessiert dich im Theater, dass die anderen alle die Fresse halten, okay. Aber darüber hinaus spielt das Publikum keine so große Rolle. Und besser wäre vielleicht jetzt der Vergleich zum Fußballstadion, wo man auch sagen kann, okay, der Fan, der da drin ist, nimmt schon auch entscheidend Einfluss auf die Atmosphäre, ähnlich wie es in der Kneipe ist. Wobei natürlich da, glaube ich, eher so die große Gruppe, die was tut, interessanter ist als in der Kneipe, wo der Einzelne, glaube ich, viel mehr Einfluss hat als im Fußballstadion. Ja, natürlich, da geht der Einzelne ein bisschen unter, weil wir da von ganz anderen Dimensionen sprechen. Aber ich sage ja, es ist nicht komplett analog dasselbe, aber der Vergleich ist schon erlaubt, glaube ich, an der Stelle. Das macht Sinn. Franz Dröge und Thomas Kramer-Bardoni, das sind zwei Soziologen, sie sprechen aus den genannten Gründen auch nicht von einem Kneipen-Publikum, sondern von einem Kneipen-Ensemble. Und das fand ich einen sehr schönen Begriff. Oh. Weil an diesem magischen Ort alle zum Darsteller werden und viele auch eine Rolle spielen, die sie vielleicht außerhalb von dem Mikrokosmos-Kneipe gar nicht spielen würden. Also auch das gehört mit dazu. Selbst wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst da rein in eine Kneipe, bist du vielleicht nicht dieselbe Person, die du außerhalb dieser Kneipe wärst. Also du wächst jetzt gerade in eine, du wächst, ja also erstens natürlich, zweitens wächst du gerade eine Wehmut in mir, da ich jetzt nicht irgendwie in Corona-Zeiten in eine solche Kneipe gehen kann. Aber da hätte ich schon Lust. Das ist ja das, was mir an dem Thema so gefallen hat. Ich fand, man muss mal ein Loblied auf die Kneipe singen an der Stelle und das ist mein Beitrag zum anhaltenden Lockdown, jetzt noch immer, hier Anfang Dezember 2020. Man muss auch mal an die schönen Dinge denken, die vielleicht irgendwann mal wieder möglich sind, wenn wir uns jetzt ein bisschen zusammenreißen. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, diesmal war ich es aber selber. Der Schweizer Volkskundler Uli Geier, Uli Geier schreibt. Klingt sehr schweizerisch. Er schreibt jetzt einen Ticken zu negativ formuliert. Ja, also das ist jetzt so die andere Sichtweise. Ich meine, so gesehen fragt man sich doch, woher er dann die viele Erfahrungen hat offensichtlich, weil er trotz negativer Erfahrungen offensichtlich sehr gut weiß, was in so einer Kneipe passiert. Also geht er da wohl auch hin. Warum gehen die Leute in eine Kneipe, anstatt zu Hause zu trinken, wo es doch viel günstiger ist. Es gibt auch andere, die da zu Schlüssen kommen, zum Beispiel Samuel Johnson ist ein Schriftsteller, der beschreibt es mit, nichts hat der Mensch geschaffen, das so viel Freude beschert wie eine gute Kneipe. Und weiß ich jetzt auch nicht, ob man das jetzt 2020 noch so… Ich habe ja einen Tipp zu positiv. Naja, naja. Irgendwas zwischendrin. Vor 20 Jahren hätte ich das vielleicht auch noch irgendwie eher nachvollziehen oder unterschreiben können. Das passt mir, das wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen tatsächlich heute. Aber dann kam die Frau, die dich aus dieser Hölle befreit hat. Naja, nachdem sie sich nicht mit in diese Hölle hinein hat ziehen lassen. Naja, wir kommen da glaube ich noch hin, warum das heute wieder anders ist, als in der Zwischenzeit mal war. Aber jetzt schauen wir doch mal, wo das Ganze irgendwie angefangen hat. So, wann fing der Mensch an, organisiert zu saufen? Ich würde sagen, sehr, sehr lange her, weil Bier geht ja noch weit, weit zurück. Was ist das? Babylonia, glaube ich? Haben wir den Bierbrauen bekannt rumgemacht. Das gab es ja, also das muss ja auch nicht nur Bier sein, das kann ja auch Wein so. Das haben die alten Römer ja garantiert auch schon gehabt. Das gab es garantiert Ägypten auch schon irgendwie so 4000 vor Christus, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage 4000 vor. Es ist mehr oder weniger alles richtig, aber vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Also Alkohol, muss man vielleicht auch wissen, kam schon in der Ursuppe vor. Also schon die ersten Einzeller, aus denen wir irgendwann uns mal weiterentwickelt haben, sind irgendwie in der Mischung aus Faulgasen und Alkohol herumgesuppt. Also das konnte ich jetzt nicht so richtig biologisch verifizieren, weil mir da auch einfach das Hintergrundwissen fehlt. Aber so steht es zumindest in diesem Buch. Und es ist eine schöne Anekdote, finde ich. Ja, ich wollte gerade sagen, das hätte aber, glaube ich, eher weniger mit dem bewussten Konsum von Alkohol zu tun. Nein, 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 nein. Trotzdem sehr nett. Aber vielleicht schon, wenn man der Frage auf den Grund geht, warum der Mensch dem Alkohol so zugewandt ist. Obwohl es ja, also faktisch ist es ein Nervengift. Ja, aber warum, warum seit, ich weiß nicht, 10.000 Jahren pfeifen wir uns dieses Nervengift rein? So, warum? Du argumentierst jetzt quasi, dass wir aus der Ursuppe überhaupt erst rausgekrochen sind, weil wir mehr von dem geilen Zeug wollten? Du, ich argumentiere gar nicht. Ich zeige euch nur den Weg und wie ihr ihn beschreitet, das überlasse ich vollkommen euch. Okay, alles klar. Also, Wissenschaftler gehen im Übrigen davon aus, dass schon die Vorfahren der Menschen wussten, dass wenn Früchte auf den Boden gefallen sind und dort so süßig, faulig, vergoren sind, dass die dann eine ganz andere Wirkung hatten, als die diese frisch aus den Ästen pflücken. So, da feuern die Synapsen im Gehirn ganz anders, ja, da steigt die Stimmung, da hat man auch irgendwie den Mut, auf so einen Säbelzahntiger irgendwie mal loszugehen, ja. Was nicht zwangsweise gut ist. Ich sage ja, die Schlüsse überlasse ich euch, aber man geht schon davon aus, dass auch sehr, sehr frühe, ja, als wir noch Affen waren, dass da das durchaus schon ein Stück weit bekannt war, dass es diese Wirkung gibt, die Alkohol haben kann. Und ob die Affen jetzt deshalb vom Baum gekommen sind, ja, und sich dann den aufrechten Gang angeeignet haben, das würde ich jetzt wiederum bezweifeln. Aber man kann sich schon vorstellen, dass die da auch irgendwie vielleicht runtergekommen sind und gemeinsam solche alkoholhaltigen Früchte dann verzehrt haben. Und weil in der Gruppe, ja, sind so Affen natürlich auch, das ist ja irgendwie auch heute noch so, ja, in der Gruppe bist du irgendwie sicherer, ja, und du bist irgendwie, es macht vielleicht auch mehr Spaß, ja. Und ideal ist es sogar noch, wenn du einen, und den nennen wir jetzt einfach mal den Wirt, ja, wenn du einen abstellst, der nüchtern bleibt und der einfach die Augen offen hält nach irgendwie Feinden, während alle anderen sich besaufen. Ja, gut, also ich sage mal, das ist das Thema Tiere, die sich abschießen. Das heißt ja auch nicht bloß bei Menschen und Menschenaffen. Das gibt es ja auch bei vielen anderen Tieren tatsächlich, dass die irgendwo sich sehr reife Früchte reindrehen und das eigentlich ganz geil finden. Oder ich werde es nicht müde zu erwähnen, dass Igel zum Beispiel, was ist es, ich glaube, Lachsaufen und Zigarettenstummel essen, weil das dazu, ja, ja, das führt dazu. Aus welchem Kinderbuch hast du das denn? Das Igel Lachsaufen. Ja, ja, also jetzt nicht literweise, aber die nehmen eigentlich Zeug zu sich, das auch für sie selber eigentlich sehr schädlich ist, weil das in gewissen Dosen dazu führt, dass die häufig von mit, wie sagt man, Parasiten geplagten Stachelritter, dass die dafür sorgen, dass die Parasiten davon draufgehen. Weil das Zeug halt übers Blut transportiert wird und dann sterben die davon ab. Das ist jetzt natürlich nicht so wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie sehr belustigend das für den Igel ist, aber es ist, glaube ich, einfach eine Wohltal, diese Parasiten loszuwerden. In gewissen Dosen. Genau, das ist natürlich immer das Heiße dran. Eine sehr schöne Formulierung in dem Zusammenhang. Also, ja, wie gesagt, das sind jetzt so Theorien, von denen Wissenschaftler ausgehen. Das hat natürlich alles auch so ein bisschen Interpretationsspielraum. Es ist aber auch doch schon sehr wahrscheinlich, dass zumindest die Sesshaftwertung des Menschen dann einige Zeit später, dass die was mit dem Alkohol zu tun hat. Denn schon sehr, sehr früh hat der Mensch gemerkt, und da, ich weiß gar nicht, ob man an der Stelle schon von Mensch vielleicht spricht oder noch irgendwie, ob das noch eine Vorform ist, aber schon sehr früh hat er gemerkt, dass unreines Wasser nicht so geil ist. Und dass später dann, als das Feuer auch erfunden war, das Kochen das Wasser viel verträglicher macht. Und dass aber nicht nur Kochen das Wasser verträglicher macht, später hat er auch herausgefunden, dass Gären zum Beispiel das Wasser viel verträglicher macht. Und jetzt denken wir mal so in die Zeit zurück, wo der Mensch noch Jäger und Sammler war und durch die Gegend gezogen ist und dem Wild hinterher. Und dann aber irgendwie, ja, wenn wir versuchen zu überlegen, was du fürs Bierbrauen brauchst, dann kommst du sehr schnell zu dem Schluss, dass du dich eigentlich damit nicht, dass du das nicht rumschleppen willst. Also für die Bierherstellung brauchst du Getreide. Okay, das wächst auch wild. Aber du brauchst vor allem auch irgendwie große Gefäße und halt irgendwie Materialien zur Herstellung, die du jetzt nicht durch die Gegend karrst. Ja, und vor allem mal realistisch gesehen, wenn du wirklich sagst, du willst so Bierbrauen ansetzen, dann brauchst du ja auch eine gewisse Menge und das dauerhaft zuverlässig an Getreide. Und das geht, glaube ich, auch nur, wenn du hier ordentlich mit Ackerbau schon unterwegs bist und Selbsthaftwerdung. Aber du sagst jetzt, wenn du dich einfach nur wegschießen willst, dann schmeißt du halt ein paar Früchte in die Ecke und wartest da Wochen oder was? Genau, aber das ist dann halt so einmal, ne? Und dann sind die Früchte halt reif und das geht halt auch nur zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr und danach ist halt blöd. Also ich stelle jetzt mal die These in den Raum und wie gesagt, das ist an der Stelle auch nur eine von mehreren möglichen Thesen oder eine von mehreren Möglichkeiten. Womöglich waren die ersten, die sich wirklich sesshaft niedergelassen haben, waren so Vorfahren von Wirten, die einfach Lager aufgeschlagen haben in der Nähe von dem wilden Gerstenfeld und dann da angefangen haben, mit diesem Getreide zu experimentieren. So ähnlich sagt es auch Biologe und Naturhistoriker Josef H. Reichholf in seinem Buch warum die Menschen sesshaft wurden und der sagt nämlich, es ist ganz interessant, dass wir bisher eigentlich, bisher gingen wir eigentlich davon aus oder die Wissenschaft ging eigentlich davon aus, dass der Steilzeitmensch vor so 10.000, 12.000 Jahren irgendwann sesshaft wurde, um Ackerbau zu betreiben. Jetzt ist es aber so, dass das eigentlich der falsche Schluss ist, weil das eigentlich ziemlich unlogisch ist, weil du schon sehr, sehr viel erst mal eigentlich investieren musst, um irgendwie so ein Feld ertragreich zu machen. Also du musst dich irgendwie niederlassen, dann musst du das bestellen, dann dauert es ewig und das ist eigentlich was, das kann man eigentlich jetzt nicht an Wissen schon voraussetzen bei dem Steinzeitmenschen. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Jäger und Sammler sich irgendwo niedergelassen haben, wo der Boden fruchtbar war, also wo es schon viel Gras und Kräuter gegeben hat und demnach auch viel Wild. Also hat er sich wohl niedergelassen, wo er einfach auch jagen konnte und wo dann Getreide, das da vielleicht auch wild gewachsen ist, erst mal nur so als Zubrot zum Fleisch verwendet wurde. Also nicht so, dass der geplant hat, okay, er lässt sich jetzt wo nieder, um Getreide zu bauen, damit er was zu essen hat, wenn er nicht genug Wild fängt, sondern eigentlich eher, okay, er lässt sich wo nieder, wo es vielleicht zufällig Getreide gibt und experimentiert einfach mit diesem Überschuss an Nahrungsmitteln rum, den er nicht unbedingt zwingend braucht, weil er eigentlich ja das Fleisch von der Jagd hat. Könnt ihr mir noch folgen? Also andersrum sozusagen, er lässt sich wo nieder, wo es genug Fleischressourcen gibt und spielt dann mit dem Zeug rum, was auch noch rumsteht. Ja, ja, genau. Okay, okay. Ich frage mich nur gerade, was hier der Yuval Noah Harari dazu sagen würde. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Den Part mit dem Fleisch habe ich irgendwie überhört, weil Speaking of Audiobooks, das habe nämlich ich gehört. Kennt ihr das? Ja, aber du stellst jetzt nur die Frage, du hast keine Antwort dazu. Quasi das war jetzt... Nein, nein, ich weiß es nicht auswendig. Das Ding dauert irgendwie drei Millionen Stunden, so gefühlt. Das werde ich erst morgen nachhören können. Ja, du, das ist auch wirklich nur eine Theorie. Das muss jetzt nicht so, das ist jetzt nicht gängiger Stand der Wissenschaft. Ich glaube tatsächlich, dass so die allgemeingültige historische Meinung nach wie vor ist, okay, der Mensch ist irgendwann vor 10.000 Jahren sesshaft geworden und hat dann mit Ackerbau angefangen. Aber tatsächlich könnte es sein, dass das eigentlich andersrum war. Also, dass er erst sesshaft geworden ist und dann erst irgendwie drauf kam, okay, hier gibt es dieses wirklich Getreide, das muss ich jetzt nicht essen, mit dem kann ich jetzt irgendwie anderes Zeug machen, komme dann irgendwie zufällig drauf an, wenn ich das in Wasser schmeiße und ein bisschen stehen lasse und da Sonne drauf scheint und so, dann knallt es und ist irgendwie viel verträglicher. Und dann hat er angefangen, ah ja, okay, also ich brauche mal mehr Getreide, um das irgendwie noch irgendwie in größeren Mengen zu machen und dann hat er vielleicht angefangen, Getreide anzubauen. Das ist so die... Nehmen wir jetzt mal als gedankliche Hypothese an. Das ist so die Theorie. Ja, viel weiter als das geht es jetzt auch gar nicht mehr. So, das ist einfach nur eine... Man muss ja auch mal, ja, seine Gedanken für anderes wissen, ja, für alternative Fakten. Boah, ey, geh heim, geh heim. Du bist schon heim, verdammt. Ja, sorry, ich bin schon... Ich gehe auch zum Lachen in den Keller. Du, meine Mama hat immer gesagt, wenn dich einer ärgern will, dann ignorieren einfach, Philipp. Also ignorieren doch jetzt mal, okay? Ich klicke hier mal auf Mute. Ja, mach doch. Ich muss auch einfach nur hier in eine andere App klicken und dann habe ich euch auch euer Gesabbel gar nicht mehr im Ohr. Gesabbel ist auch so ein schönes Wort. Ja, also das ist jetzt die Theorie eines Naturhistorikers. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es mehr Leute gibt, die das auch stützen. Aber das fand ich schon ganz spannend eigentlich, den Ansatz, weil er für mich auch sehr, sehr logisch klingt. Und ziemlich sicher ist, dass die ersten Siedlungen dann sehr schnell auch erste Behausungen für gemeinsames Trinken dann beinhaltet haben. Also, dass der Mensch sehr, sehr schnell auch angefangen hat, sich Raum zu schaffen, um dieses, naja, wegknallen in irgendeiner Form zu zu zelebrieren. Chef, Chef, wir haben jetzt eine Lagerstätte, wo wir übernachten können und uns eng zusammengepfeucht unterbringen können, wenn es ganz akkaldig nicht. Was brauchen wir als nächstes? Eine Kneipe! Naja, ich meine, es ist ja auch so, dass der Mensch sich ja auch nicht nur mit Bier und vergorenen Früchten irgendwie weggeknallt hat, sondern der hat ja immer, wenn irgendwas rauschartige Wirkung hat, ist er ja nicht dazu übergegangen, das dann, keine Ahnung, zu ignorieren oder links liegen zu lassen, sondern, ach ja, hier, dieser Pilz, das ist doch ganz interessant, was der macht, da nehme ich doch mal ein paar mit. Gucken wir doch mal. Aber dieses Mindset hat sich immer irgendwann gewaltig geändert, weil ich meine, wie viele Menschen in der Geschichte der Menschheit gestorben sind, weil sie mal Zeug probiert haben, was einfach irgendwo gewachsen ist. Das sehen wir häufig, so ganz viele Erfindungen sind ja, weil darauf, oder Entdeckungen sind darauf basierend, weil einfach das mal jemand probiert hat. So, auch wenn du mir anschaust, Kaffee oder Kakao, so, das Ursprungsprodukt hat ja mit dem, was du heute als Genuss verzehrst, nichts zu tun, so, gefühlt. So, also, reiner Kakao ist ja nicht geschmacklich gut. Da hat jemand, und das ist ja nicht mehr giftig, so, da hat jemand damals das Konzept irgendwie, hat das Potenzial erkannt und hat dann so lang irgendwie rumgedoktert, bis er da was Geiles rausgekratzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, so. Und das finde ich schon immer ziemlich beeindruckend, wie das dann quasi bis zur heutigen Genuss-Konsum-Gesellschaft irgendwie dann vorangegangen ist. Naja, weil wir ja, wir werden ja ganz anders sozialisiert und erzogen. Also, uns werden ja immer eingetrichtert, wo überall Gefahren lauern und so. Absolut, ja. Das moderne Mindset ist halt nicht unbedingt das von Forschern. Naja, aber ich glaube, es funktioniert auch ein bisschen andersrum, wenn du halt tausend Leute hast und einer ist der durchgeknallte Typ, der alles ausprobieren muss und der landet dann halt mal im Treffer, im Positiven, dann spricht sich das ja auch im Positiven rum. Und wenn der sich halt irgendwann abschießt und weg ist, naja, dann irgendwann gibt es wieder eine Neuentausendsten, der wieder der Bekloppte ist, der wieder Zeug ausprobiert. Was war dein Gen das Bescheuertste, was ihr je so gemacht habt? Was ich jemals gegessen habe, was ich nicht gegessen soll? Ja, so in der Richtung irgendwie oder keine Ahnung, es gab so eine Zeit, da hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass man diese Fäden aus Bananen, wenn man die schält und dann diese Fäden da so, dass man die nur trocknen und rauchen müsste, damit es knallt. Oder heutzutage, heutzutage, großer Trend heutzutage, Hortensien rauchen. Haben wir ja auch schon mal besprochen, oder? Dass hier bei uns in der Nachbarschaft gehen tatsächlich nachts marodierende Banden durch Gärten und schneiden Hortensien ab. Vielen Dank für die Blumen. Was ist denn da jemals rausgekommen? Warum ist da schon jemand quasi noch gar nicht? Die sind wieder aktiv. Ich erfahre das immer nur, weil wir haben eine Nachbarin, die, ich sage mal, ein sehr, ist ein sehr konservativer Schlagmensch. Also die, da ist sehr viel Wert, wird da gelegt auf Garten und die pflegt nicht nur ihren Garten, sondern auch noch den Grünstreifen an der Straße, der eigentlich der Gemeinde gehört, aber der ist ja quasi im Sichtfeld und deswegen pflanzt sie da auch dann immer was hin und schaut, was das schön gewässert ist. Und sie lebt ein schönes, spießbürgerliches Leben. Ja, mehr als das. Sie spürt auch gerne mal den Gehweg mit dem Gartenschlauch, spritzt sie regelmäßig mal ab oder steht auch mal im Regen mit dem Schirm draußen und wäscht Auto, so weil halt Samstag ist und da das Auto gewaschen wird. Solche Dinge halt. Und jetzt stell dir mal vor, in so dieses, du richtest dir dein Leben so ein, dass das so nach deinen Mechaniken und Maßstäben funktioniert und alles ist schön und alles ist adrett geschnitten und jeden Samstag wird Rasen gemäht und hier sind die Geranien und blau. Und jetzt kommt jemand von außen nachts in deinen Garten, in dein Reich und schneidet einfach deine schönen Blumen zack, den Kopf ab. Und die machen das ja auch so halbwegs clever, also die schneiden dann ja wirklich so möglichst unauffällig und es eignen sich dann wohl auch nicht alle Blüten und schneiden dann wirklich so auf, dass es vielleicht auch gar nicht auffällt. Dann weiß man schon gar nicht, wann das dann überhaupt passiert ist. Vielleicht ist das ja schon viel länger oder war das gestern oder keine Ahnung. Also das ist schon ein ziemlich heikles Thema hier bei uns in der Notbarschaft in den letzten, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder so. Und Jürgen, soll ich dir was sagen? Das ist genau der Moment, wo ich jetzt mal pluggen würde oder besser unsere Hörenden befragen würde, ob sie nicht Bock haben, mit uns auf so einen Kommunikationskanal zu kommen. Dass man, keine Ahnung, macht so einen Discord auf oder einen Telegram-Chat oder sowas, weil da könnte man über solche Sachen ganz zeitnah informiert werden. Zum Beispiel was wieder, die Hortensien-Räuber bei euch in der Ecke machen. Jetzt habe ich gedacht, da können wir sich durchaus austauschen, wie das so ist, die Hortensien meiner Nachbarin zu rauchen. Vielleicht auch das. Auch gern mit Video-Chat. Ja, also wer da interessant, interessiert ist, der pingt uns gerne mal an auf Twitter oder? Oder? Ja. An was jetzt genau? An der Kommunikationskanal. Mein Anwalt hat mir geraten, dass ich nicht auf diese Frage antworten soll. Also ich glaube, das Beknackteste, was Leute gemacht haben und ich zählte nicht dazu, war Gras zu rauchen. Aber jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern ich rede wirklich einfach so von Grashalmen, die stehen geblieben sind, getrocknet sind und dann so Bambusgras, das ist ja innen irgendwann hohl. Mhm. Und wenn das trocknet und du zündest das auf der einen Seite an, dann glimmt das auch, weil da halt super Saustoff durchgeht. Und da ziehen dann halt Leute dran. Achso, das direkt so zu rauchen. Okay, verstehe. Und es hat immer noch ekelhaft gestunken. Ja, ob das viel giftiger ist als Teer und Nikotin, das stelle ich jetzt mal dahin. Nee, glaube ich ehrlich gesagt, fast eher das nicht. Ich war immer eher so ein bisschen der Schiss in die Richtung und weil ich halt irgendwie immer mit irgendwie schnell Hals und Stimme und so Kram schnell dabei bin, dass mir das schnell wehtut, kommt jetzt mein großes Geständnis, ich habe noch nie in meinem Leben an eine Zigarette gezogen. Ja, naja, kann man ja machen. Also das ist... Also ganz ehrlich, das ist auch, ich hatte damals so zu Kindergarten und Grundschulzeiten den Freund in der Nachbarschaft und dessen Eltern haben in der Wohnung geraucht. Und ich habe den halt öfter besucht und das ist, also mir ist dieser Geruch hängen geblieben. Ich bin bis heute mit dem Geruch von so normalen Zigarettenrauch so auf Kriegsfuß. Ich finde, es ist so widerlich. Aber ich finde tatsächlich, gar nicht. Ich finde, solange der warme ist, warme Rauch ist wahnsinnig, wahnsinnig betörend und finde ich einen wahnsinnig angenehmen Geruch. Kalter Rauch ist widerlich. Und das, was du so in den Klamotten hängen hast dann später so, das ist schlimm. Aber... Und ich habe auch riesig gefeiert, als in Bayern dieses Nichtraucherschutzgesetz durchkam, dass plötzlich in Disco so ein Co. nicht mehr geraucht werden durfte. Das hatte zwar dann einen Effekt, dass plötzlich in der Disco total nach Schweiß, Pups und viel nach diesem künstlichen Bubblegum Geruch gerochen hat, weil die Disco-Betreiber natürlich auch nicht blöd waren und haben dann dieses Nebelfluid, ihr kennt doch diese Nebelmaschinen, die so machen und dann ist alles schön voller Rauch. Die kannst du in unterschiedlichen Duftrichtungen kaufen. Und es wurde halt nach diesem Nichtraucherschutzgesetz erst noch eine große Sache, damit halt der Raum nicht mehr so stinkt und haben ganz viele so diesen Bubblegum-Geruch bestellt, sodass du heimkommst und sehr süßlich rochst, als hättest du was ganz anderes gemacht. Ja, also... Ich muss ehrlich sagen, dass ich da gar nichts... Mir fällt wirklich, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen, aber ich glaube, ich habe echt... Ich habe immer gerne Dinge probiert, aber jetzt irgendwie... Ich habe weder irgendwie Kokain noch Heroin noch sonst wie... Also tatsächlich nichts spektakuläres hier zu berichten. Ich kann mich nur erinnern an einen Studienkollegen, den ich mal auf der Bergkirche war, in einer Kneipe getroffen habe, der mich überhaupt nicht erkannt hat und der dann später mir offenbart hat, dass er sich Pilze eingeschmissen hat. Boah! Das ist echt... Selbstgemeint, so der restliche Abend war noch irgendwie ein ganz, ganz großes Kino, weil ich weiß nicht, es gibt ja auch solche und solche, aber die Pilze ist anscheinend was, wo du komplett bei manchen gar nicht weißt, was da passiert. Ich glaube, dass du bei ganz vielen Drogen gut einschätzen kannst, was passiert, aber gerade, also was so Pilze angeht, so die richtigen, da ist halt ganz viel so Glück, ob du jetzt dann die schlimmsten Albträume oder die schönsten Träume hast und das wäre mir viel zu gefährlich. Keine Ahnung, ich habe doch keinen Bock, dass ich da irgendwie so einen Drei-Stunden-Trip habe, wo ich irgendwie, keine Ahnung, speaking of kalter Schweiß, oder kalter Rauch, kalten Schweiß spüre, aber Herrgott, ich bin halt eher, da bin ich eher der Spießbürger, was das angeht. Aber ich wollte gerade sagen, das war eigentlich immer ganz nett, dadurch, dass ich mit Leuten rumhing, die sich halt andere Dinge reingepfiffen haben, egal, ob es jetzt Alkohol ist oder andere Sachen, war ich halt öfter der Wirt sozusagen. Also ich habe nicht ausgeschenkt, aber ich war derjenige, der halt gefahren ist, weil Alkohol macht mich in der Regel einfach super müde, deswegen trinke ich in der Regel eh nicht viel und gerade wenn es zum Feiern geht, bin ich einfach der perfekte Fahrer in die Richtung, was eigentlich alle immer ganz nice fanden. Ja, das klappt. Aber nachdem du uns nichts Spektakuläres aus uns rausbringen konntest, was du später gegen uns, was du gegen uns später quasi verwenden kannst, hast du denn was, was du teilen möchtest? Jetzt traue ich mich nicht mehr. Nein, ich glaube das Bescheuertste, was wir damals so gemacht haben, also ich war auch jetzt nie der, der vorne dabei war, wenn es darum ging, irgendwie was Wildes zu rauchen oder was, irgendwie was einzuwerfen oder so, das war eigentlich auch nicht, da war ich auch nicht so wahnsinnig experimentierfreundlich und das sehe ich tatsächlich als großes Problem, diese, dass das alles so als illegal abgestempelt wird. Manche ist sicherlich zu Recht, ja, keine Frage, aber dass Dinge wie Marihuana zum Beispiel, wenn die einfach legal wären und staatlich kontrolliert und eine Qualitätssicherung und konstante Qualität, dann hättest du solche Probleme nicht wie, ja okay, kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt mich arg beeinflusst oder wenig, weil dann hast du das, also dann wirst du quasi damit so sozialisiert wie mit Alkohol und irgendwann kennst du deine Grenzen und deine Limits und weißt was, was mit dir macht und das ist dann viel schwieriger oder es ist viel einfacher, das geregelt, dann so zu verkaufen, als wenn du es dir halt über irgendwelche Kanäle beziehst und du überhaupt gar nicht weißt, was du da eigentlich kaufst. So, das wollte ich noch dazu sagen, aber wäre ich auch dabei, hart reglementieren, mich selber interessiert es ehrlich gesagt nicht besonders, aber hart reglementieren, sauber auf Qualität achten und Co., ja, bin ich völlig bei dir. Das Bescheuertste, was wir gemacht haben, so, wie alt war ich da, so 16, vielleicht 16, 17, wir haben absichtlich hyperventiliert, so bis zur Bewusstlosigkeit, also so wirklich so am Boden, so in die Hocke gehen und ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell atmen, bis irgendwann der ganze Körper so kribbelt und dann ganz schnell aufstehen und wenn dir dann noch jemand so ein bisschen die Luft aus den Lungen drückt, so dann, dann kippst du für ein paar Momente, bist du dann bewusst los. Ich hoffe, das nimmt jetzt hier niemand als geile Anleitung für irgendwas. Du, das soll überhaupt keine Empfehlung, ich sage ja, das ist, das war ziemlich bescheuert, ich meine, das ist jetzt, also ich konnte tatsächlich, ich habe dann auch mal mit meiner Biologienlehrerin da ausgiebig drüber geredet später und das, um da mal so die gesundheitlichen Gefahren da abzuchecken, aber wenn du da nicht gerade dumm irgendwie auf eine Tischkante fällst, sollte da in der Regel dir das Bleibendes, das ist ein normaler, ein normaler Mechanismus des Körpers, da halt dann, wenn du zu viel Sauerstoff hast, irgendwie mal kurz den Notfallmodus irgendwie anzuschmeißen und also das ist, glaube ich, jetzt nichts, was einem gesunden Körper nachhaltig beeinträchtigt, aber macht es nicht so, es ist Quatsch und bescheuert, aber es ist ein sehr, ein sehr interessantes Gefühl. Ich bin ja auch ein großer Fan, das habe ich in anderen Podcasts schon öfter erzählt, ich bin ein sehr großer Fan von Vollnarkosen. Soll ich es vielleicht mal weitergehen? Vielleicht auch eine schwierige Aussage, aber ich finde ja, eine Vollnarkose ist schon ein bisschen, ist schon was Geiles. Wirklich? Ja. Also die OPs, die ich hatte, halt so Kram wie Blinddarm und Co., das war halt ein, jetzt liege ich da rum, dann kriege ich irgendwann eine Spritze, dann brennt es ein bisschen im Arm und dann bin ich weg. Ja, genau das, aber dieses, ich bin ja ein Mensch, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich bin ja einer, der sehr schlecht nur Kontrolle abgeben kann und dieser gezwungene Moment des absoluten Kontrollverlust, ich weiß nicht, das macht mich irgendwie, das löst was in mir aus, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist ja völlig in Ordnung. Bekenntnisse eines Podcasters, die 500 Leute. Also ich wollte sagen, das ist halt was, was mich überhaupt nicht kickt, weil ich auch einfach kein Problem habe, irgendwie Kontrolle abzugeben, von daher. Wo war ich denn? In der Kneipe? Worüber haben wir geredet? Wo heute noch in vielen Stadt- oder Dorfzentren Kirche und Kneipe örtlich meistens sehr, sehr nahe beieinander liegen, waren sie früher sogar oft eins. Also wenn du so an ganz frühe Kutschstätten denkst, so ne, also. Ah, okay. Aber vor dem christlichen quasi. Auch da, wenn du an Klöster denkst und so, also das ist schon auch sehr nahe beieinander, ne. Aber ja, ich bin jetzt in der Zeit, ich bin nicht noch weiter vorne, so religiöse Kutschstätten, da wurde schon immer viel auch gebächert und anderes Zeug irgendwie eingeworfen. Archäologen des Forschungszentrums Weinstephan wollen in Ausgrabungen Gefäße gefunden haben mit Biersteinablagerungen, die darauf hindeuten, dass schon 7000 vor Christus in Tempeln gebraut wurde. Ich würde mich sehr freuen, wenn am Schluss rauskäme, dass einfach irgendwelche Leute, irgendwelche Studenten, die die Ausgrabung gemacht haben, das mega witzig fanden, da nochmal ein Bier draus zu trinken und das es dann einfach danach nicht abgespült haben und vier Wochen später, als es alles eingetrocknet und verkrustet war, ins Labor ging und die Leute so, oh, da sind Spuren von Bier drin, voll krass. Uh. Die gleichen Studenten aber. Die sich nicht mehr erinnern können. Ich meine grundsätzlich, man braucht ja gar nicht so viel für Bier. Also wenn du, und so kann man sich das auch vorstellen, wie die Leute ursprünglich mal drauf gekommen sind, wenn du irgendwie ein Gefäß hast und hast da irgendwie ein keimendes Korn, Brotreste vielleicht, Wasser und da scheint die Sonne ein bisschen drauf, dann kann das schon sein, dass du dann am Ende sowas wie ein dünnes Bier hast, das die Leute dann sehr, sehr früh dann auch als flüssiges Brot bezeichnet haben, was ja auch ein Begriff ist, den man sich heute noch so eigentlich vorstellen kann. Also es gibt ja noch so Phrasen wie sieben Bier sind in der Schnitzel und also Bier und Brot ist sehr, sehr nahe beieinander auch heute noch. 3000 vor Christus bei den alten Ägyptern war auch Segen, der Segen von König Alkohol wohl bekannt. Immerhin hatten sie eine Göttin, die hieß Hathor und das war die Herrin der Liebe und des Friedens und gleichzeitig auch die Schutzheilige der Trunkenheit. Oh. Und die hat auch, ihr steht ja so auf Origin Stories, die Origin Story von der ist, die soll mal ganz zornig auf die Menschheit gewesen sein und gedroht haben, alle zu vernichten und dann haben ihr die Ägypter einfach blutrotes Bier gebraut und sie abgefüllt und dann aber auch konstant auf Pegel gehalten. Und deswegen ist das jetzt die... Aber für alle Ewigkeit dann? Für alle Ewigkeit. Und deswegen... Arad Junkis feuchter Traum? Und deswegen, und da bin ich wirklich gespannt oder da würde ich wirklich mal, würde mich wirklich interessieren, wie die Leute das herausgefunden haben, aber wahrscheinlich über irgendwelche Hieroglyphen, aber es soll tatsächlich die Ausrede, ich braue Bier für die Göttin Hathor, soll so eine beliebte Ausrede in Ägypten gewesen sein, um nicht zur Arbeit zu gehen. Ah. Das gefällt mir. Weil man die ja konstant, weißt... Befrieden muss. Ja. Bitte nachmünzen. Kurze Zeit später, bei den Sumerern, wurde aus der Kirchentempelkneipe dann schon das richtige Wirtshaus. Und das wissen wir, weil ein Gebot aus der Zeit überliefert ist, dass es Priesterinnen bei Tod auf dem Scheiterhaufen untersagt, in so ein Wirtshaus reinzugehen. Und 4000 vor Christus, Sumer, die haben auch schon Bier als Arznei verwendet und das waren wahrscheinlich auch die Ersten, die damit wirklich auch Handel getrieben haben. Rund 2000 vor Christus hat König Hammurabi einen Kodex mit 282 Paragrafen erlassen und immerhin vier davon befassen sich mit Bier. Unter anderem steht da festgeschrieben, ja? Das waren, aber, ja, ich wollte gerade sagen, das waren nicht die Bierparagrafen, so, sondern es waren insgesamt 282. Das war sowas wie das bürgerliche Gesetzbuch für die Sumerer. Ich hätte es jetzt ultra abgefeiert, wenn er einfach 282 nur über Alkoholkunst alleine kam. Ja, ich finde vier über Bier explizit schon sehr gut. Ich meine, da sind dann auch so Sachen geschrieben, wie jeder Arbeiter bekommt täglich zwei Liter Bier, jeder Beamte und jede Hofdame drei Liter und jeder Oberpriester vier. Solche Sachen stehen dann halt in diesem Kodex. Das war in Nürnberg in den 60er Jahren immer noch so. Aber man muss sich auch überlegen, das war halt nicht so ein krass starkes Bier, plus die Leute haben halt super körperlich gearbeitet auch damals. Ja, der richtige Einwurf wäre gewesen, Moment mal, Frauen? Ja, richtig. Frauen wurden hier berücksichtigt, weil oft waren es auch tatsächlich die Frauen in der Zeit, die das Bier hergestellt haben und ausgeschenkt haben. Also das ist... Aber ich habe es gerade als Spaß gesagt, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe eine Führung gemacht durch die Nürnberger Katakomben und also das war in den 60er Jahren noch so, dass Frauen Bier gebraut haben in der Familie. zu Hause. Also das ist krass, in welch kürzester Zeit es dann weg war auf einmal so. Ja, aber wenn du überlegst, heute, ich glaube, gibt es nicht, oder es gab mal eine Frau, die Bierbrauerin oder Bierbrauerei studiert hat zu einem gewissen Zeitpunkt und die haben sich dann immer überall interviewt. Nein, aber ja, es gibt jetzt schon auch so diese eine, diese, ich glaube, es war die Meisterschaft der Biersommeliers oder irgendwie so, das hat eine Frau jetzt irgendwie gewonnen und in Ammerndorf gibt es eine Brauerei, die wird von zwei Schwestern geführt und also das ist jetzt heute schon nicht mehr so das Thema, aber ich betone es jetzt auch nicht, weil das irgendwie meinem Weltbild widerspricht, sondern weil es natürlich historisch schon so ist, dass Frauen viele, viele und lange Zeit vielerorts aus solchen Spelunken verbannt wurden, ja, per Gesetz, wir hatten es vorhin, per Scheiterhaufen an Drohung, aber auf der anderen Seite waren sie die, die den Stoff dafür geliefert haben mitunter. Also das ist schon, das ist schon ein spannender Punkt und ich will später auch noch mal auf das Thema Frauengesonderte eingehen, deswegen baue ich jetzt schon mal, baue ich jetzt schon mal hier das Fundament dafür. Der Ausschank war ebenfalls schon streng gesetzlich geregelt. Wenn jemand beim Ausschenken betrog, dann wurde derjenige per Gesetz mit dem eigenen Gebräu abgefüllt, so lange, bis er dran erstickt ist. Oder sie. What the fuck? Naja, das ist ja echt ein bisschen grausam so. Naja, das hast du in Nürnberg mit der Bäckertaufe und so, das ist ja sehr, 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 sehr ähnlich. What? Also, Moment, stopp, was für eine Bäckertaufe? Kennst du das nicht? Aus dem Mittelalter, dieses Instrument, wo so ein Bäcker, wenn seine Brötchen zu klein waren, dann hat man den in einen Käfig und hat ihn mit seinen Brötchen aufgewogen. Nur, sein Käfig war über der Pegnitz oder gab es auch in anderen Städten halt über einem Fluss und er ist dann halt What the fuck? Nein, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das ist ja mega makaber. Das hast du noch nie gehört? Okay. Ich empfehle Folge 33 von Entbehrliches mit dem Namen Viel Schmerz und Leid Foltermethoden und das zweite Wort, das ich nicht aussprechen kann. Es ist eine ganz, ganz grausame Folge. Also, wenn ihr irgendwie auf Schmerz steht, hört euch die an. Nicht der Inhalt, also nicht die Podcast-Produktion ist fies, aber da geht es auch so um verschiedene Foltermöglichkeiten und wie man Menschen grausame Dinge antun kann. Und da kommt sowas auch vor. Die brasilianische Krawatte und solche Dinge. Ich empfehle auch einfach mal in Rothenburg ins Foltermuseum zu gehen, wenn mal wieder alles normal ist und offen hat und so. Das hat mich als Jugendlicher beeindruckt. Ja, auch in diesem Kodex standen Strafen für kritische Stammtisch-Parolen, was ich auch schon sehr interessant finde und auch als einen zumindest biernahen Paragrafen interpretiere. Ja, das ist ein Punkt, den wir haben jetzt fast ein bisschen ausgelassen. Oder noch, dass die Kneipe ja auch ein gewisser politischer Ort ist. Kommen wir noch dazu. Was auch noch in dem Kodex stand und das ist eigentlich noch spannender, ist eine Art früher Vorläufer des Reinheitsgebots. Also auch das war damals schon bei den Sumerern so ein Stück weit geregelt. Also wir sind jetzt schon in einer sehr, sehr, wie soll ich sagen, überlegten, durchdachten Saufkultur. Als die Menschen dann immer sesshafter wurden, nahm logischerweise auch der Handel immer mehr zu und entlang großer Handelsrouten gab es dann logischerweise auch Wirts- und Gasthäuser. Also so die, du kannst dann eigentlich von organisierter Gastronomie fast schon sprechen. Und das beginnt so irgendwie 3000 vor Christus ungefähr. Mit der Gründung des ersten Wiener Walz. Und über diese Handelsrouten verbreitet sich das Bier dann langsam so über den bekannten Teil der Welt und asylische Händler sollen damals schon Lagerbier über 1000 Kilometer hinweg bis nach Ägypten geschafft haben. In Griechenland hingegen befand man Bier als Prollig und griff lieber zu Wein. Und das, obwohl Aristoteles, also der hoch angesehene Grieche überhaupt, der rät eigentlich eher zum Hopfengedrängen. Denn der sagt, Bier besitzt die Eigentümlichkeit, den Mensch, der zu viel davon getrunken hat, rückwärts fallen zu lassen, während allzu reichlicher Weingenuss ein Niederstürzen nach allen Seiten verursacht. Okay. Und es ist ja viel einfacher quasi vorzubeugen, wenn du nur eine Fallrichtung hast. Dann kannst du dir überlegen, wie du entsprechend... Legst du eine Matratze hinter dich? Zum Beispiel. Aber wenn du nicht vorhersehen kannst, wo du jetzt hinfährst, ist doch viel schlimmer. Es ist, glaube ich, nennt man eine selektive Wahrnehmung. Das ist ein guter Mandat. Ja, wir müssten da mal mindestens mal eine Doppelblindstudie, würde ich mal vorschlagen. Ja, das machen wir in der Fränkischen Schweiz dann. Nach dem Klettersteig, bitte. Ich stimme sehr schwer vor, eine Doppelblindstudie hinzubekommen mit Bier versus Wein, wo weder die Leute, die mitmachen, noch die Experimentdurchführer wissen, wer Bier und wer Wein kriegt. Naja, Geschmacksverlust ist ja momentan im Trend. Vielleicht kann man da irgendwie... Vielleicht kann man das aktuell gerade... Kann man nutzen, ne? Ja. Ich hatte auch mal gelesen, dass es angeblich eine Studie gäbe, bei denen es um den Konsum von Schokolade ging und die hätten einfach ein paar Leute gebraucht, die Schokolade nicht mögen und die Studie ist aber daran geschadet, dass sie nicht ausreichend Leute gefunden haben, die keine Schokolade mögen, weil Menschen einfach alle fucking Schokolade mögen. Hm. Interessanter Punkt. Aber gut, ich meine, du findest aber bei jedem wahrscheinlich dann irgendwie eine Art von Schokolade, die er nicht mag oder eine Geschmackbeziehung. Ja. Aber das hat dann nicht gereicht. Ja, du wirst ja auch Leute finden, die wirklich sagen, Schokolade mag ich nicht, aber das sind einfach so wenige und du brauchst ja eine gewisse Menge für so eine Studie und dann müssen die auch noch Zeit haben und verfügbar sein und so weiter. Von daher. Und du weißt genau, dass die lügen. Also, die olympischen Athleten können wir auch davon ausgehen, dass die schon mit Gerstengetränken gestärkt wurden. Das nannte man damals Markt der Männer und das wurde im Leonidion ausgeschenkt, das damals wahrscheinlich weltgrößte Gebäude oder zumindest das weltgrößte Wirtshaus. Das ist damals so gab. Und dabei hatten Wirte und Wirtinnen bei den Griechen überhaupt kein gutes Ansehen. Oft unterstellte man denen Betrug und wenn man jemanden bei den Griechen überhaupt nicht leiden konnte, dann hat man seinen Namen auf so eine kleine Fluchtafel geritzt. Und das ist ein bisschen, wie wenn du heute was an eine Toilettenwand schreibst. Du machst irgendwie deinem Ärgerluft, indem du halt den Namen irgendwie dahin schreibst und damit übergibst du quasi das Schicksal desjenigen an die Götter. Hat man eben herausgefunden, dass da sehr, sehr oft der Name dann von irgendwelchen Wirtinnen und Wirten auf solchen Täfig entstand. In Rom nahm das Konzept Kneipe dann richtig Fahrt auf. Spätestens alle 15 Kilometer entlang beliebter Reiserouten wurden Raststätten mit Imbiss und frischen Pferden eingerichtet und spätestens alle 40 Kilometer dann richtige Gasthäuser mit auch Übernachtungsmöglichkeiten. Also hoffentlich bin ich der Einzige, der jetzt gerade gedacht hat, dass es leckere, frische Pferde kam. Aber wir sprechen ja da von einer Zeit, wo es noch keine Autos und keine Züge, sondern du hast dann quasi dir ein neues für den Transport nehmen dürfen. Genau. Heute noch geritten, heute schon mit Fritten. Aber das ist wirklich mal interessant. Wie das so lief, die Sixt von damals, so Europe Car. Du hast eine Flatrate, ja, und dann kannst du an jeder Raststätte all you can horse. War so die Strecke, die so ein Pferd durchgehalten hat und dann haben sie es getauscht und 40 Kilometer war so das, was du am Tag halt geritten bist. Und demnach haben die das dann so in Etappen quasi ihre Infrastruktur aufgebaut. Also es erscheint mir beides unglaublich wenig. Ja, aber damals waren die Leute ja noch nicht so schnell. Und die Leute waren kleiner und also, du musst alles einberechnen. Und betrunkener. Pferde auch langsam, also wie es halt so ist. So, auf dem Weg aber kommt die Taverne jetzt auch bis nach England, wo zwar bald dann statt Wein Ale ausgeschenkt wird, aber das Konzept an sich so über Jahrtausende und auch über einige Invasionen hinweg erhalten bleiben würde. Im römischen Reich gab es Kneipen an jeder Straßenecke und manchmal auch dazwischen. Und man kann das sehr, sehr gut nachvollziehen an Ausgabungen Wenn man das direkt liest. Das auch, ja. Und an Ausgrabungen in Pompeji, wo alles ja sehr gut erhalten wurde durch die ganze Vulkanasche und das wurde alles wahnsinnig gut konserviert. Und da hat man bei Ausgrabungen so zwischen 160 und 220 Kneipen gefunden. Und eine davon hatte sogar einen Biergarten an der Gebäuderückseite. Finde ich auch spannend. Und diese gut erhaltenen Tavernen aus Pompeji erzählen uns einiges über die Zeit damals und auch über die Kneipenkultur. Also oft gab es da zum Beispiel auch warmes Essen und Trinken. Also warmes Essen und Trinken. Und du konntest das oft auch schon zum Mitnehmen quasi ordern. Also es gab es auch quasi Essen Essen to go. Nicht wenige Kneipen hatten Räume, wo du dir auch dann entsprechend Frauen und mitunter auch Männer und vielleicht sogar auch jüngere... Pferde? Jüngere Menschen. Pferde habe ich jetzt nichts von gelesen, aber sagen wir mal Menschen jeglichen Alters und jeglichen Geschlechts, die ja irgendwie... Also das Verbreiteste war natürlich Frauen, die irgendwie ihre sexuellen Dienstleistungen angeboten haben, aber es gab auch andere Geschmäcker und demnach auch ein Angebot an anderen Dingen. Fällt mir jetzt kein guter Oberbegriff ein. Dienstleistungen. Die Kneipen waren sehr, sehr gut frequentiert, waren aber nicht besonders gut angesehen. Das ist auch was, was man da dann irgendwie so rauslesen konnte. Und Gebäudefront fand ich auch ganz spannend, wurde teilweise zum Beispiel für Wahlwerbung benutzt. Also wenn dann irgendwie in so einem Ort der Bürgermeister gewählt wurde, dann hat man an Kneipen und auch an anderen Häusern so Wahlwerbung drauf gepinselt. Fand ich irgendwie ganz schön. Und witzigerweise gibt es auch was, das man als Kneipengraffiti kennt, also wo dann ja wirklich ein bisschen wie in den Asterix Comics oder wie in Leben des Brian Dinge dann in irgendwelche Wände geritzt werden. Also unflädige Bemerkungen, sowas wie Futui Koponam, was so viel heißt wie Ich habe die Wirtin gefickt. Oder Verlia Fellas und ich meine, ihr wisst vielleicht, was ein Fellatio ist und könnt euch das dann ungefähr erschließen, was das bedeutet. Und der Gag ist, dieses Kneipengraffiti, das wurde wirklich eingeritzt und irgendwie reingehämmert, während diese Wahlwerbung, das wurde nur hingepinselt. Also das fand ich einen ganz spannenden Umstand. Die einen haben halt die Erlaubnis sich geholt, die anderen nicht. Das ist halt wahrscheinlich der Unterschied. Und man lernt halt auch sehr, sehr viel aus diesen Dingen, die da so eingeritzt sind. Zum Beispiel sind da viele sexuelle Bekenntnisse zu finden. Aber auch mal, man lernt zum Beispiel auch, dass die schon wussten, was Geschlechtskrankheiten sind. Also es gibt auch so Sätze wie Mich hat der Tripper erwischt, die da eingeritzt sind. Es gibt auch Fans, die den Namen ihrer Lieblingsgladiatoren eingeritzt haben oder pubertäre Lieblingsbekundungen oder sogar das eine oder andere Pediquatur Kilecet Legit Ich kann keinen Teilen leider, aber ich habe die Übersetzung natürlich mir aus dem Internet gezogen. Das heißt, wer das liest, ist doof. Auch das hat man gefunden. Also bis du das jetzt gerade gesagt hast, dachte ich mir, das wäre auch ein Vorläufer des Social Media gewesen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das selten vorkommt, dass man auf Twitter schreibt, wer das liest, ist doof. Das soll ich mal ausprobieren. Mach doch mal. Mach doch mal. Komm, mach doch mal. Also soll ich es mit dem offiziellen Ach-Account gleich direkt? Hau raus. Alles klar, gut. Also dann tippe ich jetzt gleich mit meiner lauten mechanischen Tastatur nicht wundern. Selbst Kaiser Nero soll sich in Verkleidung regelmäßig in irgendwelchen Spelunken herumgetrieben haben. Einerseits, um das Volk auszureichen, andererseits aber auch, um einfach mal vergnügt einzuheben. Und klar, die Römer hatten auch private Kellerbars für besondere Gelage und da fand ich einen ganz interessanten Umstand, dass die oft so angelegt waren, dass der Raum zur Mitte hin eine Vertiefung hatte. Also das war so angelegt. Das ist so ein bisschen wie bei so einer, naja, wie bei so einem Dampfbad oder so oder irgendwas, wo du sagst, du willst sanitärmäßig arbeiten oder eine Waschküche, wo du sagst, naja, wenn es eine Sauerei gibt, dann holst du halt einen Kercher aus der Ecke oder vielleicht eher einen Eimer mit Wasser, kippst es drauf und lässt alles schön in den mittigen Abguss den Weg aller Dinge gehen. Naja, du hast halt, eigentlich hast du deinen Sklaven, der das dann halt in der Mitte da irgendwie rauseimert, aber ja, genau da, das ist das Konzept, ja, jedwede, jedwede Flüssigkeit soll irgendwie dann schön ablaufen. So, den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Die Germanen, die waren jetzt keine so großen Schreiber und da gab es auch nicht so viele Vulkane, deswegen wissen wir ja da nicht ganz so viel Handfestes über die Kneipen und das Trinken, aber sagen wir mal so, die Römer haben festgehalten, dass es für die Germanen wohl kaum ein schlimmeres Gefühl gegeben haben konnte als den Durst und das war auch so, es hat sich so rumgesprochen als ihre Achillesferse, ja, dass Abfüllen eigentlich genauso gut funktioniert wie sie im Kampf zu besiegen. Die Germanen waren nicht gerade für die Qualität ihrer Brauerzeugnisse bekannt, aber sie nahmen das mit dem Saufen sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr ernst. Sie haben auch eine Göttin, ich meine gut, hat eigentlich fast jeder Glaube hat irgendwie eine Gottheit, die sich mit dem Trinken beschäftigt, aber sie hat einen Fricker, das ist die himmlische Braumeisterin, die dem germanischen Glauben nach einen gigantischen Braukessel in Valhalla betreibt und um den vor Dieben zu schützen, hat sie den am Himmelsgewölbe befestigt und das kann man an manchen Tagen, kann man das indirekt sehen, denn wenn der Himmel voller Wolken hängt, dann wird in Valhalla gerade gebraut. Um Gottes willen, die hat er Haufen Dippen gerade. Also ich habe ja auch schon mehrfach, der Neil Gaiman hat ja die nordischen Sagen nacherzählt, was ich nicht ganz kapiert habe, weil ich glaube, also er hat wahnsinnig viel Zeit als Kind mit denen verbracht und so wie ich es verstanden habe, hat er es nicht komplett nachgelesen, sondern aus dem Gedächtnis quasi die Geschichte nachgeschrieben, was aber so klingt, als wenn es original wäre. Also der Typ hat glaube ich ziemlich gutes Gedächtnis oder er hat ein bisschen betrogen, eins von beiden. Und da ist tatsächlich auch die Story dabei, wie Thor diesen Kessel klaut. Auch eine schöne Geschichte. Weil sie ist ja glaube ich eine Titanin, glaube ich, und er klaut dann quasi hier diesen magischen Braukessel. Sehr entdehenswert. Ja, also ich glaube, ich glaube, sie klaut ihn ursprünglich mal und ihr wird er dann aber auch geklaut und daraufhin befestigt sie ihn dann am Himmel. Und Thor ist gut, weil Thor, also Donner ist nämlich das Geräusch, das entsteht, wenn Thor den Sudkessel putzt. Ach, spannend. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Da kommt Thor dann noch ins Spiel. Aber wer was über die nordische Mythologie erfahren will, in einem unterhaltsamen Format, dem empfehle ich die Folge der Kacken- und Sachgeschichten dazu. Das ist sehr, sehr aufschlussreich und so verpackt, dass man dem auch gerne stundenlang folgen mag. Oh ja. So, das ist ja mitunter mit seriösen Geschichtspodcasts vielleicht manchmal nicht ganz so einfach. Aus dem frühen Mittelalter gibt es ebenfalls nur wenige Aufzeichnungen zur Kneipenkultur. Wir wissen, dass mit der Völkerwanderung das Römische Reich zerbrach und damit ultimativ auch die römische Gasthausinfrastruktur, dass das so ein bisschen damit verschwunden ist. Und bis es dann vor allem bei uns auch so zu echten Kneipenvierteln in den Städten kam, vergingen dann schon noch einige hundert Jahre. Und es hat aber eigentlich immer in der, ja, durch die ganze Zeit hinweg haben Kneipen und vor allem Gastfreundschaft haben immer eine wichtige Rolle gespielt. Und es gab auch oft oder lange Zeit gab es so eine Regierungserlass, dass du Leute auch gastfreundlich behandeln musstest. Ja, sonst wurdest du mit Geldstrafen besegnet und das gab es oft bis ins 11. Jahrhundert hinein. So, das Kost und Logis waren oft dann auch umsonst oder wurden auch gerade von der Kirche, ja, wenn es irgendwie um Pilgerreisen ging, wurde das auch kirchlich oft gefördert und unterstützt. Und deshalb wurde es den Geistlichen eigentlich untersagt war, in eine Taverne zu gehen. Zwischen 950 und 1250 gab es eine große Wärmeperiode, in der Folge es hohe Getreideerträge gab und die Wirtschaft boomte und mit ihr dann auch die Wirtschaft, wenn ihr versteht. Aber ich habe erst gedacht, dass das in eine ganz andere Richtung geht, weil dann, dass sie es quasi auf einmal nicht mehr gut genug konservieren konnten, aber da gehst du vielleicht auch darauf ein, so der klassische Keller, wie wir ihn in Franken auch kennen, wie es da mit der Lagerung des Biers war oder ist das heute gar nicht das Thema? Nee, tatsächlich gehe ich da gar nicht so sehr. Okay, da haben wir mit dem Travis eine schöne Bierbraufolge. Eben, wir haben das ja schon mal behandelt, ja. Wobei das auch eine spannende, ja, tatsächlich wäre das auch mal noch einen näheren Blick wert, so wie das mit der Kühlung funktioniert hat und wie dann so die ersten die ersten Kühlwägen und Kühlhäuser und so in Amerika entstanden sind. Ja, das ist auch ganz spannend eigentlich. Aber ich, ja, ich glaube, wir haben das schon eigentlich ganz gut erschlagen. Naja, Braun und Malzen wird kaiserlich geregelt und auch das Reisen innerhalb des Reiches wird jetzt dann mit der Zeit immer normaler. So, selbst der Kaiser, ja, geht auf regelmäßige Tournee durch seine ganzen Kurpfalzen und so, ne. Also der, auch der wird dann überall beherbergt und hat seine ganze Bagage dabei und die, also es entsteht auch so über die Jahrhunderte immer mehr an Gast- und Trinkinfrastruktur. Ja. Mehr Handel, mehr Wohlstand, eine finanziell gut situierte Bürgerschicht, so, all das sind begünstigende Faktoren für mehr Saufgelage. Interessant dabei ist, dass viele Gasthausbetreiber konnten es angesichts der Besucherströme irgendwann gar nicht mehr Hand haben, dass sie neben Trinken auch noch Essen und Stelle und Unterkünfte irgendwie mit anbieten und in der Folge fokussieren sie sich dann auf das, was hat am meisten Umsatz verspricht, so, ne, halt auf nur, nur Alkohol ausschenken, genau. Ja, vor allem sind die halt sehr gut berechen und auch wieder lagerbar. Wenn du so eine Amphore Wein irgendwie wieder verschließt, die wirst am nächsten Tag wieder los. Aber dein Essen hält halt keine drei Tage lang. Genau. Und irgendwie, ja, Pferde und Betten und das alles irgendwie anzubieten und sauber zu halten und herzurichten, das braucht irgendwie viel Arbeit und viel Platz. Da kannst du verglichen damit mit einem Abendlangen Bier ausschenken sehr viel mehr verdienen. Die Handwerksgilden, die auch in der Zeit dann immer mehr im Kommen sind, die betreiben oft eigene Trinkhallen und das erwähne ich aber hier nur, weil das Wort Gilde aus dem Niederländischen stammt und so viel bedeutet wie Festschmaus oder Trinkgelage. Aha. Im Mittelalter durften prinzipiell auch Privatleute Bier brauen und das sogar an die Nachbarn verteilen, aber nur, wenn sie die entsprechenden Abgaben dafür leisteten. Das sollte klar sein. Das Braurecht wurde aber dann so durch das Mittelalter hindurch und mit der Zeit immer weiter eingeschränkt. So durften dann irgendwann die Menschen in der Nachbarschaft bald nur noch abwechselnd brauen, also immer nur einer und das wurde dann quasi so, das Schankrecht wurde dann immer weitergereicht und es gab dann immer ein riesen Aufheben, wenn in einer neuen Stube dann ein neues Fass angestochen wurde und man erkannte, wer gerade dran war daran, dass die dann einen Besen oder einen Kranz über die Tür gehangen haben und das kennt man heute vielleicht noch so als Besen oder Heckenwirtschaft. Besenwirtschaft, genau. Aber dann ist man dann quasi als Nachbarschaft kollektiv zu demjenigen hin oder was? Ja, genau. Aber was ist, wenn man die nicht mochte? Musstet ihr diejenige dann teilen? Musst du halt überlegen, ob du Bier willst oder nicht. so. Aber mal ernsthaft, gab es dann, also mussten die quasi das herstellen und mussten die mit den Nachbarn teilen oder gab es da irgendwie ein Gesetz dazu? Boah, da bin ich jetzt überfragt. Also das ist wahrscheinlich nee, ich glaube, du hattest halt so ein wechselndes Schankrecht, ob du das jetzt dann erfüllen musstest oder ob du, wenn du gesagt hast, nee, mach ich nicht, ob das dann dich einfach ausgelassen hat quasi, das weiß ich nicht genau. Du musstest dich wahrscheinlich dafür irgendwie bewerben, dass du das kriegst, denke ich. Und das haben dann schon auch nur die gemacht, die dann gastfreundlich waren und damit irgendwie auch was verdienen wollten. Und ich meine, das sind wir jetzt auch nicht dann so, dass die Leute dann, die haben keine Wirtshäuser betrieben, sondern da saßen die dann halt in der Stube so und haben quasi, also das war dann sehr, sehr familiär. Da gab es keinen Gastraum in dem Sinn, sondern es waren halt die Wohnhäuser, in denen die dann gebechert haben. Ja. Okay. In der Zeit sprossen dann auch immer mehr Klöster aus dem Boden und ich meine, dass dessen heilige Orte der Bierseligkeit sind, das wissen ja, glaube ich, alle, dass da vor allem in der Fastenzeit viel gebechert wurde und es gibt eine alte deutsche Weisheit, die besagt, wo ein Brauhaus steht, da braucht es kein Backhaus. So, das geht auch so ein bisschen auf die Mönche und ihr starkes Bier zurück. Die Mönche prägten auch die Maßeinheit der Maß, auch wenn es zwar die Maßeinheit gab, aber die lange Zeit nicht geregelt war. Also die Maß an einem Ort konnte gerne mal einen Liter und am anderen mal zwei Liter umfassen. Ah, okay. Was schon ein wichtiger Unterschied war, weil den Mönchen standen fünf Liter oder fünf Maß pro Tag zu. Krass, das ist was, das wird man heutzutage überhaupt nicht mehr irgendwie hinterfragen, ob eine Maß quasi halt ein Liter ist oder nicht so. Ich empfehle wieder auch eine Karambolage Folge über die deutschen und die französischen Maßeinheiten für Biere. Auch wieder ganz toll. Ich schmeiße es mal in die Shownotes. Gibt es da so viele? Naja, also so die Geläufigen halt, das ist natürlich immer dieses Format, das die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich aufzeichnet. Von daher, naja, klar, aber selbst bei uns gibt es ja da unterschiedliche, ja, vom Seidler bis zur Maß gibt es ja da irgendwie einiges. Klöster hatten alkoholmäßig und grundsätzlich auch den Vorteil, dass sie gut organisiert und mit ausreichend Kapital ausgestattet wurden und außerdem haben sie ihr eigenes Getreide herangezogen und natürlich sie mussten keine Steuern abdrücken. Also es ist sehr, sehr naheliegend viele Gründe dafür, dass das Brauwesen sich gerade in den Klöstern dann sehr, sehr stark professionalisiert hat. Bis dann irgendwann 1800 rum Napoleon kam und alles zerschlagen und säkularisiert hat. Buh, 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 über die Jahre und Jahrhunderte zogen Kneipen auch immer mehr Gesindel an. Erst recht dann so im dunklen Teil des Mittelalters, wo die Sitten allgemein ein bisschen wo es vorher so zivilisiert sicherlich war. Wo die Sitten so ein bisschen naja, wir haben jetzt sehr viel über Gastfreundschaft und so geredet und so, aber es gibt schon auch, gibt schon auch, wenn du so wirklich an, ich weiß auch nicht, wie dunkel das dunkle Mittelalter wirklich war. Man hat da so echt, echt durch Serien. Typen im Kopf und vor allem, ich glaube einfach, das Mittelalter ging ja auch einfach wahnsinnig lang und hatte verschieden, und hatte verschiedenste Phasen, wo auch das sehr unterschiedlich war und für uns ist es heute so, ja da waren die Ritter und da waren alle schmutzig und da war die Pest und wir schmeißen da alles so in den Topf rein, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Ja, das stimmt schon, aber es ist schon so, es gibt da schon Jahre und Jahrzehnte und wahrscheinlich Jahrhunderte, die irgendwie fröhlicher waren und welche, wo dann viel Pest und viel Leid und viel Elend und wo dann auch mehr Hauen und Stechen untereinander war. Ich glaube immer, wenn es einer Gesellschaft gut geht finanziell, dann ist die sehr, sehr offen und sehr, sehr gastfreundlich und wenn es einer Gesellschaft anfängt schlechter zu gehen, dann sind die Menschen so, ey, wie geht man meins? Naja, und dann sucht man sich einen Sündenbock, dann hat man Schöfte in der Geschichte und dann geht man auf die los. Auch das, ja. Also, aber auch selbst in diesen Jahren, selbst das hatte der Relevanz von Wirtshäusern keinen Abbruch. Es spielte sich weiterhin ein wichtiger Teil des sozialen Lebens in den Wirtshäusern ab, es wurden Geschäfte abgeschlossen, es war auch ein ganz wichtiger Ort, um Nachrichten zu empfangen und weiter zu verteilen. Also wo sonst hast du irgendwie Leute angetroffen, die irgendwie rumkamen, so, ne, wenn nicht in einem Gasthaus, in einem Wirtshaus. Also es war ein ganz wichtiger Treffpunkt. Aber das ist so ein typischer Herr der Ringe hier, es kommen, die Hobbits kommen in die Kneipe, alle sind erst mal still und dann schauen sie, was sie trinken, haben aus dem Auenland, so. Ja, so ist es ja auch, ne, was magst du, wenn du unterwegs bist und jetzt nicht irgendwie deine ganze Versorgung irgendwie dabei hast, dann kommst du in einen neuen Ort und dann schaust, wo du halt was zu trinken und was zu essen kriegst. Dann gehst du auch in die Kneipe und fragst vielleicht den Wirt, wo man denn hier gut übernachten kann oder was man hier, keine Ahnung, ob man das Museum anschauen sollte oder nicht. Ich wollte gerade sagen, wie viele Pen & Paper Runden, die in so, ja, Fantasy-Setting-Spielen fangen an mit ihr trefft euch alle in einer Taverne. Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich auch ein sehr, sehr komisches, schräges Bild, aber da ist schon auch was dran. Das ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Nee, aber es ist ja trotzdem ein popkulturelles Verständnis des Ganzen, wenn das auch so als eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine Art Spielmechanik in so einem Pen & Paper funktioniert, dass allen sofort klar ist, was passiert oder, 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 dass du da in so eine Taverne gehen musst natürlich vor Ort. Ja. Ab dem 12. Jahrhundert gibt es einen anhaltenden Trend hin zur sogenannten Schildwirtschaft und das ist das, also Brauer, die dann, also die, es gibt dann schon so Schanklizenzen, haben wir ja gerade gehabt, ne, und es gibt dann auch wirklich Wirtshäuser und um zu signalisieren, dass du jetzt wirklich hier eine Schanklizenz hast und dass das alles rechtmäßig ist, malst du dir ein ziemlich aufwendiges, einladendes Schild mit einem Wappen vielleicht an die Gebäudefront und damit man dieses Schild möglichst gut sieht, hängst du es am besten noch an so eine Stange, die so in die Straße raussteht, dass du das aus der Entfernung auch siehst und da kommt jetzt der Begriff des Aushängeschilds her. Aber. Da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, aber sehr, sehr logisch auf jeden Fall. Aber das ist auch das, was man heutzutage eigentlich auch immer noch hat, was meistens hier das lokale Bier auch beinhaltet, dieses Aushängeschild. Ja, wobei das lokale Bier das dann weniger so irgendwie, hallo, hier gibt es dieses Bier, sondern das ist halt, weil die Brauerei die Pacht bezahlt oder die Ausstattung stellt so oft. Hä, ist das nicht meistens übereinstimmend? Naja, natürlich, natürlich, aber die Brauerei ist halt, also das Marketing der Brauerei weniger, das der Kneipe, wollte ich damit sagen. Ich wollte gerade sagen, wo kennen wir das eigentlich heute? Also ich, mein erster Gedanke bei so einem Aushängeschild ist tatsächlich eigentlich vor Ort der Bäcker, der dann so eine Brezel oder ähnliches Backwerk also so in Form gebracht draußen am Gebäude hängen hat. Also bei uns hat es tatsächlich die Leuchtreklame, hat das Aushängeschild so ein bisschen abgelöst. Ja, klar. Also das ist nicht mehr so, dass das bei uns eigentlich raushängt, was auch für den vielleicht Lieferverkehr oder so mitunter ja ein Problem sein kann. Es gibt, ja es gibt eine Stadt, ich überlege gerade, ob es Regensburg war oder Passau, ah, können wir mal nachgucken oder jemand schreibt es in die Kommentare, in der ganz viele so alte Aushängeschilde noch so in der Innenstadt sind, für die, die auch richtig reglementiert sind, dass du eben keine moderne Leuchtreklame haben darfst. und dort gibt es auch eine Burgerbratbude einer großen Kette, die sich dann nur für diese Stadt hat ein Schild designen lassen, damit es dann auch so vom Ambiente der Stadt da reinpasst, damit sie es genehmigt gekriegt haben. Aber das gibt es ja öfter mal. So ein bisschen wie Salzburg. Dass die Burgerketten sich dem Stadtteil anpassen müssen. Das gibt es öfter mal. Aber Salzburg ist es nicht, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Aushängeschilder, glaube ich. Also zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Da war ich dieses Jahr. Naja. Übrigens bessert sich mit den Jahrhunderten auch der Ruf und das Ansehen des Wirtsberufs. Wer seine Wirtschaft gut im Griff hat, wer immer brav Steuern zahlt und wer bei Bedarf, und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch dann für Ruhe sorgen kann in seiner Knappe, der hat gute Chancen gesellschaftlich dann sogar ins Bürgertum aufzusteigen. Also wo das ganz früher ein sehr geächteter Beruf war, ist es so, dass der im Laufe des Mittelalters schon sich einen gewissen Stand erarbeitet, so ein Wirt oder eine Wirtin. Wobei da sind wir jetzt, glaube ich, tatsächlich in einer sehr, sehr starken Männerdomäne in der Zeit. Ja. War auch ein arter Job so. Ja, ich glaube halt, ich wollte gerade sagen, wenn da mal ein Stuhl fliegt oder so, oder du dich erwehren musst, dann ist natürlich einfach so ein gewisser körperlicher Voraussetzung schon eine Sache. Du, ich glaube schon, dass Frauen da gearbeitet haben, so ist es nicht, dass die dann halt bedient haben und tatsächlich sind aus der Zeit dann auch so diese, also man weiß, dass dann Frauen da oft gekennert haben und selbst sogar noch für ihr Essen dort bezahlen mussten und eigentlich keinen Lohn gekriegt haben und deswegen natürlich gezwungen waren, auch sich den Gästen mehr oder weniger an den Hals zu schmeißen, so ein bisschen. Also das war so die Rolle der Frau in der Zeit oder die war halt irgendwie eine Aushilfe oder eine Köchin oder aber dass wirklich eine Frau eigenständig eine Wirtschaft betrieben hat, das kann ich mir jetzt im Mittelalter nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt. In der Zeit wird die Vielfalt an Wirtshäusern aber immer bunter. So von ganz noblen Etablissements mit angeschlossenen Badehäusern bis hin zur zwieligten Kaschemme voller gewaltbereiter Halsabschneider, das gab es alles. Also früher früher war das oft so ein Ding, okay Kneipe überall gleich, aber jetzt, also ich habe wirklich von Wirtschaften gelesen, wo du in einer Badewanne dann irgendwie dein Essen serviert bekommst und so. Also gab es irgendwie alles. Badewanne ist Bestes. Interessant auch, der Ratskeller, habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, was ein Ratskeller eigentlich ist und wo das herkommt. Das ist so eine Art Sonderform des Wirtshauses, wo sich das das Magistrat trifft, um Politik zu machen und so kommunaler Ebene irgendwie Entscheidungen zu fällen und die Gewinne aus dem Wirtsbetrieb gehen dann in Teilen auch an den Magistrat wieder. Dafür hat der Ratskeller aber Sonderrechte. Also der ist zum Beispiel der einzige, die einzige Kaschemme am Ort, die ausländische Weine ausschenken darf. Was ist denn eigentlich die genaue Definition einer Kaschemme? Das weiß ich auch nicht, aber es ist ein sehr, sehr schönes Wort, das ich sehr gerne benutze. Im Endeffekt ist es so ein bisschen abwertend für eine zwielichte Kneipe, oder? Ja, ja, genau. So, so kenne ich es. Also selbst abwertend für eine zwielichte Kneipe? Ja, ja, finde ich tatsächlich. Oder trifft es doch? Ich glaube, du hast den Gag mit dem abwertend für zwielicht. Ja, 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 ich weiß schon, aber ich finde selbst für eine zwielichte der schlimmste, der schlimmste, der schlimmste, der schlimmste. Genau, genau. Also da halte ich, da habe ich jetzt erst recht Bock drauf. Auf mich ist diese Corona bald vorbei. Genau. Der Kollege Kraus ist gemutet. Ja, der hat wieder in das falsche, wahrscheinlich ist sein Rechner in den Standby gegangen, den wir können ihn noch sehen. Ich habe gar nichts, gar nichts. Gar nichts. 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 Nichts habe ich gemacht. Nichts. Das ist diese übersensible, magische Maus von dem Hersteller mit dem abgebissenen Apfel auf dem Logo. Jürgen, warum sagt man, heute backe ich, morgen brauche ich? Na, weil du, du hattest halt immer feste Wochentage für solche Dinge. Das war halt einfach so geregelt. Genau, aber warum, warum ist es tatsächlich eine wichtige Option, dass man es in der Reihenfolge macht? Ja, ja, es gibt, es hat, ja, oh Gott, ich weiß es, ich wusste es. Im Endeffekt, die Leute wussten früher nicht, dass Hefe, ja, bei der Hefe, das hat, ja, ja, genau. Genau, die, die da weiterhilft beim Bierbrauen. Du kannst auch, wenn du sozusagen ein Bier ansetzt, genauso wie du ein Brot ansetzen kannst, mit irgendwelchen Kulturen, die in der Luft rumfliegen, das geht im Prinzip auch erst mal. Aber irgendwie hat man festgestellt, dass Braun irgendwie immer so ein bisschen besser funktioniert, wenn man den gleichen Sud benutzt, also den, den gleichen, die gleichen Gefäße, wenn man am Tag vorher gebacken hat. Okay. Ohne, dass man halt so genau wusste, dass da irgendwie Hefe und was die so genau im Bier macht, hat man halt irgendwie festgestellt, dass mit dem Bier wird irgendwie besser, wenn man das eben am Tag drauf macht. Und daher kommt tatsächlich dieser Spruch, das mit dem Klauen von der Königstochter, das überlasse ich dann wieder dem Jürgen. Und witzigerweise, das ist hier auch insofern ausgeführt, als dass auch lange Zeit, als es noch nicht so klar war mit der Hefe, haben die dann auch festgestellt, dass wenn Frauen diese Bottiche säubern und so, dass das auch nochmal sich anders auf den Geschmack auswirkt. Weil die Hefe ist ja auch teilweise auf der Haut und überall und so. Und dass das den Biergeschmack beeinflusst hat. Es ist auch nur der weibliche Teil der Hefe, der irgendwie fürs Bier gut schmeckt. Also da kenne ich mich jetzt nicht so richtig gut aus, aber dafür kann ich euch, nein, ich empfehle jetzt nicht nochmal dieses Buch, aber das habe ich da in einem Fall gelesen. Auch bei Hopfen, auch bei Hopfen schmeckt der männliche Teil glaube ich nicht, nur der weibliche. Bei Marihuana ist es übrigens ähnlich. Bereits im 16. Jahrhundert war vielen in Europa klar, die Deutschen sind wahnsinnig einfach, wahnsinnig bescheiden und wahnsinnig versoffen. Wer im Land, der Dichter und Zecher etwas auf sich hielt, kam am Alkohol nicht vorbei. Das geht heute mehr denn je, wenn ihr mich fragt, aber das war vor allem natürlich auch schon sehr, sehr früh in Deutschland so. In den Bauernkriegen 1524, 25 wurden viele Klöster und damit auch Brauereien zerstört. Und das ist ziemlich doof, weil der Pöbel natürlich nach Stoff verlangt hat. Und oft sind in dem Krieg dann bewaffnete Bauern in Städte einmarschiert und haben mehr oder weniger Alkohol als Schutzgeld verlangt. Also wenn sie keinen Alkohol gekriegt haben, dann haben sie halt Randale in der Stadt veranstaltet. Und im 30-jährigen Krieg war das Ganze dann noch ein bisschen extremer, weil da dann auch oft keine Felder mehr oder lange Zeit keine Felder mehr wirklich bestellt wurden, weil die Männer ja an den Waffen waren. Also dann waren die Rohstoffe irgendwann knapp und der Bierpreis stieg teilweise ums Neunfache. Das führte dazu, dass nach dem Westfälischen Frieden 1648 das Braugewerbe so ein bisschen brach lag. Die Qualität der verbleibenden Biermarken fragwürdig, wenn ihr mich fragt. Oder würdet ihr etwas trinken? Das heißt Auweh, Menschenfett, Krabbel an der Wand, Kasernenbrühe oder meine Lieblingsmarke Nackenschweiß. Also das ist echt ein bisschen widerwärtig. Das ist ein bisschen übel. Ich habe überlegt, ob ich euch noch ein paar reinmische, die ich mir selber ausdenke und ihr müsst mir dann raten lassen. Aber ich fand das schon widerlich genug so. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Eigentlich waren wir vor diesem kurzen, magere 30 Jahre andauernden Krieg braumäßig schon beim Hopfen und bei einem ziemlich fortgeschrittenen Gähprozess. Aber aus manchen Alternativen wird nach dem Krieg wieder mit allem gebraut, was gerade zur Hand ist. So Eier, Ochsengalle, Rinde, egal, alles rein. Ochsengalle. Ja, lecker. Aus den Trümmern entstanden in den folgenden Dekaden dann Braugasthäuser, die schon nahe an dem sind, wie wir es heute kennen. Wo Brauerei und Gasthaus unter einem Dach ist, professionell eingerichtet und ausgerüstet, höchst traditionell betrieben und damit unterm Strich auch immer so latent fortschrittsfeindlich. Und ja, zeichnet sich dann auch ab, dass Deutschland braumäßig lange Zeit so ein bisschen auf der Stelle tritt. Also, dass in England kommen dann irgendwann Dampfmaschinen und neue Materialien und das setzt sich auch im Brauwesen durch, neue Maschinen, neue Prozesse und die Deutschen sind da ein bisschen hinterher. Okay. Erst mit der Gewerbefreiheit im 19. Jahrhundert ändert sich das auch bei uns im Lande und einmal mehr führt es dazu, dass das Wirtshaus boomt. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Nennenswert vorher noch der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der in Potsdam ein kaiserliches Brauhaus zur Versorgung seiner Truppen einrichten ließ und Friedrich I. hat auch seinen Sohn mit Biersuppe großgezogen und ihn zum Brauer ausbilden lassen. Hattet ihr schon mal Biersuppe? Nein, aber auch da habe ich voll Bock drauf. Ich hatte, nein, mein Bruder hatte einen französischen Austauschstudenten da, also, schon ein paar Jährchen her, ne? Und dein Bruder war selber noch Schüler zu den Jahren. Genau, und der ist auch älter als ich, also von daher könnt ihr euch vorstellen, dass das so ein paar Jährchen her war, da war er dann 16. Im frühen 20. Jahrhundert. Naja, genau. Jedenfalls war dann die Idee von meinen Eltern, oh, wir kochen halt mal was Deutsches, irgendwie so, und dann irgendwie probieren wir halt mal hier Biersuppe, wenn wir irgendwas zusätzlich noch anbieten, was irgendwie so mega deutsch ist, dann komm hier mit Bier. Und ich meine, mal ganz ehrlich, es sind die ganzen Leute, die wir jemals zu Gast hatten aus verschiedenen Nationen, sind eigentlich ziemlich alle auf Bier abgefahren. Sagen wir es so, ich probiere ja gern alles, aber, aber, ne, das war einfach echt nicht geil, muss ich sagen. Ich habe da irgendwie ein paar Löffel von probiert und habe es dann stehen lassen. Es ging allen auch so, mit Ausnahmen des französischen Gastschülers, der lustvoll irgendwie diesen, diesen Teller leer schlapperte und danach nach einem Meer verlangte. Also der war eigentlich der Einzige, der das geil fand und der sich aber hat auch sehr schmecken lassen. Von daher, schön. Also, aber bekanntermaßen bist du ja kein Bierfreund, insofern steckt deine Urteilsvermögen jetzt diesbezüglich etwas in Frage. Ja, da bin ich bei dir, aber alle anderen in dem Haushalt fanden es auch ziemlich widerlich. Das ist natürlich die andere Frage, ne, irgendwie, meine Mutter hat dann selber gesagt, sie weiß gar nicht, ob das gut schmeckt und ob das so gehört und so. Sie hat es selber vorher noch nie gemacht, sie kocht eigentlich sehr anständig, aber da war sie sich selber sehr unsicher, von daher kann es auch einfach sein, dass das so ein bisschen daneben gelangt war. Das finde ich relativ spektakulär, dass deine Mutter dann sowas ausprobiert, obwohl sie es vorher noch nie probiert hat. Total, und sonst ist es eigentlich eine super konservative Köchin in die Richtung, also gerade wenn es irgendwas geht. Da wollte man mal was Ausgeflipptes machen. Naja, naja. Mit den französischen Austauschschülern kann man es ja mal machen. Ja, aber wie gesagt, die hatten sich, die hatten, die fanden es super. Also, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber Friedrich Wilhelm I., der Sohn davon ist Friedrich II., ja, und das wird bekannt als Friedrich der Große und der entwickelt sich schnell zu einem der größten Bierfürsprecher seiner Zeit. Also der große, größte Führsprecher vom großen, größten Gerstensaft, ja. Einen ordentlichen Influencer. Einen ordentlichen Influencer. Der alte Führer. Ordentlich. Also, mit Biersuppe groß geworden, zum Brauer ausgebildet und dann zum Friedrich den Großen. Ja, Wahnsinn. Als der immer stärker zunehmende Kaffeeimport hat dazu geführt in Deutschland, dass die Einkünfte aus der Biersteuer immer weniger wurden. Also hat jetzt der Friedrich angefangen, die Bohne mit hohen Einfuhrzöllen zu belegen und schlussendlich dann sogar 1781 das Rösten außerhalb der staatlichen Kaffee-Rösterei verboten. Also das Rösten, Rösten, Rösten. In welchem harten wir da gerade? 1781. Ah, das ist nämlich cool. Ich habe nämlich jetzt gerade noch schnell nachgeguckt. Es gibt nämlich ein Lied, das ich jetzt gerade irgendwie da mit reinwerfen wollte und das passt ziemlich genau in das Leben, wann der Herr Hering gelebt hat, der das komponiert hat. also Karl Gottlieb Hering und das Lied sei 1810 entstanden. Ja, okay, wir werden sehen und das heißt C-A-F-F-E-E. Kennt ihr das? Nein. Das wird heute noch in Kinderbüchern abgedruckt und hat den wahnsinnigen Test, also Kaffee, trinkt mich zu viel Kaffee, nicht für Kinder, ist der Türken ein Trank, schwächt die Nerven, macht blass und krank. Sei doch ein Muselmann, der ihn nicht lassen kann. Klar, irgendwie politisch würde man das heute nicht mehr so sagen, aber auch einfach so dieses, diese Abgesang auf den Kaffee als Kinderlied, das ist ja genau zu dem Zeitpunkt, dass wir hier reinpassen. Das kommt genau so ein bisschen von Friedrich. Er hat nämlich jetzt einfach gesehen, er hat selber auch Kaffee getrunken und fand Kaffee gut und hat auch selber in der staatlichen Kaffee-Rösterei gerüstet. Ja gut, aber was du dir reinzischst und dann vorschreibst, weil es gut ist für das Volk oder weil du das gut findest, wenn es so wäre, das sind ja immer nochmal zwei paar Dinge. Den hat er auch den Leuten verkauft, aber der war halt sauteuer. Aber der hat jetzt gesehen, okay, mir geht hier Geld flöten und die Biersteuer wirft nicht mehr so viel ab wie früher und dann hat er halt angefangen, die Story vom guten Bier und vom schlechten Kaffee zu erzählen. Er soll gesagt haben, ein jeder Brauer und gemeine Mensch gewöhnt sich jetzt zum Kaffee. Wird das ein bisschen eingeschränkt, so müssen sich die Leute wieder an das Bier gewöhnen, denn das ist zum Besten ihrer eigenen Bierbrauereien. Übrigens sind seine königliche Majestät höchstselbst mit Biersuppe erzogen worden. Ihre Väter kannten nur Bier und das ist das Getränk, das für unser Klima passt. Also er hat jetzt so ein bisschen so eine Kampagne, kann man sagen, gegen Kaffee und für Bier gefahren. Ja, vor allem wenn du dir überlegst, wo Bier eigentlich auch mal herkam, von den Babylonien und sowas her, ist also so dieses Argument mit, ja das passt fürs Klima hier, denke ich mir auch, das ist einfach so an den Haaren herbeigezogen, alles. Klar, hier wachsen keine Kaffeesträucher, das ist schon wahr, aber das ist echt ein, eigentlich ein echt Bullshit-Argument, aber. Aber bin ich jetzt der Einzige, der sich fragt, warum überhaupt das eine mit dem anderen verglichen wird? Naja, naja gut, beides, beides ändert ja was ein bisschen in deiner Aufmerksamkeit und heute wird ja zumindest die, ja ich sag mal, die knallenden Bestandteile von beidem auch gern miteinander kombiniert mit irgendwelchen, so Energy-Drink plus irgendwelche hochprozentigen Alkoholiker, ist ja so ein Disco-Ding. Speedball? Speedball? Die knallenden Bestandteile finde ich übrigens eine extrem schöne Formierung. Ja, Koffin und Alkohol. Ja, klar, aber ich finde die knallenden Bestandteile finde ich geil, finde ich wirklich super. Speedball, wenn du so aufputschende Drogen mit runterbringenden Drogen kombinierst, also so ein Wodka Red Bull oder so ein, ich weiß gar nicht, es gibt auch, wenn du Kokain und andere Drogen mischt, ich glaube, das ist der Drogenbegriff dafür. Naja, okay. Gut, dass du dich damit auskennst. Das musste ich mal für einen Artikel recherchieren. Ah ja, na dann. Tatsächlich so. Naja, also das hat jetzt noch ganz komische Auswüchse genommen, denn natürlich, wenn du den Leuten was verbietest, was machen sie dann? Dann machen sie es erst recht. Sie machen es erst recht und heimlich. Und es ging dann so weit, dass der Kaffeeschmuckel wurde immer extremer. Naja, und dann hast du so Zeug wie, dann wird der Kaffee gestreckt oder irgendwie. Ja, das mag passiert sein, aber so weit kam es dann, glaube ich, am Ende gar nicht. Also es wurde sehr, sehr viel Kaffee geschmuggelt und das wurde dann auch wieder, hat dem Fritz natürlich auch nicht gepasst und dann hat er angefangen, naja, ein neues Berufsbild zu schaffen, um dem Einhalt zu gebieten und er hat staatliche Kaffeeschnüffler eingesetzt. Und den Kaffeeschnüfflern, denen war es zum Beispiel auch explizit, explizit erlaubt, Frauen nach verstecktem Kaffee abzuschnuppern. Also, ich kriege hier gerade massive Hannibal Lecter-Vibes. Ja, also ich meine, die haben dann wirklich überall Kaffee halt, so wie du heute im Flugzeug irgendwie Dinge transportierst, die da vielleicht nicht erlaubt sind, haben die halt Kaffee irgendwie und Kaffee riecht man, glaube ich, auch sehr gut, auch mit einer untrainierten Nase, da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Drogenhund. Also, das war ein Ding. Kaffee war, ebenso wie Bier, trotzdem einfach nicht totzukriegen. Also, spätestens dann, Friedrichs Nachfolger hat, was den Bohnenbann anbelangt, zurückgerudert. Oh, Brunenbann ist eine schöne Formulierung. Chapeau, Chapeau. Am 17. Oktober 1814 kommt es in St. Giles, einer Londoner Gemeinde, zu einem Unglück und ich bin sicher, dass ihr davon schon gehört habt. Ja, weil wir es mal in einer Bonusfolge hatten, wo ich mein anderes Mal das probiert habe. Genau. Ein großes Fass mit 600.000 Litern Porter platzt und löst eine Kettenreaktion aus. Weitere Fässer in dem Gebäude zerbersten, eine fast 5 Meter hohe Bierwelle ergießt sich auf die Straße und reißt alles nieder, was sich ihr in den Weg stellt. Zwei Häuser stürzen ein, acht Menschen sterben, darunter ein 3- und ein 4-jähriges Kind. 1,4 Millionen Liter Bier gehen hier den Bach runter. Geschichten zufolge kommen zahlreiche Passanten zusammen, um zu retten, was zu retten ist. Also nicht die Menschen, sondern das Bier. Hunderte Menschen sollen versucht haben, das mit Krügen einzusammeln und einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Und andere haben sich einfach irgendwie Kopf auf die Straße und haben es direkt von der Straße gesoffen. Schlicht es mit direkt den Venen an. Es kommt zu Massentrunkenheit. Als soffene Kinder daneben liegen. Ja, aber das ist wie im Schwimmbad, das ist so viel. Es kommt zu Massentrunkenheit und einem Fall von Alkoholvergiftung. Aber wahrscheinlich ist der Teil nur Legende. Also es ist anzunehmen, dass das, die Zeitungen jedenfalls schreiben nichts darüber aus der Zeit und das anzunehmen, dass es deswegen vielleicht auch nicht so war. Was aber wohl so war, ist, dass es da unmittelbar nach dem Unglück schon gewiefte Geschäftemacher gegeben hat, die Geld verlangt haben, um Ertrunkene in ihrer Wohnung zu besichtigen quasi. Und es während noch das Bier quasi überall stand. Also die sind teilweise hüftbogen Bier gewartet. Menschen. Und haben anderen ihre toten Verwandten irgendwie da präsentiert. Und da ist dann auch in mindestens einem Fall ist dann der Boden vom Haus durchgebrochen, weil ich meine so, das hat ja auch ein wahnsinniges Gewicht. Und es gab weitere Verletzte. Ja, du musst auch überlegen, dass zu dem Zeitpunkt und hör dir einfach die Bonus-A-Folge mit den Katastrophen, die Gebäude zur damaligen Zeit waren ja auch einfach nicht nach irgendwelchen ganz tollen Baustandards von heute gebaut, sondern gerade, wenn die Wohnungsknappheit sehr groß war, wurden halt irgendwo Zwischenwände eingezogen und irgendwas und dann einfach noch mehr Leute reingepfercht. Und dann, wenn dann so eine Welle daherkam, dann sind die halt gerne eingestürzt. Haben wir schon mal über die Story mit der Wohnungsknappheit in London gesprochen hier? Da gibt es so eine schöne Anekdote. Ich weiß nicht, die habe ich mal in irgendeinem Zeitungsartikel gelesen. Das in London ist ja Grund schon immer relativ teuer. Früher hat es dazu geführt, dass die Häuser quasi auf einer Grundfläche gebaut wurden, aber nach oben dann immer weiter ausladen, quasi in die Straße reinragen. Das war schon so ein Auswuchs davon. Und jetzt in neueren Zeiten hat es dazu geführt, dass viele Leute, weil sie einfach nicht weiter umbauen oder aufbauen oder anbauen konnten, sich kleine Bagger gekauft haben, gebraucht oft, und im Keller quasi nach unten gebaggert haben. Und weil man dann aber diesen Bagger dann nicht mehr rauskriegt, haben die den halt einfach da einzementiert und jetzt haben irgendwie, also es sollen, glaube ich, bis zu 5000 Bagger in irgendwelchen Londoner Kellern rumgammeln. Ich muss diesen natürlich noch raussuchen. Ja, also es muss eine wahnsinnige Anzahl sein. Das ist so eine wahnsinnige Anzahl. Ich habe neulich auch einen Artikel über skurrile Engpässe gelesen, der Geschichte. Ich glaube, da gab es wahrscheinlich, zählt Bagger auch dazu. Irgendwann gab es wahrscheinlich einen Baggerengpass und die Leute haben horrende Preise für gebrauchte Bagger verlangt. Aber dass du denn jetzt sagst, du schweißt das Ding auseinander und schleppst es raus oder schraubst es auseinander oder so, sondern einfach, das ist ja auch echt hoch, so ein Ding. Na ja, sie haben halt relativ günstig so ein Ding eingekauft und dann wollten sie es nicht mühselig da wieder raus, sondern einfach Zement drüber und fertig. Ja, und was ist, wenn du denn noch tiefer buddeln willst? Dann musst du erst wieder den Beton aufmachen und den Bagger wieder rauskriegen. Ja, ich weiß nicht. Und dann brauchst du einen anderen Bagger und dann brauchst du einen größeren Bagger um den Bagger wieder wegzumachen. Und was machst du dann mit dem Bagger und dann zementierst du dann auch wieder ein? Das wird immer schlimmer. Ich weiß ja nicht, wie das Kanälen und so ist. wenn du irgendwann zu teuer wird. Also ich suche jetzt mal raus den Artikel, weil jedes Mal, wenn ich diese Anekdote erzähle, denke ich mir, ey, das ist so absurd, das kann doch gar nicht stimmen und jedes Mal suche ich wieder diesen Artikel raus, um mir selber zu beweisen, was ich wirklich gelesen habe. Jedes Mal denke ich, also wenn wir davon nicht ausgehen, dann können wir diesen Podcast hier, glaube ich, zumachen. Wobei, ich lese vieles auch noch auf gedrucktem Papier. Ich wollte es gerade sagen, das stimmt auch gar nicht. Und da stimmt ja wirklich immer alles. Ich halte jetzt noch ein letztes Mal das Buch in die Kamera, weil ich habe noch 9% Akku und bin dann gleich weg. Also tonmäßig nett, aber bildmäßig. Klar, Bier war in Deutschland omnipräsent. Selbst Krankenhäuser haben im 19. Jahrhundert eigene Brauereien unterhalten. Und es ist auch, die Qualität ist über die Zeit wieder gestiegen. Ja, also ich meine, klar in Deutschland mit dem Reinhardt-Gebot auch und überhaupt war, Deutschland entwickelt sich dann so seit den Germanen, wo es einen sehr schlechten Ruf hatte, doch dann so langsam, aber sicher zur Biernation. Welche Stärke hatte denn das Bier damals? Auch so unterschiedlich oder eher leicht? Weil ich meine, 5 Liter Ballest würde ja nicht von richtigen, keine Ahnung, du trinkst dir ja nicht 5 Liter Bock am Tag oder sowas. Naja. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß, dass lange Zeit die Biersteuer an dem Promillgrad auch bemessen wurde und das ist dann schon auch gar nicht so im Ansinnen der Leute war, wahnsinnig starkes Bier zu brauen, aber die Mönche zum Beispiel, die auch keine Steuern gezahlt haben, die haben natürlich sehr, sehr starkes und sehr, sehr nahrhaftes Bier gebraut. Ja gut, für die verraten Zeit, klar. Kann ich dir jetzt an der Stelle nicht genau beantworten. Ich kann dir aber sagen, dass zum Beispiel als Napoleon Preußen besetzt hat, 1806, da waren seine Männer von den Berliner Weißbieren so angetan, dass sie es den Champagner des Nordens getauft haben. Also das hat sich doch schon einen ganz guten Beruf zumindest in Europa dann erarbeitet. In Preußen haben sich ja auch die Leute mal die Mühe gemacht und haben so gezählt, wie viele Brauereien es da denn so gibt so auf Einwohner und 1852 hielt dann quasi der Bierzensus fest, dass 2,5 Gaststätten pro 1.000 Einwohner existierten, was schon okay ist. Im Jahr 1872, also 20 Jahre später, sind es schon 4,8 und in Berlin waren es in der Zeit schon 7,4. Also 7,4 Gaststätten auf 1.000 Einwohner. Das ist schon Alter, das ist schon enorm. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Als 1835 der erste Zug Menschen von Nürnberg nach Fürth transportiert, war das schon ein ziemlich großes Ding. Die Seekuh? Die Seekuh? Das ist nicht die Seekuh, nein, die Seekuh ist bei uns durchs Dorf. Das war der Adler. Der Adler. Oh, habe ich komplett falsch, aber tatsächlich. Aber es war ein Tier, Dominik, du warst nichts. Du warst ganz klar. Also so verkehrt bin ich nicht, weil die Seekuh ist nämlich tatsächlich. Nee, auch so mit Anmut und Eleganz. Witzigerweise habe ich heute, als ich das runtergeschrieben habe. Aber jetzt mal, Jürgen, jetzt mal ganz kurz, kennst du nicht die Seekuh? Nein, aber als ich das heute runtergeschrieben habe, hatte ich da schon stehen, die Biberdbärbel, weil das war nämlich der Zug, der bei uns gefahren ist. Also ich habe fast den gleichen Fehler gemacht wie du. Nee, es war natürlich der Adler. Und der hat dann nochmal großes Aufsehen, für großes Aufsehen gesorgt. Ein Jahr später, weil er nämlich zwei Fässer fränkischen Biers durch die Gegend gekarrt hat. Und das war der erste quasi nichtmenschliche Güterverkehr auf Schiene, waren zwei Fässer fränkisches Bier. Was heißt nichtmenschlicher Güterverkehr? Jetzt sind wir aber hier in den Doppelungen, oder? Stimmt. Ja, das kommt raus, wenn ich mir das nicht, die Sätze nicht komplett aufschreibe, die ich sagen will. So, scheißnei. Rund 40 Jahre später lag der Gesamtbierversand via Schiene schon bei 800.000 Tonnen jährlich. Sogar ein bisschen drüber. Also, auch das hat wieder ein großer Trend, der in Franken seinen Anfang genommen hat. Wieso wird das in Tonnen gemessen? Das weiß ich nicht, weil wahrscheinlich der Güterverkehr in Tonnen bemessen wird, weil du da ja nicht nur Bier, sondern auch andere Dinge rumkarst. Alles klar. Jetzt aber nur meine Theorie. Im 19. Jahrhundert waren Kneipen fest in der Hand der Arbeiterklasse und da waren sie Lösung und Problem zugleich. Da fühlten sich die ausgebeuteten Fabrikler verstanden, die tragen da aber natürlich auch große Teile von ihrem mageren Gehalt hin. Und ja, deshalb startet hier auch logischerweise dann die Arbeiterbewegung. Und überhaupt entstehen im 20. Jahrhundert viele politische Bewegungen irgendwann mal auf dem feuchten Nährboden eines alkoholtrieffenden Bierfilzes. Oh, da haben wir es ja. Bismarck versucht noch die gemeingefährlichen Beschreibungen der Sozialdemokratie, die irgendwo an den Tresen der Nation auf keinem, hat er noch versucht das per Gesetz zu ersticken, hat er aber damit auch keinen langfristigen Erfolg. Und kurzzeitig verlegt sich damals die Arbeiterklasse einfach aufs heimliche Trinken und Revoltieren und dann kommt aber die SAP, die Sozialistische Arbeiterpartei und spätestens da wird die Kneipe im wahrsten Sinne des Wortes wieder salonfähig. Die Industrialisierung spürt den Wirtshäusern zwar massenhaft Kundschaft ins Haus, aber das geht nicht lange gut. Die Arbeiter, also je weiter die Industrialisierung fortschreitet, desto mehr werden eigentlich die Arbeiter ausgebeutet, also desto weniger Lohn bringen sie nach Hause, desto frustrierter sind sie und desto mehr tragen sie dann auch wieder nach Feierabend in die Kneipe und da fließt das Geld dann wieder zurück in die Hände einiger großer Brauereien, also einiger Großkonzerne und das ist so ein richtiger fieser Teufelskreis, der halt viele zu großem Unmut treibt und es gab auch nicht wenige Boykotte gegen große Bierbrauereien dann in der Zeit und es ging dann so weit, dass das Wirte auch schon so richtig Panik hatten, dass sie irgendwie, also sie haben wirklich versucht, sich von Politik irgendwie fernzuhalten und haben versucht, dass auch in ihrer Kneipe dann keine Versammlungen abgehalten wurden oder so, also haben solche Veranstaltungen in ihren Gasträumen dann mitunter sogar verboten. Ganz kurz. Die politischen Aktivismus per se wollten sie unterbinden quasi, weil es ja gerade wurscht, wo die Unbefriedigten sich quasi treffen? Ja, ja klar, aber sie wollten eigentlich da nicht mit reingezogen werden so ein bisschen, sie wollten es nicht bei sich im Haus haben. Ein interessanter Einschub an der Stelle, Bier und Wein sind gesellschaftlich hoch angesehen eigentlich, Schnaps aber nicht, was ich auch einen ganz spannenden Punkt fand an dem Ganzen. So Schnaps gilt die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte als Gift, so als Droge der Arbeiterklasse, manchmal auch als Medizin, aber im Großen und Ganzen so als Anfang vom Ende und dabei haben die Essener Kruppwerke bis 1866 noch kostenlos Schnaps an die Beschäftigten ausgeschenkt. Wow! Schnaps! Das musst du dir mal vorstellen. Und ich meine, sie sind dann zu mir übergegangen, ja. Wie viel besser das dann letztendlich war, weiß ich nicht, aber tatsächlich das Bier in der Produktion, das hat sich sehr, sehr lange noch gehalten. Das kenne ich auch noch. Oh ja. Aus meiner Fan-Arbeitszeit. Und halt vor allem subventioniert der Bierautomat so nicht nur, dass es irgendwie gab, sondern dass halt das Bier in Euro gekostet hat. Und das halt vor allem auch spät in den 90ern, glaube ich, erst war, dass man halt dafür beäugt wurde, dass man Bier getrunken hat tagsüber. Das war sehr interessant, wenn es dann einen Euro gekostet hat, spät in den 90ern, aber ich weiß, was du meinst. Aber es war tatsächlich sehr günstig, ja. Ich wollte gerade sagen, selbst in den 2000ern habe ich einen Fall erlebt, dass in der Firma getrunken worden ist und da gab es halt wirklich einen Unfall an der Maschine und da war jemand wohl vermeintlich, was man sich erzählt, hat ja die Person was getrunken und das ist halt natürlich, wenn du so an so großen Maschinen arbeitest oder so, kann es halt richtig böse ausgehen und dann ist auch das Bier aus dem Berg verschwunden. Das war noch in den 2000er rum. Das war, glaube ich, vielerorts dann so nach und nach. Da ist irgendwas irgendwann mal passiert und dann flogst du langsam raus. Es ist halt doof, wenn du sowas hast wie Schichtarbeit, wo Leute dann morgens eigentlich fertig sind, sich irgendwie noch eine Wurst reindrehen und halt gern ein Bier trinken würden, bevor sie nach Hause laufen, dass du denen das Bier wegnimmst, während andere halt um die Uhrzeit wirklich nicht trinken sollten, weil sie danach mit schweren Maschinen arbeiten oder konzentriert sein müssen oder dann Auto fahren müssen. Ja, aber tatsächlich mit diesem Morgenbier, da sprichst du auch noch was an, weil dieses gerade Frühschoppen freitags um halb zehn, da hat es sich, glaube ich, noch am längsten gehalten. Also da selbst in meinem Angestellten-Dasein habe ich das teilweise noch miterlebt. Ja gut, aber ehrlich gesagt in vielen so, Achtung, ganz große Klischee-Kister auf. Aber ich kenne tatsächlich einfach Leute, die das machen, so in so einer, wir machen das große, große Klischee auf Personalabteilungen, hauptsächlich Damen, die arbeiten, die dann am Freitag, weil irgendeinen Grund gibt es immer, dann halt ein Sektchen zwitschern zusammen. Das ist ja auch kein unübliches Ding. Ja. Das ist doch gar nicht so irgendwie ganz fies verurteilen oder sowas. Natürlich noch mehr, noch mehr Klischees, aber es hat schon auch so eine Berechnung, Also dem freien Schnaps ist halt der Wahnsinn. Ja, also Schnaps ist halt vor allem, da bist du ja einfach in Nullkommunix, bist du ja einfach unfürchtig. Naja. Und dann geschah etwas, das ihr nie erwartet hättet. Bei Bild 9 traurte ich meinen Augen nicht, nein, Quatsch. Aber es geschah dann etwas. Das Viertertagblatt schreibt am 6. Mai 1866. Nachdem das Publikum fast 14 Tage lang den erhöhten Bierpreis ruhig mit ansah und nur insofern Widerstand leistete, als es die Herren Gastwirte mit ihrem Bier sitzen ließ, machte sich einige Aufregung bemerkbar, die abends gegen 9 Uhr zum Ausbruch kam. Wir sind in der Zeit der Nürnberger Bierkriege. Was? Dichter Georg Herwig schrieb dazu, zu Nürnberg, hier steht's gedruckt, da hat es angefangen. Nachdem es lang vorher gespuckt, ist es endlich losgegangen. Es war ein Schlachten, glaubt es mir, als wie vor Trojas Mauern. In Helena hieß Bayerisch Bier, der Feldzug galt den Brauern. Heil uns, dass noch ein deutscher Mann steht auf der Freiheit Wache, dass er sich noch begeistern kann für eine große Sache. Oh Gott, wirklich? Ihr habt's gehört, ja, es haben sich die Nürnberger Brauer dreistet und ich glaube die Förder auch, den Bierpreis zu erhöhen. Und das hat die Leute auf die Straße getrieben. Ein Mob von 50 Erwachsenen und einigen hundert Kindern, was zur Hölle? Aber die haben sich vor der Vierter Brauerei Mailänder versammelt und ganz schnell flogen dann schon die ersten Steine so gegen Türen und Fenster. Gibt's jetzt auch nicht mehr die Brauerei? Als die dann standesgemäß kaputt gehauen war, sind sie weitergezogen zum Humser. Ja, den Humser, kennt man vielleicht noch, ja, der hat aber auch schnell eingelenkt, der hat gesagt, oh ja, ich senke die gleich sofort wieder, versprochen. Dann sind sie weitergezogen zum Grüner, den gab's lange Jahre nicht. Da wurden dann auch wieder Türen und Fenster irgendwie kaputt gemacht, aber auch einige Säcke Gerste aufgeschnitten. Und, naja, nachdem die dann noch in zwei, drei weiteren Brauers dann randaliert haben, haben sie einfach wieder von vorne angefangen. Aber also, um wie viel Prozent haben die denn bitte diesen Bierpreis erhöht? Es war nicht so die Welt. Aber es geht halt jetzt ums Prinzip, ne? Ja, ja, da geht's ums Prinzip. Weißt du, die Brauhäuser, wir hatten's ja gerade schon, ja, die stopft sich die Tasche voll und die Arbeiterklasse, die hat quasi immer weniger zum Leben. Ich empfehle das sehr, Videos von der Bierpreiserhöhung in Österreich von 72. Die, sie wurden mir die Tage tatsächlich in so die Twitter-Timeline gespült. Ganz fantastische. Ja, von 72. Also es sind Filmaufnahmen, noch schwarz-weiß. Aber es ist halt schön, weil man so, also ich mag einfach, egal aus welcher Ecke Österreichs, aber ich mag diese Dialekte eigentlich durch die Bank sehr gerne. und auch so eine Mischung, der eine geht sehr pragmatisch mit um, der andere ist stinkesauer. Eine Frau sagt, na ja, das ist schön und gut, Hauptsache irgendwie so die Grundnahrungsmittel bleiben preisstabil. Wieder ein anderer sagt halt, ja, dann, das sollte noch viel teurer werden. Dann würden die Menschen mal was Vernünftiges trinken, zum Beispiel ein Glas Milch, der ist nämlich irgendwie von der, irgendwie von der Gesellschaft. Milchlobby. Nein, der ist sozusagen der Abstinenzler und so. Das ist also, ganz, ganz großartig. Ich hab's auch schon in die Show Notes reingeworfen. Ja. Ja, 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 also ähnlich stelle ich mir das auch in Fürth vor, nur mit ein bisschen mehr Steine fliegen. Und statt Fürth mobilisiert die Landwehr, aber auch in Nürnberg geht's zur Sache. Also da, da sind's einige Soldaten, die gegen die steigenden Bierpreise auflehnen und das Randalieren anfangen. Und, äh, die Proteste halten immerhin an vom 1. bis zum 4. Mai. Also ist auch ein, ein, nicht, nicht nur ein, wir schmeißen hier mal zwei Steine, sondern es ist schon, ist schon gut was los. Wahnsinn. Am Ende längen fast alle Brauer ein und senken die Preise wieder. Das ist das eigentlich Spannende dran. Ähm, 22 Randalierer werden dennoch verhaftet. Ein 76-Jähriger erliegt, äh, komischerweise seinen Sturzverletzungen, die er nach drei Bajonettstichen erlitten hat. Wo kommt denn jetzt das Bajonett her? Naja, da waren Soldaten mit involviert. So habe ich ja, Nürnberg haben Soldaten, aber dass er an dem Sturz stirbt und, ähm, nicht an dem Bajonett, okay. Wahrscheinlich stirbt er auch nicht am Sturz, sondern am Aufprall. Wären wir schon klug scheißen, dann richtig, gell? Genau. Jetzt sind wir wieder beim Thema, es ist nicht, It's not the fall that hits you, it's the sudden stop at the end. Wo ich immer noch, wo ich immer noch meine, es wäre ein Max-Penn-Zitat, aber ich, ich konnte es noch nicht verifizieren. Egal. Eigentlich hätten die Brauer und die Stadt das kommen sehen können, denn, äh, 20 Jahre vorher war in München ganz ähnliches passiert. Ähm, das hat seinerzeit König Maximilian II. zum Ausruf gebracht, können das die Bayern tun und muss es unter meiner Regierung sein? Ja. Andere spotten nach diesem Bierradau in Bayern, anders als in Paris von 1789 wurde in München 1848 von den revolutionären Massen keine Bastille erstürmt, sondern die Brauerei des Marktführers Pschor. Hacker Pschor. Ist auch schön. Das ist übrigens nach wie vor mein Lieblingsname von der Brauerei. So Pschor ist ja einfach großartig. Mhm. Und es war keineswegs der letzte Bieraufstand. 1907 wiederholt sich die Geschichte in Bamberg, als die Brauer sich ertreisten nach 110 Jahren konstanten Bierpreis des Seidler von 10 auf 11 Pfennig zu euch. 110 Jahre. Man stelle sich das mal vor. Nach 110 Jahren. Es sind halt 10 Prozent, muss man schon auch sehen. Ja, aber einfach, es ist halt einfach fucking 10 Jahre der Preis stehen geblieben. Sag mir eine Ware, die seit 10, die 110 Jahre lang das Gleiche kostet. Und du musst auch sagen, Dominik, es ist die kleinsten mögliche Einheit an Erhöhung. Ja. Ich weiß nicht, gab es damals noch was anderes zu Pfennig? Gab es da noch irgendwie Kreuze oder so? Nee, ne? Keine Ahnung. Pfennig war, glaube ich, schon das kleinste. Es zeigt halt, es ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. 1910 wehrte sich das Volk erneut, diesmal gegen höhere Steuern auf das Malz, auf den Malz, auf das Malz, auf den Malz, ist doch egal. Die Bevölkerung boykottiert darauf die lokalen Brauereien und ein nicht näher beschriebener Großvater soll gesagt haben, ich trinke jetzt bloß noch Zitronenwasser, bis der Humser barf es left. Warum Zitronenwasser? Hat er halt so gesagt? Ich weiß nicht, wir können ja nicht fragen, aber das ist sehr fränkisch, das ist sehr fränkisch für der Großvater möchte jetzt doch das Bier vom Humser nicht mehr trinken, bis der so arm ist, dass er barfuß laufen muss. Aber der Sommer in diesem Jahr ist sehr, sehr heiß und lang und viele durstige Kehlen sabotieren den Boykott heimlich, indem sie das Gesöff einfach von Frauen und Kindern in die Wohnung schmuggeln lassen und also das war kein wirklicher Aufstand und der Aufpreis war dann auch sehr schnell breitflächig, großflächig akzeptiert. Damit Bayern sich 1919 dem norddeutschen Biersteuergebiet und schließlich dann der Weimarer Republik anschloss, stellte Deutschland Süden seinerzeit eine wichtige Bedingung. Das Reinheitsgebot müsse als Ausnahmeregelung mit in das Biersteuergesetz aufgenommen werden. Und so kam es dann auch. Leider ist dabei ein wichtiger Passus aus dem Gesetzestext rausgeflogen, der da ursprünglich mit drin stand und zwar stand da, dass der Preis einer Maß einen Pfennigen Münchner Währung nicht überschreiten dürfe. Das war schade. Münchner Währung? Ja. Sie haben es versucht, den Bierpreis mit reinzuschummeln in das Biersteuergesetz, aber das hat leider nicht geklappt. Das wäre schön, wenn das da heute noch drin stünde. Ja, aber ich glaube, da hätten wir tatsächlich ein Problem, wenn Bier jetzt auch noch super, super günstig wäre. Was könnte nur schief gehen? Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Im frühen 20. Jahrhundert wurde der Wirtshaus Saal ein Ding und Kneipen... Saal! Ja, der Saal. Okay. Ich weiß nicht, du kommst ja auch aus eher so einem ländlichen Gebiet, Dominik, habt ihr ein Wirtshaus mit Saal im Ort? Also im Nachbarort gab es das halt ja, genau, aber bei uns wüsste ich jetzt halt eine... Aber das ist schon was sehr, sehr Verbreitetes, tatsächlich. Und das ist so ein Ding in der Zeit und die Kneipen überwinden jetzt so langsam auch diese angespannte Zeit der Industrialisierung und sie haben jetzt so einen Saal, wo oft dann Hochzeiten und Trauerfeiern und Schützenfeste und alles Mögliche. gefeiert wird, oft natürlich Zusammenkünfte von der Arbeiterschicht, die in so Kneipen hinter Zimmern irgendwie gefeiert werden und später sind es dann auch Kulturveranstaltungen, Livemusik, Theatergruppen, die dort auftreten, noch später dann mobile Filmvorführungen und auch hart im Trend ist das Indoor-Kegeln, das auch in solchen Bahnen... Ja, das stimmt. Das gab es bei uns. Das gab es ja. Kegelbahn hat man vor auch. Schön. Schön, 60er, 60er, 70er, 80er. Ich wollte gerade sagen, bei uns die Straße und der war auch oder ist auch immer noch da, eine Bundeskegelbahn. Ich war da einmal drin und es ist halt einfach eine Kegelbahn mit zwei Bahnen. That's it. Ja, Kegelbahn fand ich aber früher auch immer super. Wir haben auch immer eine Kegelbahn früher gehabt und ich weiß nicht, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Kneipen, die sowas wie einen Saal hatten. Also einen riesigen und irgendwie zwei oder anderthalb kleinere. Also das war wirklich, gab es wirklich und gab es auch lang. Und der größte Besuchergarant war nach der Reichsgründung 1871 vor allem auch das immer beliebter werdende Vereinsleben. So die Geschichte der deutschen Vereinsmeierei ist eng mit dem Erfolg des Konzepts Wirtshaus Saal verbunden. Das wundert mich nicht. Mich auch nicht. Überhaupt nicht. Nee, so gar nicht. So Kneipen werden jetzt aber dadurch auch immer weniger zu Orten der Zuflucht und des Zwielichts als viel mehr und viel wichtigerer Teil der soziokulturellen Biosphäre. So die, ja, also das Vereinsleben, das ist zwar, das belächelt man zwar und das ist heute auch schon lange wieder out und komisch, aber das ist schon ein wichtiger sozialer Treffpunkt über lange Jahrzehnte hinweg gewesen für viele Menschen in vielen Orten. Du und in Deutschland ist die Vereinsmeierei immer noch ein riesen Ding und wie viele Stunden ehrenamtliche Vereinsmeierei jedes Jahr immer noch gelastet werden, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist enorm, ja. Aber das hat, glaube ich, seinen Peak schon ein bisschen überschritten, weil so die neue Generation da nicht mehr... Ja, die wollen eher projektorientiert arbeiten und so, das merke ich ja selber auch. Also ich kenne das auch viel von so Theaterprojekten und Vereinsmeierei, in der ich schon unterwegs war. Da waren die Leute sehr Feuer und Flamme, Projekte durchzuziehen mit so A und dann haben wir da den großen Auftritt. Aber sobald es dran ging, Sachen langfristig zu machen oder auch irgendwelche Sachen außenrum zu erledigen oder Sachen, die einfach einen langfristig binden, waren die Leute sehr, sehr schnell auch wieder weg. Ja, weil das ist auch so, das ist so unfassbar deutsch, einen Verein zu gründen. Also du brauchst dann irgendwie sieben Mitglieder und du brauchst einen Schriftführer und du brauchst einen Kassier und du brauchst einen Aspekt vorstagen. Also ganz ehrlich, ich empfehle jedem, der sich überlegt, einen Verein zu gründen. Das kann man wirklich machen, das tut nicht besonders weh. Nehmt euch wirklich aber, und das ist mein ganz, ganz großer Tipp in die Richtung, nehmt euch wirklich die Minimalsvereinssitzung, die man in Deutschland haben muss und nehmt die. Und alles andere, was ihr im Verein irgendwie regeln wollt, macht das über Beschlüsse. Weil der Punkt ist, wenn du irgendwelchen Kram in die Vereinssatzung schreibst und du änderst das, dann muss das Ganze wieder zum Rechtsanwalt beziehungsweise vor Gericht, damit das Ganze wieder zugelassen wird. Das heißt, alle Regularien, die du dir selber auferlegst über deine Satzung, musst du bei jedem Update wieder durch diesen Prozess durchprügeln und das kostet halt Zeit, Geld und Nerven. Von daher, macht immer so den Minimalsverein und alles danach irgendwie in Satzung und Beschlüsse regeln. Außer natürlich, du bist von Anfang an alles perfekt, aber das würde ich echt lassen, sowas. Das ist so urdeutsch halt einfach so. Genau das meine ich damit. Ja, es ist jetzt aber so, okay, diese Hochzeit, die Kneipen jetzt da wieder so erleben, das hält nicht so arg lange. Einmal mehr beginnen die Kneipen im 20. Jahrhundert zu sterben. Wann das genau anfängt, kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau sagen. Vielleicht in der Zeit, als die Vereine dann auch beginnen, ihre eigenen Clubhäuser und eigene Schankanlagen zu bauen. Also jeder Verein, der mal so ein paar Jahre auf dem Bucke hat und ein paar Mitglieder baut sich dann irgendwann oder sucht sich irgendwo eigene Vereinsheime, Vereinshäuser, zumindest die größeren Vereine. Und ich meine, Kneipen sterben, das ist was, das erleben wir heute noch. Also selbst ich habe in den, keine Ahnung, 25 Jahren, in denen ich in Kneipen unterwegs war, so viele Kneipen gehen und eigentlich sehr viel weniger nur kommen sehen. Oh ja, so. Naja, also allgemein Gastronomie, wenn was 20 Jahre lang existiert, das ist ja schon, das jubiliert ja schon. Oh ja, oh ja. Also das muss man ja vorher auch wissen, irgendwie, wenn man in der Gastronomie ist, oder? Dass 20 Jahre schon absurd ist, wenn du das geschafft hast, so ungefähr. Ja, wobei halt gerade, also wenn du Gastronomie wirklich von null anfangen willst, dann ist das ja schon fast ein Zeitraum, den du brauchst, dass das Ganze sich irgendwie anständig amortisiert und so. Na ja, gut, 20 Jahre vielleicht nicht, aber ich meine, früher hast du halt irgendwo ein großes Wirtshaus dann, vielleicht hast du in der Familie das Land schon gehabt oder dann haben wir alle zusammengeholfen beim Bauen oder irgendwas. Aber wenn du heute dir irgendwie ein Wirtshaus bauen müsstest, ey, da kämpfst du in 20 Jahren, glaube ich, nicht auf null. So. Also das hat sich da schon auch ganz schön verändert. Und wenn ich so sehe, was hier so an alten Kneipen dann irgendwie echt eigentlich nicht über die Runden kommen, weil sie Riesenbuden irgendwie betreiben und eigentlich keiner mehr. Also da hocken drei drin und allein das Ding zu heizen im Winde ist teurer, als den Leuten irgendwie ihr Bier abzurechnen. So ungefähr, ja. Im vorletzten Sommer war ich ja wandern eine Woche alleine auf dem Qualitätswanderweg Frankenweg. Der ist er wieder. Und da, naja, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich war da auch eine Nacht, war ich quasi in einer ehemaligen Kneipe habe ich geschlafen. Also die hatten, also in der Kneipe selber nicht, die hatte halt noch irgendwie so drei Gästezimmer, aber die oder die Familie, die das aufgekauft haben, die haben das im Wesentlichen aufgekauft, um am Wochenende mit ihren Freunden Sky zu schauen und irgendwie Fußballkonferenz und haben das irgendwie, keine Ahnung, also scheinbar kam es den nicht auf 100.000 hin oder her an und haben gemeint, ja irgendwann wollen sie das mal wieder auffahren, aber es hat jetzt auch keine Eile. Und auch die Zimmer oben waren alle perfekt zur Vermietung, aber haben wir jetzt auch irgendwie noch nicht so wirklich die Dringlichkeit so, okay, gut, euch geht's gut. Aber ich, es war mega geil, weil die haben einfach mir einen Schlüssel gegeben, ich hatte irgendwie ein Zimmer, wo ich halt machen konnte, was ich wollte und nachts haben sie gemeint, gehst du einfach runter in die Kneipe und nimmst dir was, was du nimmst und tust halt irgendwie am nächsten Tag das Geld in die Kasse legen. Das war ziemlich episch, ja. Sehr lustig. Gutes Konzept. Ja. Also ich kann mich erinnern, wir hatten hier im Ort tatsächlich so in der Zeit, wo ich angefangen habe, in Kneipen zu gehen, wir hatten so eine, echt eine Kneipenstraße. Da gab es vier Kneipen in, ich weiß nicht, 300 Metern oder so. Also völlig absurd bei der Größe von dem Ort, in dem ich wohne. So vollkommen absurd. Ja, aber das war, und das war noch längst nicht alles, was so im Ort, also es gab noch mehr im Ort, aber die waren halt sehr, das war halt so die Kneipenstraße und ich meine, da war immer, da war am Wochenende war immer alles knüllevoll. Ja, aber es sind halt auch so Zeiten gewesen, wo ein Vater sich auch nicht halt um seine Kinder gekümmert hat, zum Beispiel, so und auch nicht irgendwie die, als ich immer war. Naja, aber da war doch normal, dass du irgendwie, dass, also dein Vater ist jetzt vielleicht ein schlechtes, gutes Beispiel, aber keine Ahnung, also das, mein Vater jetzt auch nicht, aber ich kenne schon einige, die halt abends ganz klischee-mäßig halt irgendwie die Abende in der Kneipe verbracht haben. Ja, das stimmt. Und von solchen Leuten hast du dich halt ernährt, so als Gastwirt, und so. Bei uns in der Familie war das ich und nicht mein Vater, ja, aber stimmt, ja, das gab's natürlich, das gab's natürlich und die, die dann auch so hängen geblieben sind, so, ne, ich meine, für uns Jugendliche war das natürlich irgendwie alles lustig und toll und Abenteuer und wir mussten nicht weit fahren, um uns irgendwie zu betrinken und keiner musste fahren, dass wir uns betrinken konnten, aber es gab dann natürlich auch in meiner Generation welche, die da irgendwie darauf hängen geblieben sind, so ein bisschen, ne, das ist natürlich dann schon auch schwierig. Naja, also, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, politische Bewegungen keimen aus Bierpfützen an Kneipentresen, die Arbeiterbewegung, die Nazis, die im Hofbräuhaus irgendwie gründen, später linke Studentenbewegungen und auch noch unzählige weitere kleine Gruppen, die so über die Jahre und Jahrzehnte da entstehen und daraus sich entwickeln. Ne, eine interessante Weiterentwicklung des Konzepts Kneipe, mit dem Fernsehen wird das Wirtshaus als Freizeitanlaufstelle kurzzeitig wieder komplett in, so, ne, also eigentlich in den, so Nachkriegszeit ist es eigentlich schon gar nicht mehr so, dass man irgendwie dauernd in die Kneipe geht, aber dann kommt Fernsehen und WM, Oh ja, ja. Nicht jeder hat Fernse zu Hause. Naja, das war unfassbar teuer und plötzlich ist Kneipe wieder das Ding, ne, aber natürlich ist Fernsehen dann auch gleichzeitig wieder das Gerät, das einen großen Nagel in den Sarg schlägt, der Kneipenkultur. Als er billiger wurde. Irgendwann hat's jeder. Genau, die Geräte werden billiger, die Leute hocken sich wieder heim, trinken ihr billigeres Bier zu Hause, ja, es fährt ein wichtiger Grund weg rauszugehen und auch das nochmal mit Sky, weil du es gerade vorhin erwähnt hast, lebt das nochmal kurz so ein bisschen auf, aber wirklich nur so ganz kurz. Na du, ich denke mal auch, dass ganz viel Kinobesuch für Leute heute echt unattraktiv geworden ist, weil die Leute halt schon aus riesige Fernseher haben mit ganz brillantem Bild und so und dann halt auch sagen, ey, ich hab echt keinen Bock irgendwie für 8 Euro Popcorn um 14 Euro noch eine Cola zu kaufen plus 20 Euro für einen Eintritt, ich übertreib jetzt natürlich, aber ihr wisst glaube ich, worauf ich raus will, um das dann pro Person zu zahlen und wenn wir zu dritt zu Hause sind, dann kann ich mir eine DVD leisten, irgendwie 5 Tüten Popcorn und 12 Liter Cola und hab immer noch ein billigeres Erlebnis und muss auch noch hin und zurück fahren. Ja, wobei der Vergleich aber aus meiner Sicht hinkt, weil das Kino schon mal nochmal komplett was anderes ist, aber ich weiß, was du meinst, ne? Nein, aber der übertreibt sich auch ganz bewusst, ne? Also die Argumentation der Seiten, aber... Du, ich finde die Argumentation finde ich richtig, aber das eigentliche Argument ist nicht die Technik und die Bildqualität und die Fernsehgröße, sondern das Überangebot an Medien, so dass wir uns lange haben wir uns deshalb beigewünscht und tatsächlich führt es jetzt dazu, ich hab keinen Bedarf mehr auf Kino, so mein Konsumbedürfnis ist befriedigt durch die ganzen Streamer, ich bin eigentlich überfordert, so ich kann nicht noch mehr, also Film gibt's für mich schon gar nicht mehr, weil ich kann das gar nicht mehr aufnehmen, weil ich so viel Geld konsumiere. Aber gleichzeitig bist du's auch gewohnt, dass Content nichts mehr kostet, weil du halt einen Streamingdienst hast, ja, aber die 10 Euro, die du halt zahlst für den Streamingdienst deiner Wahl und das Angebot, was da mitgeliefert wird, steht halt kein Verhältnis zu den 18 Euro, die du halt für den Kinobesuch zahlen musst. Ja, aber kommt ein bisschen drauf an, ich bin halt jemand, der vorhin jetzt nicht wahnsinnig viel Filme mehr geguckt hat in den letzten Jahren, für mich ist Streaming gefühlt relativ teuer, weil ich halt mir dann sozusagen für den Preis von Streaming einmal im Monat höchstens einen Film angucke und dann ist es halt wieder plötzlich nicht mehr so günstig. Aber dann habe ich auch nicht die DVD zu Hause und so, sondern gucke den halt einmal an und dann ist gut. Aber mir ist klar, wenn du regelmäßig Serien guckst und so und mich fragen immer Leute, wie hast du eigentlich so viel Zeit für so viele Projekte wie Podcasts und so weiter und mir ist aber einfach aufgefallen, ich gucke einfach keine Serien. Also ich gucke keine Serien, kaum Filme. Also ich bin da, ich will dich gar nicht irgendwie verteufeln oder irgendwas oder sagen, das wäre besser, als es irgendjemand anderes tut oder sowas. Sondern einfach nur sagen, ja, doesn't work for me. Moment, kommt bestimmt wieder an den Zeiten. Und ich bin auf der anderen Seite, ich bin ein Hardcore-Nutzer und ich bin nicht nur bei einem Streaming-Dienst tatsächlich. Ich picke mir auch, ich picke mir auch mal einen Monat hier raus, einen Monat daraus. Ich habe mir jetzt die komplette, die komplette, alle Staffeln Scrubs über einen amerikanischen iTunes-Store gekauft. Der einzige Store ist, der es anbietet. Haben die dann die Originalmusik drin? Ja, da schon. Das ist ja das Originale, das Originale aus den USA. Aber ich glaube, da haben sie nämlich teilweise schon die Lizenzen wieder verloren, dass sie die Lieder benutzen dürfen im Original. Nee, sie haben zwei Folgen, glaube ich, rausgenommen wegen der Blackfacing-Debatte. Und das sind die, das ist mega nervig, weil du kannst dir, also der Apfel-Store ist ja von der Bedienungsfreundlichkeit eh schon schwierig und wenn du dann noch über den VPN rein musst, weil du es irgendwie über US kaufst, das ist keine geile Experience. Und dann ist es, dann kannst du Staffeln komplett kaufen, aber sie haben aus zwei Staffeln, glaube ich, jeweils eine Folge rausgenommen, was dazu führt, dass du die Staffeln nicht mehr komplett kaufen konntest und alle Folgen einzeln kaufen musstest. Was a, viel teurer ist und b, ein furchtbar langweiliger Abend war. Oh, oh. Weil das ja auch mega langsam war über den V-Store. Also es war die Hölle. Und das alles nur, um dann am Ende mit so einer ultraschlimmen letzten Staffel aufzuhören, die eigentlich nicht offiziell dazugehört, aber die wir uns natürlich trotzdem angetan haben. Es war eigentlich dann keine geile Experience am Abend. Also rückblickend mehr. Obwohl es eine fantastische Serie ist. Also eben die ersten fünf, sechs Staffeln kann man auch heute noch wunderbar, wunderbar gucken. Der Dominik steigt ja aus, der klickt schon wieder im Hintergrund. Ja, ich gucke ja, oder ich höre ja im Moment auch diesen Fact-Doc des Real Friends Podcast, aber ich gucke nicht die Folgen dazu, weil ich komme einfach nicht dazu. Ja. Und es ist so, aber es wächst tatsächlich auch der Wunsch, die mal wieder zu sehen. Und ich habe aber festgestellt, ich kann nicht in dem Tempo hören, in dem ich gucke, weil ich gucke viel mehr, als ich höre dann so unterm Strich, was absurd ist eigentlich. Aber bei mir ist es andersrum gerade. Naja, beim Hören habe ich halt viel mehr andere, viel mehr Konkurrenz noch. Und bei Gucken ist es oft so, dass wir halt uns eine Serie rauspicken und die dann halt wünschen. Ja, dann wird gewünscht. Genau. Du hast halt den wahnsinnigen Vorteil, dass du eine Partnerin hast, die das alles mit dir guckt. Ja, nicht alles, aber das meiste, ja, das stimmt. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Wenn jemand mich mal, mal nach dem Geheimnis von unserer glücklichen Beziehung fragt, dann ist es, dass wir sehr, sehr viel Serien gemeinsam schauen und gemeinsam dann ins Bett gehen. Also es gibt eigentlich keinen, kaum einen Abend, wo wir zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett gehen. Was, glaube ich, bei, was, glaube ich, sehr, sehr unnatürlich ist. Aber steht ihr auch gleichzeitig wieder auf? Nee. Okay. Ich brauche mehr Schlaf. Ich wollte gerade sagen, irgendwas, es wäre zu geil gewesen, wenn du einfach was unglaubliches Chauvinistisches gesagt hättest, nachdem du jetzt so toll auf eine perfekte Beziehung wirst. Nee, nee, sie muss sich um die Kinder kümmern. Oh, 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 oh. Du, ich, wir sind von einer perfekten Beziehung, darüber reden wir nicht. Aber ich sage, das ist das Geheimnis, warum es bei uns so gut funktioniert, glaube ich. Ja, aber die perfekte Beziehung ist auch, also das gibt es ja nicht. Und ich muss jetzt aufbauen, ich muss mir jetzt jedes weitere Wort gut überlegen, weil meine Frau hört auch meinen Podcast. Oh, 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 oh. Hallo Schatz, ich komme gleich. Ja, wir gehen dann zusammen ins Bett heute. Bis gleich. Ich bin gleich, ich bin gleich fertig. Ich eie hier so rum, weil ich die Stelle nicht mehr finde, an der ich gerade war. Ja, hier, Kneipen sterben. 1994 gab es nur noch 70.000 Kneipen in Deutschland. 2018 war es gerade mal die Hälfte davon. Also das ist nicht mehr so viel. Die Gründe bis heute sind vielfältig. Nichtraucherschutzgesetz, veränderte Arbeitsbedingungen in Corona, da gehört viel dazu. Kellerbars waren zeitweise im Trend, aber dann in den 80ern eigentlich auch schon wieder durch. Pay-TV, habe ich gerade schon gesagt, Fußball hat zwischenzeitlich nochmal die Leute in die Kneipe getrieben, aber auch nicht nachhaltig. Ich muss dazu aber auch sagen, dass der Nichtraucherschutz eigentlich nur gefühlt zum Kneipensteiben beigetragen hat. Das ist allerdings nicht messbar. In Hamburg und Niedersachsen zum Beispiel gibt es Ausnahmen von diesem Nichtraucherschutz für Kneipen, die weniger als 75 Quadratmeter haben und dort machen genauso viel, wenn nicht sogar mehr Kneipen zu, als irgendwo anders in Deutschland. Ja, also ganz ehrlich, diese komische Argumentation mit, ja, dann trinken alle daheim ihr Bier, weil sie hier nicht rauchen dürfen. Das ist doch genau das, was du erzählt hast. Die Kneipe ist ein sozialer Ort und ich glaube, das dreht an der Stelle unglaublich wenig nur. Ich war tatsächlich auch damals Mitglied in irgendwelchen, dann hieß es ja irgendwie Raucherclubs und so, dass du irgendwo reinkannst, was im Endeffekt einfach eine Kneipe war, wo du weiter rauchen durftest. Weil halt, ne, weil alle Freunde reingehen und dann denkst du halt auch, ich finde es zwar eklig, aber na gut, komm, gehst du mit? Genau, genau. Aber du hast von dem Raucherclub einen Mitgliedsbeitrag quasi gezeigt? Nee, nee, das war beitragsfrei. Wir haben einfach nur so ein, es gab ja so eine Zeit lang, dass dann in Bayern einfach lauter so Raucherclubs entstanden sind, was einfach nur war ein, du darfst in die Kneipe rein und wir rauchen weiterhin. Ja, es ist halt, damit ist es quasi eine geschlossene Veranstaltung. Genau, das war, also das war eigentlich eine makulare, also das ist ja totaler Fake eigentlich nach außen hin, ne? Ja, klar. Sollen wir mal ganz ehrlich. Aber mir ist es erst wieder aufgefallen, da war ich mal in Mannheim und da waren, da war es dann in Bayern schon in Kneipe nicht erlaubt zu rauchen und wir sind nach einem Theaterauftritt, sind dann noch was essen gegangen und dann gab es was zu essen und dann fangen die Leute das Rauchen an und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, das ist widerlich. Mir war das einfach nicht mehr bewusst, wie eklig das ist, wenn du was isst und es raucht jemand nebenher. Das ist echt hart. Stört mich überhaupt nicht. Ich war auf die Geschäftsreise mal in Rheinland-Pfalz im Hotel und allein dieser trockene Rauch, es war widerwärtig. So, wenn du vor allem nicht, wenn du halt nicht damit, wenn es dich halt auf dem falschen, in der falschen Nüste erwischt. Naja. Ey und Leute, ich bin der Erste, der sagt, wenn Leute sagen, ey, ich gerne rauchen, der sich mit rausstellt, halt irgendwie ein bisschen weg vom Rauch, irgendwie keinen Bock drauf, weil ich eigentlich so diesen Akt von dem, oh Mann, geht mal raus, unterhält sich kurz und so, das ist mega gut und wenn Leute rauchen in Unternehmen, die sind, wenn die irgendwo neu anfangen, sofort vernetzt, weil sich irgendwelche Leute mit einem, ey, du auch hier, ja, unterhalten sich Leute und haben sofort eine Connection. Immer, wenn ihr irgendwo anfängt, immer an die Raucher halten, die sind gut vernetzt. Ich habe eine ganze Zeit, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, bin ich noch in die Rauchpausen gegangen, um diesen Kontakt nicht zu verlieren. Oh Jürgen, ich muss dir was sagen. So, sitzt du. Ich weiß, was du mir sagen willst. Du hast es weggeworfen. Ich habe deine letzte Zigarettenpackung jetzt weggeschmissen. Alter, schäm dich. Aber was ist das jetzt? Wo kann ich die Kündigung für unsere Freundschaft einreichen? Du ahnst nicht von den Dingen, die ich noch hatte, so wie viel davon von dir sind. Ich hatte auch noch, du hast mir mal ein Foto geschickt, wo irgendwie draufsteht, cooler Typ, scheiß WLAN, irgendwie aus den USA. Das hatte ich noch in DIN A3 ausgedruckt, hatte ich das noch. Was hat es mit dieser Kippenpackung auf sich? Ist das so, das ist meine letzte, ich rauche die nie auf? Nee, Er hat sie ausgeraucht. Er hat auf einer Weihnachtsfeier von unserem gemeinsamen Arbeitgeber hat er quasi sich vorgenommen und im Gegensatz zu Menschen, die wir hier nicht namentlich erwähnen, hat er es durchgezogen. Die wissen aber genau, wer gemeint ist. Die wissen genau, wer gemeint ist. Und er hat gesagt, er raucht jetzt noch zu Ende auf der Weihnachtsfeier und mit Alkohol und sonst wie und hat es eiskalt durchgezogen. Also ich habe ihn nicht eine Zigarette danach noch rauchen sehen. Ich weiß nicht, ob du jemals irgendwo gezogen hast oder so. Aber du hast wirklich, also du bist einer der Menschen, die es knallhart durchgezogen haben. Die haben gesagt, sie hören auf und haben aufgehört. Das war wahnsinnig beeindruckend. In den letzten Monaten habe ich in medizinische Richtung ein, zwei Experimente gefahren. Aber tatsächlich habe ich ansonsten, abgesehen davon, null mehr geraucht seitdem. Ja, das war echt. Und der Witz ist, wir hatten eine Wette laufen zu dritt eigentlich und haben gesagt, okay, wer es nicht schafft, der schneidet sich die Haare ab. Es waren sogar drei, stimmt. Ja, ja. Und der Gag ist, ich bin der Einzige, der es geschafft hat und ich bin aber auch der Einzige, der sich irgendwann eine Glatze geschert hat. Ja. Also ich habe eigentlich doppelt drauf gezahlt und ich weiß nicht, was Karma mit diesem Wissen jetzt anfängt, aber es ist da draußen. Erinnert mich gerade ein bisschen an diesen, war das nicht irgendwie der Fluch, der dann auf Homer übergehen würde, wenn er irgendwas tut, was er nicht darf. Irgendwie so, ja, dann irgendwie wirst du ganz dick und dir fallen die Haare aus bis auf zwei Stück und alle gucken Homer an und einer meint so, hä, wir sollten das irgendwie abändern, weil es halt alles schon erfüllt ist. Also, wir könnten jetzt noch über Western und Salons reden, aber das, das fand ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so spannend tatsächlich an der, an der Stelle. Also es gibt ein paar Klischees, das kann man jetzt auch in dem Buch dann nachlesen, wenn es einen interessiert. Der Bartian, der trinkt nicht selbst. Ja, die man da so hat, die einfach auch nicht stimmen, so was wie die Schwingtüren, was irgendwie Quatsch ist, weil es da halt voll reinschneit und keine Ahnung. Ja, und das geht auch, wo ich mir auch immer denkt. Was, 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 gab es nicht? Nein, also nicht in der Erfahrung. Das ist eine konkrete Erfindung von Hollywood oder was? Nein, das gab es teilweise tatsächlich schon, aber wenn, dann gab es halt noch eine Tür davor oder so. Also das war nicht so, wie du es aus dem Schwingt hast. Aber was macht denn das für einen Sinn? Na ja. Warum sollst du denn das dann haben? Wenn es halt irgendwie stylisch ist, keine Ahnung, oder wenn geöffnet ist, dass du halt irgendwie so irgendwie eine Abtrennung hast, was weiß denn ich. Aber da kann ich dir ein, da kann ich dir ein Buch ans Herz legen, Dominik, wenn du das näher erfahren möchtest. Die Geschichte der Schwingtür. Ein Umstand, auf den ich jetzt aber noch eingehen möchte, ist das Thema Frauen. Wir haben es ja vorhin, vorhin schon angeschnitten. So, wir haben gelernt, dass Frauen früher auf den Zapfhahn in der Hand hatten, aber die Kneipe ist insgesamt auch ein wichtiger Teil der Geschichte der Frauenbewegung. Und das, ich weiß, ich habe das neulich erst gesagt in diesem Podcast zum Zirkus, aber es ist auch für die Kneipe wahr. In der frühen Neuzeit noch wurden Frauen beispielsweise in Augsburg auch mit Strafen belegt, wenn sie ohne Ehemann in einer Wirtschaft aufgetaucht sind. Und auch Strafen, auch Strafen ist ein interessanter Punkt an der Stelle. Also selbst heute ist das Geschlechterverhältnis in Kneipen sehr ungleichgewichtig. Und genauso sind auch die Strafen für Verbrechen wegen Trunkenheit verteilt. Zwischen 1500 und 1700 schlugen Frauen gerade mal hier mit 1% zu Buche. Also 1% aller Strafen für Verbrechen wegen Trunkenheit wurden, gingen an Frauen. Das wundert mich zu. Also das wiederum wundert mich zu. Null. Wundert mich auch null. Aber muss man sich vielleicht auch mal klar machen. Und das ist schon sehr, sehr lange so. Das ist jetzt kein moderner Trend. Aber es gibt auch so insgesamt anderslaufende Trends, auch wenn die oft nur lokal oder zeitlich begrenzt sind. Es gibt dann so Sachen wie die Weiberzeche, wo in Rheinland-Pfalz bis ins angehende 19. Jahrhundert haben da einmal im Jahr die Frauen das Rathaus mehr oder weniger in Beschlag genommen und die Männer mussten sie bedienen. Und die haben wir dann im Rathaus gezecht. Das ist dann so ein bisschen wie bei Weiberfastnacht oder ähnliches. Ja. Dass man halt diese Rollen auf den Kopf stellt. War auch meine, war auch mein Schluss daraus, dass daraus glaube ich dann wahrscheinlich auch die Weiberfastnacht irgendwie so ein bisschen entstanden ist. Und Kinderzechen gab es früher auch oft. Das war oft eigentlich ein Wir Frauen besaufen uns mal amtlich Brauch. Ja, so wie es heute bei Kindsbrunzen eigentlich eher ein Männerding ist, gab es das früher genauso auch von Frauen. Und was ich besonders spannend fand, weil ich es so gar nicht auf dem Schirm hatte eigentlich, war, dass auch so Frauenwahlrecht und Prohibition sehr eng miteinander verbunden sind. Auch wenn die erst mal auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben eigentlich. Aber schon im 19. Jahrhundert wurden oft die Rufe nach diesem Alkoholband und nach Gleichberechtigung wurden, irgendwie kamen aus der gleichen Ecke und wurden oft miteinander irgendwie vorgetragen. Also es kam oft in der gleichen Diskussion, ging es oft um beides. Ja, das waren die so Fragetten, die das so aktiv haben. Und auch, ja. Und 1920 wurden dann tatsächlich mit der Prohibition auch im gleichen Jahr das Frauenwahlrecht eingeführt. Also es war auch so ein Zeichen der Zeit, so, dass das irgendwie diese beiden Bewegungen da dann ihre Spitze irgendwie gefunden haben in der gleichen Zeit. Und tatsächlich in der Zeit der Prohibition, vorher waren Frauen halt in Kneipen verpönt oder durften gar nicht rein und in Zeiten der Prohibition war das tatsächlich sehr angesehen und sehr en vogue, ja, wenn die sich in den illegalen Speakeasies mit eingefunden haben, ja. Das war ja, die waren ja so ein offenes Geheimnis, ja. Jeder wusste, dass die gibt und wo die sind und man musste sich teilweise als Frau dann da schon fast blicken lassen, ja, um irgendwie sozial so ein bisschen Achtung zu finden. Und, ja, die Prohibition, das der Vollständigkeit halber, wurde irgendwann zu den Akten gelegt aus mehreren Gründen. Einerseits, weil das organisierte Verbrechen immer schlimmer wurde, ja, wie auch damals beim Kaffeeschmuggel, weil die fehlenden Alkoholsteuereinnahmen riesige Löcher in den Haushaltskassen verursacht haben. Wie damals beim Kaffeeschmuggel und der Biersteuer. Und, ähm, und auch, weil Brauer und allen voran die Deutschen wie Anhäuser und Busch zum Beispiel da natürlich auch heftig protestiert haben über Jahre hinweg. Also, auch das ist da so ein bisschen mit reingeflossen. Aber es hat 13 Jahre gedauert. Also, 1933 knickte der Kongress dann schließlich ein und kippte die Prohibition. Auch in Ländern wie Island wurde Prohibition eingeführt. Da gab es von 1915 bis 1922 ein Alkoholverbot und zwischen 1922 und 1989 durfte nur Bier mit Alkoholgehalt mit weniger als 2,25 Volumenprozent vertrieben werden. Auch amerikanisches Bier genannt? Ja, was lächerlich ist. Das ist Light Beer Light. Aber 1989? Ja, ja, das ging sehr, sehr lange. Wow. Und es hat sich erst geändert, als halt immer mehr Touristen ins Land kamen und halt immer lauter nach Stoff und nach Stoff im Stoff verlangt haben. Und seit dem 1. März 1989 ist auch in Island Bier wieder vollständig rehabilitiert und der Tag ging auch als Beer Day in die isländische Geschichte ein und das ist ein Feiertag, an dem man traditionell einen Pubgrawl begeht, also durch die Kneipen zieht, ausgiebig. Das ist dieser eine Tag, wo das quasi dann live gegangen ist, das Gesetz. Genau. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein staatlicher Feiertag ist oder ob das eher so ein menschengemachter ist, das weiß ich nicht. Aber es ist ein Ding. In Deutschland gab es keine Prohibition, kam es nie so weit, aber die Debatte wurde hier auch geführt und auch hier wurde es oft mit dem Frauenwahlrecht zusammen irgendwie diskutiert. Es gab 1883 mal einen deutschen Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke und ganz viele auch ähnliche Vereine, die haben sich zwar letztendlich dann nicht durchsetzen können, aber die wurden ganz, ganz oft von weiblichen Mitgliedern dominiert, diese Vereine. Und ein Resultat aus diesen Vereinen kannst du heute noch auf der Speisekarte eigentlich jeder Wirtschaft sehen. Sagt euch der Apfelsaftparagraf was? Nein. Nein. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Nein. Dass es mindestens ein nicht alkoholisches Getränk geben muss. Genau, das günstig ist als Bier. Oder zumindest, ja genau, dass es ein nicht alkoholisches Getränk geben muss, das günstig ist als alkoholische. Genau, du hast recht. Genau, so ist es richtig. Laut Gaststättengesetz muss in jeder Gaststätte mindestens ein alkoholfreies Getränk geben, das höchstens so viel kostet, wie das billigste Getränk mit Alkohol. Finde ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht eine doofe Idee. Ich weiß gar nicht, dass man das regeln muss so, aber ja, scheinbar muss man es regeln. In Österreich sind sogar zwei Getränke. Aber da siehst du mal, wie krass die es halt wieder übertrieben haben, bevor man das geregelt hat, garantiert so. Das ist ja auch das Problem so. Klar. Kennst du den Six O'Clock Swill? Das habe ich neulich gehört, das fand ich auch ganz, ganz toll. Ne. In Australien und in Neuseeland gab es so ein Last Call. Das kennt man ja so ganz klischee-mäßig, dass in Großbritannien, Bing, Bing, Last Order und dann gibt es nichts mehr zu trinken. Und deswegen trinken die Leute, oder deswegen ist ja so das Klischee, dass in Großbritannien dann sehr schnell sehr viel getrunken wird. Aber jetzt stell dir mal das Ganze vor, nicht irgendwie mit abends um zehn oder elf, sondern abends um sechse. Okay. Und das war eine ganze Zeit lang in vielen Teilen von Australien und Neuseeland wohl der Fall. Irgendwie so 19... 16 rum wurde das irgendwie eingeführt. Und das Ganze führt halt einfach nur dazu, dass die Leute halt irgendwie um halb sechs so aus der Arbeit raus sind, in die Kneipe und einfach gesoffen, als gäbe es kein Morgen, weil um sechs ist halt Schluss. Das heißt, die Leute haben sich halt super schnell total abgeschossen und mussten danach halt heim. Und die sind halt, es war dann nicht üblich, dass einfach Leute mit dem Auto gefahren sind, halten irgendwo an der Straße an Kotzen raus und fahren dann weiter. Weil einfach die Leute so schnell getankt haben wie die Blöden. Und das wurde teilweise erst in den 60er... Nee, warte mal. Das ist dann... In den... Also 67 wurde es im letzten... Wie heißt das? Nicht Bundesstaat? Aber halt so Bezirk abgeschafft erst. Okay. Aber das war super früh am Abend so. Ja, ja, voll! Das hat hier bei uns mal einer gemacht. Da saßen wir hier am Balkon und wir haben so ein Haus an der Straßenecke. Und dann kommt ein Auto angefahren, hält an und ich gucke so, weil normal hätte da nur jemand, wenn er zu uns kommt, steigt aus und kotzt in unsere Hecke. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob der auch einen Six-O'clock-Swell hatte oder... Vor allen Dingen, bei euch ist ja überhaupt gar keine Kneipe. Das heißt gar nichts. Das ist mega verwunderlich. Vielleicht bei dem schlecht. Ob ich ihm helfen kann und dann ist er ganz schnell wieder eingestiegen. Also es war der Beifahrer. Dann ist er ganz schnell wieder eingestiegen und weitergefahren. Das ist absurd. Merkwürdig. Naja, wo wir schon bei Gesetzen sind, wusstet ihr, dass es den Tatbestand der Zechprellerei bei uns nicht gibt? Also du darfst abhauen oder was? Nee, es wird im Einzelfall unterschieden, ob es ein Versehen war, ob du spontan den Entschluss gefasst hast, so im Laufe des Abends, oder ob du quasi mit dem Vorsatz schon da hingegangen bist, Zeche zu prellen. Und verurteilt wirst du eigentlich dann nur im letzten Fall. Okay, gut zu wissen tatsächlich. Gut zu wissen. Und ich meine, das ist auch wieder so ein sehr deutsches Thema, weil so dieses auf Deckelschreiben, das gibt es gar nicht so oft irgendwo anders. Ich meine, Amis haben so ein Konzept von Tap und irgendwie lief der Tap open und, aber in England zum Beispiel wird jedes Bier in der Regel sofort kassiert. Deshalb kommen die vom Saufen auch immer mit so klimmernden, schweren Hosen nach Hause. Weil sie ihr Restgeld haben. Genau. Okay. In Österreich und Schweiz wirst du schon bestraft, wenn du einfach das nicht bezahlen kannst, was du konsumierst. Also egal aus welchem Grund, da wird nicht unterschieden. Ja, finde ich aber auch irgendwo gerechtfertigt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich meine, guten Versehen kann ja immer mal passieren. Und ich meine, wenn du in der Kneipe bist, wo du regelmäßig bist, ist das ja eigentlich in der Regel auch kein Problem. Aber wenn du halt mal wo bist, wo dich keiner kennt, kann das schon sehr schnell sehr unangenehm werden. Ja, aber ich meine, mal ganz ehrlich, das ist doch auch, wenn du in den Laden gehst und, oder keine Ahnung, wenn du irgendwo was kaufst und merkst dann, oh shit, ich habe gar nicht genug Geld dabei. Gut, da kannst du natürlich nicht die Ware zurücklegen, aber dass du dann halt sagst, na gut, komm, pass auf, ich lasse dir, keine Ahnung, mein Perso hier, ich gehe mal schnell zur Bank und dann bin ich gleich wieder da. Das macht ja mit. Aber das, das, ja, das, das Krumme dabei ist ja nicht die Tatsache, dass das halt nicht irgendwie mal vorkommen kann oder so, sondern die Tatsache, dass du halt nicht ein Bier trinkst und dann merkst, oh, ich habe überhaupt kein Geld dabei, sondern dass du halt zehn trinkst und dann merkst du, ich kann nicht mal eins bezahlen. Ja, so. Das ist das Komische. Ja, das ist ja, da ist ja dann schon Vorsatz dabei, weißt du, so. Das ist ja ganz. Nein, nein, eben nicht, weil in Deutschland oft, also ich meine, das ändert sich auch mitunter und ich kenne, ja, ich war auch schon in vielen Kneipen, wo du sofort bezahlen musst, wenn du nicht bekannt bist quasi. Aber es ist schon die Regel eigentlich, dass du irgendwo hingehst, bestellst, isst und dann am Ende die Rechnung für alles zahlt. Okay, aber also wenn ich zehn Bier trinke, muss ich doch irgendwann mal checken, ob ich Geld habe genügend. Also das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass ich da nicht selber verantwortlich bin. Das ist jetzt du, weil du notorisch davon ausgehst, dass du das Geld nicht hast. Aber ich wollte gerade sagen, stell dir vor, du hättest kein Gebargeld dabei. Aber also jemand, der immer Geld für zehn Bier dabei hat, wenn der mal einmal das nicht hat, so, der geht vielleicht nicht davon aus, dass er das. Genau, ich gehe standardmäßig hinaus, dass ich nicht mal ein einziges Bier zahlen kann. Genau, also Dominik fragt schon vorher, ob er sich Geld leihen kann. Ja, ist ja wirklich so. Dann gerät er nicht in die Probleme. Und also witzig ist, dass auch dieses Anschreiben in der Kneipe und Schulden machen in der Kneipe ist auch schon ein Ding, das zieht sich halt durch die Jahrhunderte. Und früher gab es statt Deckel gab es oft Holzstecken und da hat der Wirt, hatte zwei Stecken, die so gleich lang und so parallel liegen hatte. Und wenn er dann, wenn einer was dann bestellt hat, dann hat er quasi mit einer Säge die beiden gleichmäßig eingekerbt. What? Und naja, am Ende gab es dann ein Stecken für den Wirt und ein Stecken für den Trinker und es kam, es gab keine Missverständnisse, was du jetzt auf deiner Zeche, auf deinem Deckel stehen hast. So, das ist ja heute ein Diskussionsthema. Okay. So, wie, da stehen jetzt irgendwie 20 Striche drauf, das kann ja gar nicht sein. So, das gibt es da nicht in dem Konzept. So, am nächsten Tag ist klar, okay, so viel Kerben kann keiner hinterher fälschen. Und das erzähle ich euch eigentlich auch nur, weil da der Ausdruck etwas auf dem Kerbholzhaben herkommt. und aus der gleichen Ecke kommt ein X für ein U machen. Was ist das? Funktioniert das? Das ist, also eigentlich ist es kein U, sondern ein V. Und zwar, wenn du an die römische Zahlennotation denkst, wenn halt Striche gemacht werden, du machst halt irgendwann ein X draus für, oh, 10 Getränke und ein V für 5 Getränke. Aber wenn du halt bei so einem Hau ein bisschen die Beinchen durchziehst, dann wird es halt irgendwann doch ein X und du kannst 5 Getränke mehr abrechnen. Okay. Ich weiß nicht, ob die Story stimmt oder ob das so eine Urban Legend ist, aber ich wollte sie hier mal ein. Aber es klingt plausibel und passt gut rein. Ja, und ganz ehrlich, bei so Bierdingen und Besoffenen ein bisschen falsch abrechnen in beide Richtungen ist doch was, glaube ich, was einfach Ur in der Sache liegt. Ja, schön, dass du das sagst, weil da habe ich noch eine andere schöne Anekdote, weil sowas gab es natürlich schon immer. Und deswegen gab es da auch schon sehr, sehr früh im Mittelalter auch Gesetze in beide Richtungen aber. Also es galt auch quasi, es gab auch die Schankordnung und es gab die sogenannten Bier Kieser, die dafür gesorgt haben, dass die Würde zum Beispiel keine ungeeichten Krüge verwenden oder dass die schlechtes Bier ausschenken. Und die haben die Qualität des Biers so überprüft, dass sie ein bisschen was auf eine Bank geschüttet haben und haben sich dann für drei Stunden in diese Pfütze gesetzt. What the fuck? Und wenn dann die Lederhose an der Bank kleben geblieben ist, dann war es ein gutes Bier. Ach, also Jürgen Kraus. Jürgen Kraus. Das ist ja großartig. Das ist doch totaler Humbug. Und dein Schrauberuf, oder? Nein. Ist das jetzt ernsthaft eine Art und Weise der Gradmessung gewesen? Ich schicke dir die Qualität. Das ist ja unfassbar. Ich schicke dir die Qualität. Ja, wie willst du objektiv bewerten, ob ein Bier gut ist oder schlecht? Du bist ein Bierkieser, du gehst in eine Brauerei, nennen wir mal eine Großbrauerei, eine große Kette von einem Bier, das du vielleicht nicht besonders magst und gehst da rein und bist verantwortlich dafür, zu bewerten, ob die Bierqualität stimmt. Und so, das gibt auch eine Riesendiskussion. Und wenn du so einen objektiven Test hast, wie bescheuert auch immer der sein mag, da hast du doch zumindest, kannst du sagen, okay, das ist jetzt nicht verwässert, das hat einen gewissen, da ist irgendwie ein gewisser Geschmack irgendwas drin, ja, dass es zumindest pappt, also das ist nicht nur Wasser, weil ich glaube, das, ich glaube, die größte Gefahr war halt Bier verwässern wahrscheinlich. Ja, aber wir sind uns eigentlich so bescheuert, wie er auch sein mag. So, das ist die Quintessenz. Na ja, klar, aber die haben ja im Mittelalter noch viel bescheuertere Sachen gemacht, das fand ich noch halbwegs. Darauf können wir uns einigen, alles klar. Und dass sich so ein, und dass sich so ein Bierkieser drei Stunden da hinsetzt und sich dann auch natürlich das noch anderweitig verköstigt. Ich wollte sagen, was macht man in der Zeit, in der er da rum sitzt. Kann ich mir auch einfach schön vorstellen, ja, da gibt es dann ein wenig was zu essen und dann wird auch halt das Bier nochmal anders beleuchtet. Unfassbar. Naja, noch ein schöner Punkt, der mit Gesetzen und Kneipenkultur zu tun hat, ist die Sperrstunde. Oh ja, da kommen wir jetzt wieder dazu. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr wisst, wo das ursprünglich mal herkommt. Nee, erklär es uns. Also Sperrstunde gab es schon, ist zum Beispiel überliefert hier, 1310 in München, gab es aber sicherlich auch ein bisschen früher schon an anderen Orten. Und zwar hauptsächlich aus Gründen des Brandschutzes. Weil wenn du im Dunkeln zu viel säufst, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass du mal eine Kerze oder eine Laterne umschmeißt. Und deshalb wurde da irgendwann einfach eine Grenze eingezogen, so wann dann halt auch keine Leute mehr unterwegs waren, die dann im Zweifel irgendwie hätten aushelfen oder eingreifen können. Wurde einfach das Risiko minimiert, dass du nachts versehentlich die Stadt abfackelst. Im viktorianischen Zeitalter in England durften Kneipen 20 Stunden am Tag offen haben. Und 1908 wurde auch hier die Prohibition dann diskutiert. Aber 500.000 wütende Engländer im Hyde Park konnten den Gesetzentwurf gerade noch so gerade noch so stoppen. Also ich glaube, wir hatten noch kein Thema, was so viel Kontroverse ausgelöst hat, wie hier der Bierkonsum. So flächendeckend auch, ja. Ja, nein. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist Sex und Alkohol ist mal wieder offensichtlich so. Das sind die Triebfedern der Menschheit so offensichtlich. Aber hallo. Sex noch viel mehr als Alkohol, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen. Immerhin wurde in England kurz danach, dann im Zuge des Ersten Weltkriegs, da wurden dann die Öffnungszeiten auch stärker eingeschränkt. Hauptsächlich, damit die Rüstungsarbeiter halt nicht die ganze Nacht durchzechen konnten und am nächsten Tag irgendwie Munition und Waffen bauen. Also da gab es dann schnell die Zeiten 11 bis 16 Uhr durften die öffnen und 19 bis 23. Und es war auch klar geregelt, so eine Viertelstunde vor Ende durfte der Wirt nochmal läuten und hier eine letzte Runde einläuten. Und eigentlich gehört es seit jeher zum guten Ton, dass man da dann nicht nur ein Bier, sondern mindestens mal zwei bestellt und vielleicht noch ein drittes für einen Weg. Und die Iren waren da ein bisschen pragmatischer, die haben einfach dann Schrauben in die Uhren gedreht und dass die halt mal zehn einfach stehen blieben und sind halt sitzen geblieben. Also ja, sicherlich nicht alle, aber man muss sie lieben, die Iren. Iren, auch schön, bis 1999 galt dort außerdem, dass die Pubs am Sonntag erst nach der Messe öffnen dürfen, also nach 12 und aber um 14 Uhr schon wieder schließen müssen. Und es gab allerdings eine Ausnahme, die auf irgend so ein ganz krudes Gesetz zurückgeht und die Ausnahme besagte, dass Auswärtige oder Reisende auch außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten, also durfte denen keine Bestellung ausgeschlagen werden. Also waren immer alle auf Reisen? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für Auswüchse hatte. Also du bist halt dann einfach sonntags mit dem Fahrrad oder zu Fuß ins Nachbardorf und da gab es dann halt regelrechtliche Völkerwanderungen, weil die Nachbarn natürlich entgegen kamen und die Leute sind dann einfach ein bisschen spazieren gewesen sonntags. Das ist ja auch ein wenig so bescheuert. Ich war mal abends unterwegs und wollte halt unbedingt noch ein Cola trinken. Und dann denke ich, oh ja, dann gehst du halt hier zur Tankstelle. Dann fahre ich zur Tankstelle hin. Also, nein, Entschuldigung, ich gehe zur Tankstelle hin und hole die ab und für irgendjemand anderes sollte ich noch ein Bier mitbringen. Also nehme ich noch ein Bier mit und dann sagt sie so, ja, sind sie mit dem Auto da? Und ich so, nee, nee, keine Angst, ich bin zu Fuß da. Dann kriegst du es nicht. Genau, dann darf ich ihnen nichts verkaufen. Das ist so absurd. Das ist so reich, das ist zu behör. Das heißt irgendwie, also ich verstehe ja den Grund, wie du ihn auch gerade genannt hast. Das ist völlig absurd. Aber das ist halt absurd, dass du Leuten, die unterwegs sind mit dem Auto, hochprozentig den Alkohol verkaufen kannst, die denen am besten gleich in sich reinschütten. Ja, den Rest könnt ihr euch ja selber denken. Ja, sehr weird. Das, was, da hatte ich auch schon Erfahrungen mit eben jedem Gesetz und das nach wie vor unvorstellbar, dass das tatsächlich existiert in der Art und Weise. Naja, ich glaube, das geht, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Das geht, glaube ich, nur an, ist das, wenn auch Tanzverbot ist an so manchen Feiertagen? Aber ich glaube, dass das nicht mehr so ist. Es gibt ja auch keine Sperrstunde mehr bei uns faktisch. Also, der Vollständigkeit halber 2005 wurde in England die Sperrstunde offiziell abgeschafft, aber viele Pubs halten sich auch heute noch daran. Ah! Also, mehr oder weniger freiwillig, aber auch, weil du eine Lizenz halt irgendwie beantragen musst. Und die meisten haben eine Lizenz halt bis, naja, bis 23 Uhr. Einige haben es bis eins dann irgendwie beantragt und nur wenige hundert haben Lizenzen für die ganze Nacht. Aber mal eine andere Frage, und ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber geredet haben, wie ist es denn eigentlich mit so, wenn du weggehst, so Clubs und Co., schenken die dann auch nicht mehr? Also, ne, jetzt haben sie ja vielleicht eine Lizenz dazu, aber so, das muss doch so, so Diskos und sowas, die müssen doch viel länger offen haben. Es geht doch keine um elf aus der Disco raus. Ne, ich denke, dass die einen anderen, eine andere Klasse von Einrichtungen irgendwie unterliegen und da gelten andere. Ja, aber was hält mich dann davon sozusagen ab, einfach zu sagen, ja, das hier ist eine Disco und irgendwo da vorne ist die Tanzfläche, wollt keiner tanzen und eigentlich ist es eine Kneipe. Naja, du musst halt einen Musikbetrieb stellen und GEMA-Gebühren abdrücken und keine Ahnung, was für Auflagen erfüllen an Brandschutz und sonst was und bla, also das ist sicherlich auch nicht ganz so einfach. Naja, bloß sozusagen, wenn das K.O.-Kriterium ist, immer ein, ja, um elf ist zu und es ist voll furchtbar, dann würde ich halt sagen, dann mache ich halt meine Special-Kneipe, die eigentlich ein Club ist. Um elf ist zu und es ist immer furchtbar, das ist ja auch geil. Naja, es ist, es war ja auch immer so, dass die, äh, die Wirte sich dann irgendwas einfallen haben. Genau, genau. Also ich meine, bei uns war dann halt die, die Tür zugesperrt und es gab kein Licht mehr, aber alle haben gesagt, ach ja, und es wurde nicht mehr bezahlt. Das ging dann halt alles auf den Wirt, aber der hatte seinen Spaß und irgendwann sind wir dann oft auch nachts noch eben in irgendwelche Clubs dann gefahren, weil noch irgendjemandem Geld gegeben hat, dass sie uns noch irgendwo hinkarren. Also das, da war, glaube ich, auch viel Erfindungsreichtum, gab es auf diesem Lande. Bei uns war das oft einfach auch eine Frage der Konzession, so bis in die 80er durfte jeder bis eins, die mit, mit teureren Konzessionen bis drei und die mit ganz teuren Konzessionen durften sogar bis fünf öffnen und seit 2010 sind Kneipen bei uns eigentlich nur noch verpflichtet, mal eine Stunde zwischen fünf und sechs morgens, so die Putzstunde quasi zu schließen. Also das ist so das Einzige, was, was noch, was noch gilt. Aber mal relativisch gesehen, das brauchst du ja eigentlich auch, selbst irgendwelche Burgerbratbuden haben ja irgendwo mal eine Stunde zu, dass die mal irgendwie, keine Ahnung, ihre Fritteuse reinigen können und was weiß ich. Ja, aber ich meine, das kannst du ja dann auch sparen und dich darauf verlassen, dass die Leute das halt irgendwie selber organisieren. Naja, klar. Musst du das dann noch vorschreiben, aber es ist auch tatsächlich, je nach Bundesland noch, gibt es da leichte Unterschiede. Also es ist nicht, es ist nicht Deutschland komplett einheitlich. Ah ja, wusste ich gar nicht. Noch so ein Begriff, der seinen Ursprung hinter der Thege hat, ist der Zapfenstreich. So, man erzählt sich, und das ist leider nur eine Theorie, dass früher der Ordnungshüter den Einhalt der Sperrstunde kontrolliert hat, indem man den Kreidestrich an den Zapfhahn gemalt hat und zwar so, dass wenn der danach nochmal gezapft hätte, dieser Strich verwischt wäre. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es wirklich so war, weil es war jetzt nicht so selten, dass der Wirt nicht auch welche hätte kaufen können. Aber das Bild ist sofort klar, dass vermittelt wird. Genau, und es hätte auch viel Aufwand bedeutet, es dann wirklich zu kontrollieren. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Büttel vorbeikam und irgendwie einmal mit irgendwas auf den Zapfhahn geklopft hat und gesagt hat, so, jetzt ist Feierabend und mit diesem Streich, also mit diesem Hieb war dann quasi, also ich habe gelesen, dass damit jetzt der Hahn außer Gefecht gesetzt wurde, aber ich glaube, es war eher symbolisch gemeint. Was ist denn der Büttel? Das ist der Kontrolleur? Naja, das Ordnungsamt. Ist irgendwas zwischen Ordnungsamt und Polizei, würde ich sagen. Okay. Der Büttel. Ich weiß nicht genau, aber halt der, der, die, die, die Exekutive an der Stelle. Ja. Das Wort Kneipe, das habe ich auch noch nicht erklärt. Das wurde schon im 19. Jahrhundert verwendet. Es kommt vom Begriff Kneifen tatsächlich. Was? Weil man, weil man halt früher in den Schenken oft eng zusammenstand. Aha. Das, ja, so habe ich auch geguckt. Das war mir auch nicht klar. Und es ist indiskutabel daher? Oder ist das auch so eine Theorie, dass es daherkommt? Weil das da schon mal wieder sehr weit geholt. Nein, ich frage noch. Am Anfang des Podcasts, ich kann mich noch erinnern, da hast du mir wirklich Nein, aber du sagst auch manchmal, dass das nicht, also dass das nicht gut ist. Ja, in dem Fall. Und dass jetzt, wie gerade eben, hast du auch was erzählt, hier mit dem Zapfenstreich, was umstritten ist so. Und deswegen frage ich dich, ob das gesichert ist so. Also ich bin, I'm very positive. Ich bin mir fast sicher, dass das so stimmt. Es gibt echt wenige Dinge, die ich jemals angezweifelt habe, wo du dir sicher warst. Unter anderem hast du deine Frau eigentlich gefragt, wegen den Pferdestärken und ob die Menschen zerreißen können, so? Ähm, nein, habe ich vergessen. Mach das mal bitte. Vor allem, ob ein Mensch da dagegen halten kann. Im Gottes Fall, jetzt müssen unser Hören noch einen Monat drauf warten. Ja, aber sie hört ja hier zu, also kannst du mir das bitte einfach mal beantworten, diese Frage. Wenn du das jetzt hörst, ja, bitte, ich werde dann bestimmt nicht wissen, worum es geht, aber vielleicht fällt es mir irgendwann wieder ein. Mitte des 19. Jahrhunderts haben studentische Burschenschaften diesen Kneipenbegriff aufgenommen, allerdings nicht als Bezeichnung für den Ort, sondern für einen Vorgang. Und zwar eben das regelkonforme Trinkgelage. Und es gab dann sogar, oder gibt es auch heute noch, glaube ich, eigene Uniformen dafür, die Kneipjacken in den Burschenschaften. Also die haben den so ein bisschen geowned, den Begriff, und leicht umgetäutet. Der Begriff Theke kommt aus dem Griechischen. Der war ursprünglich, wurde der für so Büchsen und Behälter und halt irgendwas zum Aufbewahren verwendet. Später dann so auch für Auslage, ja, für Verkaufswaren. Und da ist es dann irgendwie davon zum Schanktisch geworden. Und die Herkunft kann man auch so ein bisschen erahnen, wenn man sich Wörter anschaut wie Apotheke zum Beispiel oder Bibliothek oder Diskothek, ja, der Schallplattenaufbewahrungsort. Also das hat so den gleichen, den gleichen Wortstamm. Der Tresen hingegen kommt vom Tresor, so die Schatzkammer, der Speicher. Und daraus ist dann irgendwie die Bezeichnung für die Geldschublade im Tresen geworden. Und von da aus dann hat sich der Begriff für den ganzen Theke eingebürgert. Also das ist tatsächlich auch mit diesem ganzen Random Wissen, könnte man auch mal ein Kartenspiel machen, so das offizielle Acht-Karten-Rate-Spiel. Ja, ja, voll. Ich meine, das, ja, das habe ich jetzt ja nicht so mega arg zusammengesucht. Ich meine, das stand halt jetzt gut aufbereitet in diesem Buch schon drin an der Stelle. Aber ja, sowas gibt es ja auch in anderen Episoden. Das könnte man mal gut zusammenfassen. Und ich habe noch eine letzte Anekdote. Kneipenwissen noch mal zum Mitnotieren. Und das habe ich nicht aus diesem Buch. Das habe ich woanders im Internet gefunden. Der erste weiße von europäischen Einwanderern auf amerikanischem Grund geborene Junge. Also nicht Mädchen, Junge, sondern nein, aber der kam in eine Brauerei zur Welt. 1612. Der hieß Jean Wein, Wein, Vigne, Vigne, Wein? Franzose? Irgendwie. Nicht, nee, ich glaube, Däne oder Niederländer. Okay. Kein Franzose. Ich glaube, ich glaube, Niederländer. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber der ist natürlich später auch Brauer geworden. Selbstverständlich. Und Bier trinken. Selbstverständlich. Und noch eine allerletzte Anekdote noch. Quasi das Wegbier zum Hören, wenn ihr so wollt. Die erste Help Wanted-Anzeige. Also Help Wanted-Anzeige, das kennt man ja so, aus amerikanischen Filmen, Serien, Büchern, wie auch immer. Also das Schild, das im Schaufenster steht, gab es früher auch in Zeitungsannoncen quasi. Also immer, wenn irgendwie amerikanische Betriebe jemanden dringend gesucht, gebraucht haben, haben sie irgendwie so Annoncen aufgegeben. Und die englischen Siedler haben solche Annoncen auch quasi nach Hause geschickt. Von der neuen Welt in die alte Welt, wenn sie wollten, dass jemand halt irgendwie noch nachkam. So spezielle Spezialkräfte, die halt, wo halt Mangelware war. Und die erste Anzeige dieser Art, die in London erschienen ist, war ein Gesuch nach einem Bierbrauer. Finde ich auch eine ganz schöne, eine ganz schöne Anekdote. Aber das war, schickt mehr, schickt mehr Bierbrauer. Aber der, der wollte jemanden, der seine Brauerei übernimmt oder was wollte der? Weißt du das? Nein, es waren einfach zu wenig Leute, die halt wussten, wie man ein Bierbraut da. Ah ja. Es war quasi wie, wenn du jemanden einstellen willst in deiner Brauerei und halt nicht dieses Fachpersonal hast und nach Hause telegrafierst, schickt mehr, schickt mehr Bierbrauer. Schickt mehr Bierbrauer. Großartig. Fand ich auch schön. So. Und wenn sie doch gestorben sind, so ein bisschen passt heute nicht so. Doch, passt auf die Bierbrauer, passt. Jetzt bin ich leergequatscht. Was für ein schönes Ende. Ich finde das vor allen Dingen, wir haben es ja zwischendurch schon mal gesagt, aber diese Folge sollte man auch unbedingt im Doppelpack hören mit der Bierfolge von damals. Prohibitionsfolge. Die Prohibitionsfolge. Und da geht es, aber da geht es ja auch darum, wie die amerikanischen großen Biermarken entstanden sind mit dem deutschen Einfluss und so weiter. und so fort. Also, das ist ja weiter gefasst als die Prohibition, aber ich glaube, im Doppelfeature ist man extrem gut abgeholt zum Thema Gerstensaft. Und ja, herzlichen Dank. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns thematisch wiederholen. Nein, du leuchtest einfach andere Aspekte. Das ist wie mit der Wikipedia, die erst richtig wertvoll noch so eine weitere Ebene gewinnt, indem sie Selbstreferenzen aufbaut und Hinweise in sich selber durch die Verknüpfungen liefert. Ja gut, das haben wir jetzt schon verstärkt, schon öfter gemacht. Aber ja, das war jetzt mal wieder irgendwie anders, war jetzt mal keine Person im Fokus. Für das nächste Mal habe ich wieder eine sehr, sehr schöne Person, die habe ich mir schon ausgesucht. Oh, eine schöne Person. Ich bin gespannt. Man darf wieder gespannt sein. Ein Model. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ein Model und sie sieht gut aus. Leute, kauft T-Shirts und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Na dann. In die Tassen kann man auch Bier machen. Just saying. Dann zum Wohle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssler. 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 Und das war ACH! Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Ja, muchas gracias. Ich mache mir jetzt noch ein Bier auf. Das wird super. Ich lege mich jetzt auf die Couch. Das wird auch super. Macht's gut. Und ich gehe jetzt weg. Gute Nacht, Josch.